Okay, neues Spiel. Genau, wie gesagt, Kampf mach ich auf leicht. Ich hab nur Schlechtes drüber gehört. Will ich mich nicht ärgern müssen. Schauen wir mal. Ja, ich dachte, das hätte ich versucht. Isoran mit, äh, dass ich es über Windows, über die Soundsettings erzwinge, aber das war dem Spiel ganz egal. Ja, Technik manchmal, genau. Immer, ist ja immer irgendwas. Ich muss sagen, dass ich jetzt das Original Silent Hill 2 tatsächlich schon viele Jahre nicht mehr gespielt habe. Das habe ich nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Deswegen werde ich das weniger wahrscheinlich mit dem Original vergleichen, also weniger als Remake jetzt betrachten. Schon auch, aber weniger. Und eher einfach so für sich stehendes Spiel. Hi, Lottie. Mary. Mary! Where's Mary? Could you really be in this town? I'm sorry, but Mary is the ultimate biologic lover. Probably. Probably. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Hey, Holly und Evelyn. und alle anderen. Das war ich. Der kurze Leck. Das war ich. Das war ich. Spiel ein bisschen leise vielleicht. Was I telling myself? Mary died of that damn disease three years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Hallo. Okay, James. Da ich schon weiß, was dich jetzt gleich erwartet, würde ich persönlich empfehlen, du steigst jetzt in dein Auto, fährst nach Hause und suchst dir einen guten Therapeuten. Dann kannst du genauso gut aufarbeiten, was da in dir vorgeht, aber auf eine angenehmere Art und Weise. Zugegebenermaßen langwieriger wahrscheinlich. Das geht dir wahrscheinlich nicht so über eine Nacht und dann sind deine inneren Konflikte geheilt. Aber ich würde es lieber so machen. Okay. Toluca Lake, Friedhof, Ranch von Silent Hill. Gucken wir mal, kann ich aufs Klo gehen? Ja, ich würde mir nämlich echt gern die Wandgraffitis hier anschauen. The hands fashioned and mad Thou you wait oder sowas. Thou how wait? Weiß ich nicht. Eine Taschenlampe wäre schön, ne? Oh, guck mal. Das ist wahre Kunst. Ich kann das alles nicht lesen. Hab bestimmt alles tieferen Sinn. Aber ich kann es nicht entziffern. Ah, cool. Ich habe aber immerhin die Sprint-Taste gefunden. Das ist auch nicht schlecht. Hä? Wenn hier der Restroom ist. Wo sind wir dann gerade reingegangen? Ist das der Damen-Restroom? Ja, okay. Der ist abgeschlossen. Tja. Na gut, Leute. Ich hau ab. Mach's gut. Jetzt würde mich wirklich interessieren. Ich muss das jetzt versuchen, wie weit man hier laufen kann. Aha. Nicht weit. Und es gibt sogar ein Achievement dafür. Es gibt kein Zurück mehr. Okay. Alles klar. Steam hat schon recht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich schaue mich jetzt trotzdem mal da hinten noch um. Auch wenn es wahrscheinlich noch nichts zu looten gibt. Aber ihr wisst ja, ne? Looten ist für die Guten. Oder irgendwie so. Hä? Was ist denn das? Ach, das sind Blätter, die durch die Pfützen wehen. Guck mal. Die ziehen voll. Die sliden da voll durch. Wow, das sieht actionreich aus. Nicht unbedingt sehr realistisch, aber voll cool irgendwie, wie die Blätter durch die Pfützen die Linien ziehen. Holy shit. Die surfen da durch. Wow. Nicht schlecht. Wahrscheinlich sind da so kleine Ameisen. Wie nennt man das, wenn man so ein Surfbrett mit so einem Segel hat und hält sich da fest? Wahrscheinlich sind da so Grashüpfer und Ameisen an den Blättern, die so durch die Pfützen segeln. Das sieht sehr lustig aus. Wenn ich so klein wäre, würde ich das vermutlich auch machen. Windsurfen. Okay. Autotür ist auch zu. Wir hätten das Fenster noch hoch. Wer lässt denn bitte... Guck mal, es regnet sogar. Oder es ist zumindest sehr nass. Ich würde jetzt nicht das Fenster offen lassen. Vor allem, aber wer weiß, ne? James hat vielleicht nicht vor, so lange weg zu sein. Pete's Bolo Rama. Toluca Lake. Na dann. Hallöchen zusammen. Die Toilette gibt mir so Raststätte-Gefühle. Obwohl Raststätten-Klos nicht so sauber sind, ja. Ja, stimmt. Ich war... Also, es gibt schon Klos, ne? Die kann man so eklig in Videospielen gar nicht abbilden, wie die in der Realität oft vorzufinden sind. Weil einfach der Geruchssinn fehlt. Ich glaube, ich will keine Geruchsspiele. Ich glaube, das ist widerlich. Aber das fehlt stark. Wenn man die Tür aufmacht und einem strömt schon so der beißende Geruch von Urin in die Augen, das kann man halt nicht irgendwie in Videospielen abbilden. Das fehlt einfach. Oh, ich höre knistern. Gröllkies vom Stein purzeln. Wartet mal. Ich glaube, ich muss das Spiel auf meinen Ohren zumindest ein bisschen lauter machen. Ja, so ist besser. Oh, guck mal. Süle-Pau-Pavillon. Ne, warte mal. Das sind Brunnen. Mit einem roten Zettel. Im Original gibt es zumindest die Theorie, dass die roten Zettel die verschiedenen Gegner, die es im Spiel gibt, repräsentieren, die wiederum alle ein Teil von unserer Psyche sind, von James' Psyche sind. Und wenn sich die Zettel am Schluss dann beim letzten Save-Punkt alle kombinieren, quasi ergibt sich das ganze Bild von James. Mal gucken, ob das im Remake auch wiederzufinden ist. Oh oh, jetzt wird es aber neblig hier. Die Resident Evil 7 Duftkerze. Ja, das ist geil irgendwie. Das gefällt mir. Das ist eine coole Idee. Das mal wenigstens von der Stimmung her so ein bisschen. Nach was hat die gerochen? Holz und so. Oh, na? Oh, na? Oh, sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah, I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road you can't miss it. Thanks. But... I think you should stay away. This, uh... This town, there's something wrong with it. And it's not just the fog, either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but... I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just... I guess I don't really care if it's dangerous or not. I'm going either way. But why? I'm looking for... Someone. Someone very important to me. Me too. Mailzahl 5955. Just resubbed for two moons. Einen weiteren Monat mit den besten Fallout-YouTuber. Dankeschön. Ey, vielen, vielen Dank für deinen Resub-Resub. Ich frage mich wirklich, was passieren würde, wenn die beiden jetzt gemeinsam losgehen würden. Und nicht, ne? Sich nicht trennen voneinander. Würden die dann so miteinander beides erleben, was die so erleben? Wisst ihr, was ich meine? Oder würde jeder was komplett Separates irgendwie wahrnehmen? Und... Ja, keine Ahnung. Würde mich interessieren. Wollen wir uns mal die Grabsteine kurz anschauen? Kann ich nicht anklicken. Und man kann auch nicht wirklich was drauf erkennen. Irgendwie Schriftzeichen oder so. Keine... Keine Patreon-Namen. Keine lustigen One-Liner wie in alten RPGs auf früher. Ja, na gut. Dann gehen wir halt weiter. Ich habe Silent Hill nie gespielt. War immer ein Schisser. Hm. Hm, ja. Also ich bin gespannt, ne? Es könnte gut sein, was ich im Vorbild nie für möglich gehalten hätte. Dass man tatsächlich sagen kann, hey... Ähm... Vielleicht passt es, wenn man das Remake spielt. Und das Original muss man nicht mehr spielen. Aber weiß ich. Kann ich noch... Kann ich zumindest persönlich noch nicht beurteilen. Können wir noch mal mit ihr reden? Das ist eine gute Frage. Das versuche ich noch mal. Ah, guck mal. Sie hat einen Interaktionskringel. Weiß ich nicht. Chihirto hat es gesagt. Na ja, mein Gott, ey. Ihr steht hier irgendwie in der Dämmerung auf einem Friedhof. Natürlich ist der Nebel vielleicht ein bisschen gruselig. Das hat jetzt nicht direkt was zu bedeuten, finde ich. Okay, das war's. Jetzt haben wir sie ausgeredet. Na gut, ich geh mal schnell den Weg. War das der falsche Weg? Der führt aber nirgends hin. Dann geben wir den richtigen Weg. Ich war früher auch nie so der große Silent Hill Fan, ne? Ich war so ein kleiner Resident Evil Fanboy. Und deswegen war ich so Anti-Silent Hill. Das war so dieser billige Resident Evil Abklatsch. Und erst als ich dann erwachsen wurde, habe ich dann mal mich an Silent Hill drangetraut und habe mir gedacht, ah, okay, ich verstehe. Das ist so ein bisschen die erwachsene, story-fokussierte Version von Resident Evil. Hat mir als Spiel schon immer weniger Spaß gemacht. Aber so als Erlebnis war das halt schon immer sehr viel besser als Resident Evil. so als audiovisuelles Erlebnis in der Interpretation von der Story und so weiter und so fort. Das waren schon immer Spielreihen, die sehr ähnlich sind, aber eben doch sehr unterschiedlich. So die, die, ich würde fast, ich würde fast behaupten, Silent Hill und Resident Evil haben damals schon so die beiden Enden des Survival-Horror-Spektrums ausgemacht. Weil man eher so ein bisschen auf Gameplay und Splatter oder eher so ein bisschen auf Psycho-Horror und Stimmung aus. Da könnte man so eine, das ist eigentlich ganz gut, da könnte man so eine, so eine Zwei-Achsen-Grafik machen des, des Survival-Horrors. So Gameplay und, äh, äh, Atmosphäre oder, oder sowas in der Art, Narrative vielleicht, auch narrative Gameplay und Splatter und psychologischer Horror. Und dann wäre Resident Evil, ich weiß nicht mehr genau, wie ich die Achsen jetzt beschriftet habe, Resident Evil wäre hier und Silent Hill wäre hier, so. Ich habe jetzt Bock, so eine Grafik zu machen und alle Survival-Horrorspiele da einzuordnen. Das wäre lustig. Ich mag so Stuff. Ich mag so, ich, ich glaube, ich hätte irgendwie in die Verwaltung gehen sollen oder so. Ich mag irgendwie das total gern, Tabellen zu machen und irgendwelche, äh, Grafiken zu erstellen und, äh, Verteilungskurven. Macht mir irgendwie total Spaß. Irgendem Haarschnitt erinnert mich der Charakter irgendwie an Leon aus Resident Evil. Es ist klassisch, es ist classic Leon so ein bisschen, ne? Went to town, also bin in die Stadt gegangen, um das Finster zu reparieren. Der Ersatzschlüssel ist in der Schublade. Das ist aber ein bisschen... gewagt, den Zettel einfach so öffentlich für alle liegen zu lassen. Jetzt können wir als James natürlich einfach seinen Laden überfallen. Uah! Oh. Wenn wir die richtigen Teile finden, können wir den Highwayman hier vielleicht referieren. Okay, wir haben einen Schlüssel. Auto, Service und Reifen. Das ist ein... Ich meine, ne? Ist ein aussagekräftiger Name. Weiß man wenigstens, was die machen. Auto, Service und Reifen. Das ist sehr gut. Ich hätte meinen Kanal auch einfach YouTube-Videos nennen sollen. Das wäre eigentlich voll der gute Name für den YouTube-Kanal, oder? Ja, einfach... Einfach... Einfach einen YouTube-Kanal YouTube-Videos nennen. Da weiß man, was man kriegt. Twitch-Streams. Okay. Sind wir schon... Sind wir noch im... Im... Im Vorhof? Ja. Wir sind immer noch in der Range. Wir sind immer noch nicht wirklich in Silent Hill. Das ist noch... Das... Wir... Wir... Ne? Wir sind noch im Auenland. Das wahre Abenteuer beginnt erst. Oh, was ist los? Ich höre gruselige Geräusche. Roadwork ahead. Der Tunnel ist gesperrt. Ich habe gestern das Until Dawn Remake gespielt. Zum Vergleich kommt mir jetzt Silent Hill Charakter Animation umso steifer vor. Ja. Ich... Ich... Das wird, glaube ich... Also... Wartet mal auf die Kämpfe. Die Kämpfe. Auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Aber ich bin gespannt, wie schlimm es sich wirklich anfühlt. Aber die sehen schon so furchtbar aus. Die Animationen, die Kämpfen von ihm. Furchtbar. Ich bin für LandSquid Twitch Bird Rider. Ne, das ist schon wieder zu spezifisch. Der Kanal muss einfach nur Twitch Streams heißen. Silent Hill Verfilmung Meinung. Ich fand den ersten Silent Hill Film nicht gut. Aber zu seiner Zeit vermutlich die beste Videospielverfilmung, die es bis dahin gegeben hat. Aber trotzdem nicht gut genug, meiner Meinung nach. Und das, was danach kommt, hat mir dann gar nicht mehr gefallen. Der erste war so okay. Aber danach... Ja, nee. Aber das sieht so aus... Ich glaube, ich habe zu viel hier Dingsy gespielt. Und jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ich um mein Namensgedächtnis. Das Spiel, das alle super geil fanden, nur ich nicht. Zweiter Teil. Alan Wake 2. Alan Wake 2. Da war immer unter den Straßenlaternen waren immer so Kästen, wo immer irgendwie Loot drin war. Aber hier nicht. No Trespassing. Und ich bin gespannt, ob hier Silent Hill 2 für mich ein Alan Wake 2 wird. Wo ich einfach sage so, nee, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, was alle so geil dran finden. Oder ob es ein Resident Evil 4 wird, wo ich sage, ja. Ja, das ist wirklich geil. Oh oh. Cutscene. Okay, wir haben gerade die Karte von Silent Hill gefunden. Kann ich in alle beschrifteten Gebäude... Will mir das die Karte sagen? Da sind so viele unbeschriftete Gebäude, ne? Happy Burger. Soul Street Apartment. Schauen wir mal, ob wir auch in andere Gebäude können. Aber gut, Silent Hill. Let's go. Gehen wir mal zu... Followers. Celebrating 70 Years. Ein Pflanzenladen. Ich würde so gern wissen, wenn jetzt ein kleines Kind nach Silent Hill geht. Wie sieht die Stadt aus, wisst ihr? Sind hier Menschen eigentlich, die wir nicht wahrnehmen können? Oder was, wie genau? Es ist so, es ist alles so abstrakt. Ich hätte gern irgendwie... Aber gerade, es ist auch wichtig, dass man keine Erklärung kriegt, weil die wird es nur kaputt machen. Aber der Wunsch nach irgendwas Greifbarem ist schon da bei mir. Eine greifbare Erklärung. Kassandra. Ein Kunde war heute hier und hat einen rot-weiß gemischten Strauß bestellt. Ich habe ihm gesagt, dass das Unglück bringt. Aber er konnte sich einfach nicht über eine Sorte entscheiden. Er wirkt ein bisschen abwesend. Hab mich angeschaut, als ob ich gar nicht da wäre. Dann ist er einfach gegangen und hat gesagt, dass er die Blumen später abholen kommt. Und ich wollte dir nur Bescheid sagen, weil ich bis dahin vielleicht schon weg bin. Bringt ein... Jetzt werde ich mein ganzes Haus mit rot-weißen Blumen dekorieren, nur um zu beweisen, dass das kein Unglück bringt. Und dann gehe ich nach Silent Hill und... Habt ihr es gesehen? Käfer. Riesenkäfer. Blatt! Ich hoffe, es ist nicht Chris' Sandwich. Was ist das? What is it? It's blood. Das ist sogar sagt, what is this? Das ist ja schon fast eine... Das zähle ich schon fast als Resident Evil-Andeutung. What is this? What is it? It's blood. Okay, let's go. Folgen wir der Blutspur. Oh, ist das mein Auto? Sah unser Auto nicht genauso aus? Naja, wahrscheinlich nicht. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Aha, wir sind jetzt einfach nur einmal irgendwie so... Okay, keine Ahnung. Wartet mal. Ich sollte vielleicht eine Blutspur folgen. Kann das sein? War da noch eine Blutspur irgendwo? Nö, keine Ahnung. Ja, dann gehe ich einfach mal erkunden auf eigene Faust. Moment, ich bin jetzt hier reingegangen und da an der Seite wieder raus, oder? Für was war ich da drin? Für einen Zettel, der mir sagt, dass rot-weiße Blumen Unglück bringen. Totesende. Oh, die Tür klemmt. Ich kann sie leider nicht so machen. Na gut, hier haben wir ein totes Ende. Was ist das eigentlich? Das sind so Zeitungskästen, oder? Meine Güte, guck dir mal die High-Security-Schlösser an. Wer klaut denn in den USA so viele Zeitungen, dass so ein Schloss notwendig ist? Wegen einer 50-Cent-Zeitung. Meine Güte. Silent Hill ist ein ganz schön, war anscheinend schon immer ein gefährliches Pflaster, Silent Hill. Na gut, dann gibt es hier nur einen Weg rein in die Stadt. Blinkt da hinten was? Ah, nee, da sprudelt Wasser. Ach so, da kommt Wasser von der Klimaanlage oder so, I guess. Stitzp. Oh, mehr Blatt. Stuff. Ja. Okay, die Blutspur führt definitiv da lang. In die Lindsay Street. Dann gehen wir da mal hin. Nicht die Zeitungen werden da geklaut, sondern... Was wird dann geklaut? Die Automaten oder was? Ach, das Geld. Stimmt. Da ist auch dann irgendwann mal... Aber ich meine wegen so ein paar 50-Cent-Stücken, oder? Ah gut, keine Ahnung. Der Nebel war ja damals die Hardware-Limitation von Konsolen, aber dadurch hat man so viel Spielen, so eine geile Atmosphäre. Ja, ja, eben. Das war ja damals wirklich die große Kunst, gerade im ersten Teil noch, dass die aus dieser Hardware-Limitation einfach wirklich so ein wichtiges... Ja, für die Stimmung einfach so ein... Oder auch so ein... Also, im Endeffekt hat es die Silent Hill-Franchise geschafft, und das muss man sich mal vorstellen, dass ein Wetterphänomen zum Markenzeichen der Franchise wird. Und Millionen von Menschen auf dem Planeten denken jedes Mal, wenn es neblig draußen ist, Silent Hill. Und das ist halt schon krass. Und das aus einer technischen Limitation heraus. Okay. Aber der Nebel sieht auch gut aus, ne? Jetzt in dem Teil. Haben die schon schön umgesetzt. Man arbeitet ja heutzutage eben eigentlich nicht mehr mit Nebel, weil es nicht mehr notwendig ist. Aber das trägt hier schon gut zur Stimmung bei. Moment, jetzt habe ich wieder jede Orientierung verloren. Ne, passt schon. Gehen wir einfach mal weiter. Du wirst noch PT-Flashbacks haben hier. Ha, okay, okay, okay. Oh. Ein totes Ende. Guck mal, kletter über die Rohre. Wie tief kann das Loch sein? Let's go! Das ist nur der Nebel, der lässt das so tief wirken. Guck, wir können sogar hier einfach... Komm, James, stell dich nicht an. Gehen wir rüber, dann haben wir es hinter uns. Na gut, okay. Soll ich mal ein paar Türen kontrollieren, ob man irgendwo rein kann? Man soll ja schon viel erkunden können, habe ich gehört, ne? Aber es ist jetzt wahrscheinlich auch kein Evil Within 2. Hallöchen Sonntagmorgen. Und hallo, Philipp. Gruselig ist es schon ein bisschen. Oh, ich höre Monstergeräusche. Wir haben noch keine Waffe. Ich muss wahrscheinlich durch die blutige Tür. Ach so, ne, wir sind... Da war der UPS-Boote fleißig, ne? Ach. Oh, oh. Hallo. Schau dich nach Orten um, die mit weißem Stoff markiert sind. Sie kennzeichnen Übergänge, mit denen du interagieren kannst. So wie hier. Der Kantenmaler war wieder da. Diesmal hat der Kantenmaler allerdings einfach nur weiße Stofffetzen verteilt. Hat umgeschult zum Kanten-Schneider. Oh, ich dachte gerade, ich dachte gerade, James hat sich den Kopf an der Decke gestoßen, weil er so druckartig aufgestanden ist und dann kam das lause Geräusch. Habe ich was auf den Augen oder geht der Protagonist schon statisch wie eine Bahnschranke? Naja, wie gesagt, wie vorher schon gesagt, warten wir mal auf die Kämpfe. Also, ich befürchte, das wird noch unschöner von den Animationen her. Oh. Guck, das ist irgendwie, wisst ihr... Die Figur sieht eben so steif aus und so ein bisschen Last-Gen, ne? Aber guckt euch hier einfach mal dieses Stillleben an. Von dem Vorhang, der weht, das Licht, wie es reinkommt, der ganze Müll. Das sieht einfach fantastisch aus. Silent Hill sieht fantastisch aus. Nur unsere Hauptfigur in der Stadt irgendwie nicht so, ne? Hm. Aber gut. Kühlschrank. Gesundheitstrink. Nahrungsergänzungsmittel. Let's go. Ein Mixer. Cookies. Ein KitchenAid. Ohne, dass ich hier Werbung machen will. Ich hätte so gerne eine Taschenlampe. Oh ja, ohne Witz. Und ist's gut? Hab Angst, mir das Remix zu kaufen. Ey, ich spiel's noch nicht lang genug, um das beurteilen zu können. Gucken wir mal. Bis jetzt. So, der Eindruck nach, wie lange spielen wir's, die ersten halbe Stunde oder so, macht's einen guten Eindruck. Ja, tatsächlich. Ich hör ein Radio fritzeln. Und jetzt kriegen wir unser Radio wahrscheinlich, ne? Und wenn ich das aufhebe, kommt ein Monster und wir müssen weglaufen. Oder kriegen wir unsere erste Waffe? Ja, eben Gameplay war noch nie die Stärke von Blooper Team. Und dazu zähle ich jetzt auch mal die Animation und so. Ach, guck mal. Nagel mit Holz drin. Oder andersrum. Okay. Ich brauch ein Kampftutorial. Okay. Okay. Das war nicht so schlimm. Das sieht schon sehr clanky aus, ne? Aber okay. Es war jetzt von der Steuerung her bis jetzt okay eigentlich. Ich möchte fast behaupten, dass wenn man's realistisch betrachtet, also das ist jetzt überhaupt keine Kritik am Spiel oder so, ist ja halt Videospiellogik, aber würde man wirklich als kompletter Privatpersons-Mensch so schnell mit einem Nagelbrett auf so eine Person hauen, die irgendwie mit hochhackigen Schuhen und einer Zwangsjacke durch die Wand kommt. Ich mein, vielleicht hat sich die nur echt blöd in ihrer komischen Fetischjacke verheddert und sucht jemanden, der ihr raushilft oder so, wisst ihr? Das wär, glaub ich, mein erster Gedanke, so. So von wegen, oh Gott, das sieht unbequem aus. Warte, ich helf dir mal. Okay. Also der erste Eindruck ist für mich auch gut jetzt. Schauen wir mal, wie's weitergeht. Kann bisher noch nix wirklich Negatives sagen, außer, dass die Animationen sehr hässlich sind. Injektor. Der ist sehr schmutzig. Y halten, um Injektor zu benutzen. Müssen wir gar nicht. Hauen wir die Scheibe ein. Ist das hier? Ne, das ist schon kaputt, ne? Das sah komisch aus. Bam! Pulverisiert die Scheibe. Ja, und das ist das andere, ne? Wenn's um Fight and Flight geht, würde ich auch über sowas dann eher weglaufen, anstatt dass ich mir irgend so ein Brett nehme und draufhau. Wirkt auch nicht besonders schnell, das Ding. Ich hatte heute Nacht voll den weirden Traum. Ich hab geträumt, dass ich einen Termin bei Rezo hatte. Und der hat dann gesagt, ob ich Synchronsprecher werden will. Und der kann mir ein Stimmtraining organisieren. Dann hab ich mir so gedacht, ob will ich das wirklich überhaupt machen? Ich weiß es gar nicht. Oh, eine tote Person. Barnilis. Schauen wir mal auf unsere Karte, wo die Barnilis ist. Ne? Big Chase, Café America, Barnilis. Also jetzt dann rechts und dann wieder links. Start einer neuen... Ja, ich glaub, der Traum war, ne? Das war eine Vision. Ich sollte Synchronsprecher werden. Das Problem ist, dass ich Legaszeniker bin und echt nicht flüssig lesen kann. Das ist, glaub ich, echt blöd beim Texte einsprechen. Wenn du dies liest, verlasse diesen Ort. Er ist nicht, was er zu sein scheint. Manchmal muss man nur dahinter schauen. Wo? Ich hab einen Stock. Und ich werde ihn benutzen. Ist die Extra-Mission mit der Frau im Minirock aus der Directors Cut-Version auch hier spielbar? Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß, was du meinst. Das Mary-Kapitel. Born from a wish oder so, glaub ich. Ähm. Könnte mir vorstellen, dass die das als DLC nachreichen, wenn das Spiel erfolgreich genug ist. Ne? Na, sowas könnte ich mir als Monetarisierungsstrategie theoretisch vorstellen. Langzeit-Monetarisierung. Also was heißt Langzeit? Ihr wisst schon. Heutzutage verkauft man Spiele halt gern zweimal oder dreimal. Bleibt eigentlich Zeit stehen, während ich auf die Karte gucke? Ah, ha. Warte, wie geht ausweichen gleich nochmal? Ah, okay. Okay, ich glaube es ist tot Jim. Mein Gott, der heißt ja wirklich James. Oh mein Gott, der Spruch funktioniert ja so, der ist aber voll, der war jetzt viel cleverer, als ich dachte. Manchmal bin ich einfach zu clever für mich selbst. Ja. Ja, das Kampfsystem ist halt genauso total, wie es aussieht. Ah, okay. 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 Passt schon. Das Auto sieht stabil aus. Wollen wir das Clown James und damit einfach durch die Stadt fahren? Ich glaube, die Dinger können uns gar nichts, wenn wir da drin sitzen. Let's go! Leider geht's nicht. Ja! Jetzt aufschließen, rein da. Schloss knacken. Schön, dass es geht. Schön, dass ich die Scheibe einschlagen kann. Ein bisschen haben Polizeiautos nicht irgendwie bessere Scheiben. Ist da eine Schubflinte hinten drin? Schade, hätte ja sein können. Das wäre lustig, oder? Wenn man einfach schon voll früh im Spiel eine Schubflinte kriegen könnte, wenn man das Polizeiauto plündert. Wenn man draufkommt, dass man die Scheibe einschlägt. Lausiges Polizeiauto. Sollten die nicht irgendwie wirklich ein bisschen kugelsicher sein? Benutzen in den USA die nicht wirklich absichtlich ihre Autos als, äh, naja. Wie dem auch sei. Ich bin hier. Ich höre noch was. Ist nur ein Soundtrack. Ich gehe einfach rein. Okay. Oh! Ach, ich dachte, das ist irgendeine Art Altar oder so. Aber ist das einfach eine Jukebox? Ich spiele auf dem PC. Ich habe es mir für PC geholt. Schon alleine für die Mods, die eventuell in Zukunft noch kommen werden. Hai, bärtige Mutti. Die haben keine Arme. Keine für mich erkennbaren gefährlichen Münder. Was wollen die einen machen? Die spucken. Das klingt dämlich. Aber die spucken einen einfach an. Das ist deren Superattacke, die die haben. Wow! Kaputte Schallplatte. Dome. Stereo. Aha. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heult. Er würde alles in Ordnung bringen. Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte. Aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platten steckt immer noch drin. Aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt. Vielleicht wollte er die halbe Schallplatte verkaufen. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Lass mich wissen, ob es mit ihm gut geht. Er wohnt in der Salt Street neben der Apotheke. Apartment 9. Sollen wir jetzt in die Salt Street gehen oder zu Groovy Music? Das ist die Frage. Die Läden hier in Silent Hill heißen schon lustig, oder? Der Auto- und Reifenladen. Der Groovy Musikladen. Das hier ist wahrscheinlich das alkoholische Getränkegeschäft. Komm, benutzt die Platte. Schneid das Schloss mit der scharfen Kante der Platte durch. Hier war ein Loch. Äh, da war ein Loch. Hier. Es ist jetzt weg. Hier war ein Loch. Jetzt ist es weg. Das ist so in der Interpretation von Silent Hill 2 eine der krassesten und düstersten Notizen, die uns wirklich einen sehr unangenehmen Einblick in James' Psyche verleiht. Okay, Duke Box. Ah ja, genau. Wir können... Weißt du was? Gleich ums Eck wohnt der Kerl. Gehen wir hin. Aha! Oh, Headbutt! Okay, jetzt muss ich mich, glaube ich, heilen. Wie wir das gleich nochmal Y gedrückt halten, oder so? Yes! Geheilt. Ey, danke für den Follower, Icefire. So, lass mich mal schnell gucken. Okay, hier jetzt abzwiegen. Hier wirst du schon. Ah, noch eine Gestalt. Sehr viele Gegner hier, ne? In dem Spiel. Ich hab das Original, wie gesagt, länger nicht mehr gespielt, aber ich möchte behaupten, auf den Straßen ist hier sehr viel mehr los. Wobei die Straßen waren schon immer relativ voll mit Gegnern, ne? Hm, ich kann's gar nicht mehr sagen. Ich kann's wirklich nicht mehr sagen. Mein Radio macht noch Geräusche. Oh, jetzt hat's aufgehört, okay. Hab leider in meiner Kindheit das Game nicht gezockt. Kannst du es für Neueinsteiger empfehlen? Also, ich bin noch nicht überzeugt, dass jetzt das Remake das Original ablöst, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist auf jeden Fall, wenn du dich so ein bisschen historisch für Videospielgeschichte interessierst, ist das schon ein ziemlich wichtiger und entscheidender Teil, gerade der zweite Teil. Weil ich will nicht sagen, dass das jetzt der erste Teil war, der das gemacht hat. Es gibt auch schon Adventures, früher Adventures, die sehr coole, erwachsene Geschichten erzählen. Aber ich glaube, Silent Hill 2 war schon ein wichtiges Spiel, weil es quasi so ein bisschen in den Mainstream getragen hat, dass Videospieler auch ernstzunehmende Geschichten erzählen können und ein ernstzunehmendes Medium sein können und so weiter. Also, ich würde sagen, historisch ein sehr wichtiges Spiel. Ob man's noch gut spielen kann? Ja, I guess. Es geht schon. Es ist halt sehr, sehr retro, ne? Sehr alt. Ton ist weg? Nö. Ich... Bei mir ist der Ton, wird noch normal angezeigt. Ton ist da. Na dann. Wir haben einen Schlüssel. Nummer 5. Stimmt, ist das nur ein Landsquid, den Johnny Henry Eden bei der Enklave Wahlkampf schlagen könnte? Ich denke, das könnte sein. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei der Enklave keine Wahlen gibt. Aber ein Landsquid kann's. Ich denke nicht, dass es blooper darum ging, das Original zu verdrängen oder zu ersetzen, sondern eher um die Erfahrung. Ja, ich bin mir eben noch nicht sicher, wie nah ist das am Original dran. Weil ich meine jetzt Resident Evil 4 Remake zum Beispiel geht ja vom Gameplay her, von der Grundstruktur des Gameplays her ganz offensichtlich in eine andere Richtung. Die setzen viel mehr auf Chaos und Durcheinander und Unkontrollierbarkeit, während das Original halt wirklich sehr gut kontrollierbar, sehr gut lesbar war und eher wirklich so viel mehr Taktik war und viel weniger auf unvorhersehbares Reagieren war. Die fühlen sich sehr unterschiedlich an und können deswegen sehr gut koexistieren. Ich weiß halt nicht, wenn jetzt das Remake sich sehr nah ans Original hält, aber halt einfach moderner macht, ob dann nicht das Original vielleicht einfach so ein bisschen wie ich es bei Resident Evil empfinde. Resident Evil 1 kann man schon noch spielen, aber da denke ich mir immer, warum sollte man? Das Resident Evil 1 Remake ist einfach wirklich perfekt. Das ist einfach das Original in schöner und umfangreicher. Und insofern, warum sollte man das Original noch spielen? Da kann ich Silent Hill 2 jetzt noch nicht einordnen. Der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel da gelassen. Er sagt, es tropft durch die Decke. Da sollten wir uns mal anschauen tun haben. Okay. Ich hoffe auch, dass es das Hundeende gibt. Und ich hoffe, wir erreichen das Hundeende. Das einzig wahre Ende. Habe ich sicher keine Taschenlampe. Ah, ich habe die 180 Grad Drehungstaste gefunden. Auch nicht schlecht. Ein Apotheken-Kassenzettel. Relevimit dreimal. Berolmin dreimal. Xalfrancinax. X3. Achso, ja. Dreimal. Imanelimet dreimal. Das sind sogar für Medikamentennamen echt weirde Namen. Da hat auf jeden Fall jemand sehr viele Medikamente gekauft für sehr viel Geld. 500 Dollar. Und was will mir der Kassenzettel sagen? Ich weiß es nicht. Aber hier ist ein First Aid Kit mit einer Spritze. Das ist gut. Ich vermisse das Radio. Das Radio haben wir aber schon. Also, wenn Gegner in der Nähe sind, dann hören wir es knistern. Jetzt hat man es gerade zum Beispiel leise gehört. Vielleicht zu leise. Ne, ich weiß auch nicht. Das Dog-Ende ist, glaube ich, das kriegen wir wahrscheinlich nicht einfach so. Kann man das überhaupt im Original beim ersten Mal durchspielen? Es gibt, glaube ich, Enden, die man beim ersten Mal durchspielen sowieso nicht erreichen kann. Wenn ich mich recht entzinne. Oh, ich sehe schon. Wir sind gerade durch den Schlag so weit durch die Wand durch. Ich sehe schon die Speedrun-Community, die jetzt schon versucht, durch Türen zu glitschen. Irgendwie mit der Schlaganimation. Die sind bestimmt schon fleißig beschäftigt mit durchwendigen Glitschen. Ich nehme die Nummer 5. Hallo? Ist hier jemand? Wütende Person? Ach, guck mal, passt. Die wütende Person hat den Spiegel zerschlagen. Weil die war wütend, das wissen wir. Die hat auch die Duke-Box zerschlagen. Vielleicht mag die keine reflektierenden Oberflächen, weil sie vielleicht sich selber nicht sehen konnte, wollte. Wäre schön, wenn jetzt der Fernseher auch noch kaputt wäre. Wäre für meine Interpretation super, wenn alle spiegelnden Oberflächen hier kaputt wären. Aber so ganz passt das leider nicht. Schade. Das UFO-Ende ist auch super im Ersten, ja. Krass mal, das Gesicht hinter der Stimme zu sehen. Ja, das ist immer weird, wenn man nur die Stimme so lange kennt und dann sieht man jemanden. In der Regel passt es überhaupt nicht zusammen. Ich habe tatsächlich vor, mich auch auf dem Main-Channel öfter jetzt vor der Kamera zu zeigen. Ich habe jetzt extra Equipment dafür. Ich muss meinen Hintergrund noch ein bisschen schöner machen. Aber ich schreibe schon Skripte für sehr coole, aufwendige Videos, die dann auch länger sind, die witzig sind, wo Memes drin sind und wo ich dann auch öfter zu sehen bin. Ich glaube, das wird cool. Okay. Und wieder den Kopf angestoßen. Oh, wow. Können wir das lesen? Nee, wirklich nur stellenweise. Geschwärzt, geschwärzt, geschwärzt. Und dann kam sie und wusch allen meine Ängste weg. Alles machte plötzlich wieder Sinn. Geschwärzt, geschwärzt. Es ist dieser Ort. Ich kann nicht dagegen ankämpfen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Nur noch ein kurzer Halt in Texas. Dann gehen wir. Wo liegt da eigentlich Silent Hill? Weiß man das? In welchem Bundesstaat oder so? Ist Silent Hill wirklich verlassen? Ist ihr... Ich meine, ne, die... Der zweite Teil ist ja so ein bisschen seine eigene Geschichte für sich. Aber die anderen haben ja schon irgendwie so eine Sekten-Story und so weiter und so fort. Wo der zweite schon auch ein bisschen reinpasst. Ein... Wir denken alle das Gleiche, oder? Und es ist dämlich. Ich will es gar nicht aussprechen. Aber da ist es sowas von Glory Hole hier. Jep. Genau. Mit dem Xbox-Controller auf dem PC. Okay, wir haben einen... Ach, wir haben den fehlenden Jukebox-Knopf. Okay, alles klar. Keine Ahnung warum. Wollen wir mal gucken, wo wir da reingeguckt? Wo wir da reingegriffen haben? Ja, aber ich will ein bisschen mehr machen mit dem Hintergrund. Ich glaube, ich will eigentlich mein ganzes Setup so 180 Grad drehen, dass sich quasi die Kamera an die Wand zeigt. Weil da habe ich keine Dachschräge. Auf der Wand habe ich keine Dachschräge. Da könnte ich höhere Regale nehmen, könnte schöner dekorieren, könnte größere Sachen hinstellen. Äh, da könnte man ein bisschen was noch machen. Oh-oh. Ich sehe überhaupt nicht, was da ist. Ein Loch. Ich hätte jetzt wirklich gerne eine Taschenlampe. Schön langsam. Ich weiß nicht, kriegt man eine Taschenlampe? Wäre schon gut. Gibt es eigentlich Autosave-Feature in Silent Hill 2 Remake? Ich hoffe es. So. Wo sind wir denn jetzt? Keine Orientierung mehr. Wir waren hier unten. Wollen wir mal zu Happy Burger rüber? Da waren wir noch nicht. Oder? Und das wäre gleich ums Eck. Vielleicht können wir da schon rein. Can't choose. Wer can't choose nicht? Ich höre Monster. Er nimmt auch gleich seinen Schläger. Ja. Aha. Komm her. Stehen bleiben. Genau, dass es so feste Save-Punkte gibt, weiß ich schon. Aber Resident Evil 2 arbeitet ja auch, das Remake meine ich jetzt, arbeitet ja auch mit sehr klassischen Save-Punkten. Aber trotzdem gibt es so feste Speicher-Punkte. Äh, Autosave-Punkte meine ich. Die eben zwischendurch mal speichern, wenn man stirbt, damit man nicht wirklich wieder aus dem Safe-Room anfangen muss. Und ich frage mich, ob es die hier auch gibt. Happy Burger! Hallo. Ich würde gerne bestellen. Äh. Ich hätte gerne einen Kaffee. Einen Kaffee für 99 Cent. Das geht ehrlich gesagt. Das sind umgerechnet wahrscheinlich 80 Euro Cent oder sowas. Das ist cool. Schokolade. Oh wow. Ein Schokoladeneis für 99 Cent. Das sind halt noch 90er Jahre Preise, ne? Das ist schon geil. Wie viel kostet denn so der, der, der Big Beef, boah, der Big Beef Burger für 3 Dollar. Es sind ungefähr 2,50. Das ist wahrscheinlich, what? Das sind Preise. Damn it. Nicht schlecht. Hier geben wir öfter Essen, James. Spürst du den Heißhunger? Kannst du einfach nicht anders. Greif zu. Happy Burger. Wir geben dir, was du brauchst. Auf dem Sprung. All unsere Gerichte gibt's auch zum Mitnehmen. Pommes für 79 Cent. Ja, ja, ja. Krasser Scheiß. Boah, ich war jetzt letztens voll witzig. Hallo? Oh. Gleich, gleich erzähle ich die Geschichte. Nein, falsche Taste. Aufhören. Spritzer in den Hals. Oder in den Arm. Kannst du dir aussuchen. Hals wär cooler. Ich will, aber ist okay, James. Ich war jetzt letztens im Baumarkt, weil ich so einen Metall- und Leitungsdetektor für die Wand brauchte, damit man so Elektroleitungen und sowas in der Wand eben scannen kann. Und dann stand ich so vor dem Regal und dann habe ich mir so gedacht, okay, es gibt ein billigeres Gerät für 30 Euro und das teure von Bosch für 60. Und dann habe ich so den Angestellten gefragt und der meinte so, ja gut, von der Leistung her sind die vergleichbar. Bosch hält halt länger, aber basically, äh, wurscht eigentlich, was man nimmt. Wartet. Konzentration. So, auf jeden Fall stand ich dann noch so vor dem Regal und habe mir überlegt, ob ich jetzt das teurere nehmen soll oder nicht. Und dann habe ich gesehen, dass oben auf dem Regal so eine alte, verstaubte Box lag. Also wirklich, die lag da wahrscheinlich schon lange. Und dann habe ich die runtergenommen und dann war das das Bosch-Gerät. Genau das Gleiche, nur in einer größeren Verpackung, uralt und verstaubt, äh, wo noch so ein Schraubenzieher-Set mit ganz vielen verschiedenen Bits und sowas drin war, ne? So ein bisschen Bonus-Klimbimps. Dann habe ich mir, habe ich mir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich ein älteres Modell oder so, keine Ahnung. Und bin dann, äh, damit mal zu einem Verkäufer hin und habe gefragt, ey, wie viel kostet denn das hier? Da steht kein Preis oder sowas. Das gibt es auch sonst nicht im Regal. Und dann hat der das eingescannt und hat gesagt, ja, das kostet 20 Euro. Und dann habe ich gesagt, okay, geil. Das nehme ich mit. Und dann habe ich tatsächlich den, das 60-Euro-Gerät plus Schraubenzieher, äh, Bits und alles mögliche für 20 Euro bekommen, weil das einfach ein sehr altes Gerät war. Das war noch der, das Vor-, also der Vorgänger. Also genau das gleiche Gerät, nur in einer anderen Verpackung, aus einer anderen Zeit. Liegt da wahrscheinlich schon seit 10 Jahren oben auf dem Regal. Und nein, ich habe mich versehentlich geheilt. Das wollte ich nicht. Schade. Naja, genau. Voll cool, oder? Und da habe ich wieder gemerkt, wie teuer einfach alles geworden ist. Es ist einfach crazy. Oh. Kriechloch am Boden. Ich verstehe. Da habe ich mir wieder gedacht, krass, wie das einfach sein kann, dass das Ding mittlerweile dreimal so teuer ist und man kriegt keinen Schraubenzieher mehr dazu. Die Viecher sind voll lame mit ihrer Kopfnussattacke. Ja. Ja. Naja. Es kommen ja noch andere. Das sind ja erst die Standardgegner, ne? Okay, Happy Burger, haben wir durchsucht. Haben wir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich was Cooles gefunden. Irgendwie die Heilung, die ich da drin verbraucht habe, so ein bisschen, ne? Na ja. Dann gehen wir jetzt mal einfach die Straße hoch zu Groovy Music. Und währenddessen schauen wir mal beim Grossmarkt und beim Café Amerika vorbei. USA. Dabei wirkt sie eher wie in London. Ach, guck mal. Waren wir hier nicht schon? Hat hier jemand die Scheiben repariert? Ne, die sind noch ausgeschlagen. Die Frontscheibe konnte ich ja nicht kaputt machen. Die ist stabil. Okay, das hier ist das Café Amerika. Meinen die damit nur das Land, das sich immer gern selber als Amerika bezeichnet oder den ganzen Kontinent? Man weiß es nicht. Aber der Vorhang ist leider aus Stahl. Da kommen wir nicht rein. Guck mal, da ist eine Flasche. Wollen wir die klauen? Ne, anscheinend nicht. Ich hau einfach mal Scheiben ein hier. Okay, ich glaube, ins Café Amerika kommen wir nicht so ohne weiteres. Ne, da ist auch ein X. Guck mal. Interessant. Dann schau ich mal gegenüber noch rein. Oh. 50% reduziert. Ja, ist auch ziemlich schimmelig alles. Da finde ich 50% reduziert immer noch ein bisschen teuer. Ist zugesperrt. Die Kürbisse 30% billiger. Vielleicht könnte man die sogar noch essen, aber... 30% billiger, ey. Weiß ich nicht. Da muss ich mal noch mal jetzt gucken, weil das ist jetzt... Das ist noch nicht durchgestrichen auf der Minimap. Vielleicht finden wir noch einen Eingang. Aber vielleicht auch nicht. Aha! Käfer. Oh, wir brauchen eine Zahlenkombination. Bestimmt ist es 1, 2, 3, 4. Das wäre so lustig. 1, 1, 1, 1. Äh, wann ist Silent Hill erschienen? In welchem Jahr ist Silent Hill 2 erschienen? Alexa? In welchem Jahr ist Silent Hill 2 erschienen? Hier ist eine Antwort von einem Alexa-Ansers-Nutzer, die ich übersetzt habe. Es wurde am 16. Mai 2003 veröffentlicht. 2003, am 16. Mai. Das räumt sich. Okay, das 16. Mai im... im... im Amerikanischen wäre 0, 3, 1, 6. Vielleicht 0, 3, 0, 3. Lied. 1, 3, 3... Äh? Na komm. 3, 3, 7. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Nein! Was? 4, 4, 4 war wirklich... War das jetzt ein Spoiler? JD? War das jetzt ein Spoiler von dir? Oder war das wirklich nur lustig geraten? I take it. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so wild. Aber bitte mit Spoiler zurückhalten, wenn ihr das wusstet. Wenn ihr so Sachen wisst. Oh, Pinguin-Pistole. Ja, alle Alexas von euch haben euch jetzt gesagt, wann Saletil erschienen ist. Zwei haben euch wahrscheinlich noch irgendein Kochrezept mitgeteilt. Und einer hat gesagt, das weiß ich leider nicht. Möchtest du Saletil 2 Remastered jetzt kaufen? Das ist so ein Klischee, dass das Alexa dauernd macht, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist mir, glaube ich, erst einmal passiert in all den Alexa-Jahren, dass die irgendwas auf Amazon-Shopping-Kaufen wollte, was ich angesprochen habe. Das passiert tatsächlich nicht so oft. Äh, äh, oft. Habt ihr das Spiel noch nicht gespielt? War es wirklich geraten? Dann ist es fair game. Dann ist es fair game, finde ich. Wenn es wirklich geraten war, dann ist alles cool. Danke fürs Reihenfolgen, Juggernaut. Okay. Gegenüber haben wir auch zwei Eckläden, die wir uns anschauen können. Lucky Late Restaurant. Natürlich auch wieder verschlossen. Ja, da hat der Kantenschneider leider keine Tücher hingelegt. Da können wir nicht durchgehen, ne? James, muss ich da an die Regeln halten. Keine Kantentücher, kein Eingang. Schade. Ah, ich wollte gerade schreien, Hintereingang, aber stimmt gar nicht. James, können wir die Münzen hier klauen vielleicht? Nee, auch keine Zeitung. Schade. Gehen wir mal gegenüber noch rein. Was hast du gegen Fenster? Ja. Ich hab ein traumatisches Ereignis mit einem Fenster als Kind gehabt. Ich hasse Fenster, so wie Chris Felsbrocken. Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn erwartet, nicht mehr herzukommen. Äh, Quatsch. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Danke fürs Reihenfolgen, Jenny. Äh, das ist der aufgest... Äh, dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht, aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Immer wenn ich ihn ansah, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer darunter ist, wartet nur darauf, herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn es passiert. Was war das jetzt? Ach so, Gesundheitstrank. Oh oh, Zombie-Kerl. Aber guck mal, die Tür ist wirklich... Ich weiß nicht genau. Da kommt niemand durch. Wir die Tür. Komm her, komm her, Zombie-Kerl. Beste Kampf-Kamera ever. Aber das Spiel ist mir leider wirklich in manchen Ecken ein bisschen zu dunkel. Ich sehe halt einfach wirklich... Überhaupt nichts, ey. Haben wir jetzt da drin irgendwas gefunden? Warum waren wir jetzt überhaupt da drin? Wo sind wir? Hä? Ist das vielleicht ein Durchgang, den wir später mal brauchen oder so? Später im Spiel, damit wir in eine andere Straße kommen oder irgendwas? War jetzt eine Heilung, ne? Sonst nix. Und eine Notiz über einen gruseligen Maskenmann. Okay, weiter. Äh, direkt hinter uns. Groovy Music. Let's go. Kann man die alten Silent Hill-Spiele für PC noch irgendwo kaufen? Ja. Äh, teilweise geht das zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man original Silent Hill-Spiele für PC noch irgendwo kriegt. Vielleicht Good Old Gangs oder so? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube zumindest. Oder täusche ich mich da jetzt? Ich weiß, dass du den vierten Teil kriegst. Oh, wo kommst du denn her? Ah! 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 PS2-Emulator und dann geht's los. Ja, das geht zur Not immer, aber ich dachte, aber ich kann's dir jetzt nicht sicher sagen. Musst du mal googeln, musst du mal gucken. Gleich bring ich's durcheinander. Aber Good Old Games ist, wenn, dann immer eine gute Anlaufstelle für sowas. Äh, Käfer oder was? Ich seh die Käfer immer nicht. Die Käfer waren ja im Original so ziemlich die einzigen Gegnertypen, die nicht wirklich in James' Psyche gepasst haben, in die Interpretation. Und da hat man so ein bisschen gesagt, das sind so die Überbleibsel aus dem ersten. Das ist so der erste Teil, der dann noch ein bisschen in den zweiten mit reinblutet. In Wirklichkeit, ne, ist es halt einfach letztendlich doch noch ein Videospiel. Man braucht einfach Gegner. Das ist halt die, die außerhalb der Lore-Erklärung. Aber ja, okay. Hello! Ist hier irgendwas? Loot oder so? Oder eine Tür? Nein? Na gut. No smoking inside. Okay. Don't dead open inside. Gegenüber müssen wir eigentlich hin. Dann schauen wir doch mal. Ich finde die Soundkulisse zwar in der Stadt eigentlich ganz cool, aber mir fällt auf, dass immer wieder der gleiche, das gleiche hochschaukeln, das dann mit so einem Wow endet, äh, kommt. In relativ hoher Frequenz. Und dann, dann verliert das halt sehr schnell so seinen Schockwert, ne? Wenn es immer wieder das gleiche ist. Bei den ersten zwei Mal dachte ich mir noch so, oh Gott, kommt da was? Ist da was? Hallo? Ich höre Monstergeräusche, aber wo? Rein? Müssen wir rein? Geronimo! Wo bist du? Aha, da hinten. Ich sehe dich. Ah, und noch was. Okay. Oh, angespuckt und gehadbuttet. Geh hin, James. Kick es. Gut gemacht. Hauen wir uns eine Spritze rein. Nein, hey, das wird mir, wird mir das ganze Spiel lang versehen. Ich werde unendlich viel Heilung verschwenden, weil ich, weil ich eigentlich auf die Karte schauen will und andersrum. Andersrum ist es nicht schlimm, aber, ah, ich hasse es jetzt schon. Ich hau mal den Schrank ein. Bam. Schallplatten. Aber scheinbar nicht die, die wir brauchen. Bei Good Old Games leider nur Homecoming gesehen. The Room habe ich aber safe auch auf Good Old Games gekauft. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber kann sein, dass es den zweiten dann nicht mehr gibt. Leider, leider. Achso, du meintest The Room und nicht Homecoming. Ja, okay, alles klar. Umbelegen. Ah, jetzt ist es zu spät für Umbelegen. Dann komme ich noch mehr durcheinander. Neulich kam der Hausmeister an. Sturzbesoffen und verheult. Hatte eine halbe Stunde Schallplatten dabei und schrie uns an. Was? Eine halbe Schallplatte? Wie komme ich denn auf Stunde? Hatte eine halbe Schallplatte dabei und schrie uns an, dass wir sie unbedingt reparieren müssen. Ich war drauf und dran, ihm den Gefallen zu tun. Allein schon, damit er die Klappe hält. Aber als ich den Kleber aus dem Schrank geholt habe, ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er nur die halbe Platte dabei hat. Dann ist er wortlos rausgerannt und hat sie hier gelassen. Mit einer halben Schallplatte kann ich nicht viel anfangen. Frag doch mal bei Nellys nach, wenn du das nächste Mal da bist. Vielleicht gehört sie ja ihnen. Okay. Ne, ich spiele Xbox mit dem Xbox-Controller. Ich habe mir die Karte direkt aufs Dreieck gelegt. Da gehört sie hin. Hey, in dem Tutorial vorher stand eigentlich, dass ich zur Heilung Y gedrückt halten soll. Und das finde ich gut, dass wenn ich mich mal kurz, ne, wenn ich mich kurz verdrücke, dass er sich nicht gleich heilt. Aber irgendwie, weiß ich es jetzt auch nicht. Magnetische Zielhilfe. Na gut. Ne, ist schon okay. Ich krieg's schon hin. Ich krieg's schon hin. Chillige, chillige Beck's Room Launch. Und hier haben wir die zweite halbe Schallplatte. Und Kleber. Vinylkleber. Kann man wirklich einfach zerbrochene Schallplatten wieder kleben? Ich glaub's dem Spiel. Ich glaub's dem Spiel. Keine Ahnung. Aber weird. Die Vorstellung. Warum wollte James grad da rüberhauen nochmal? Das hört man doch, oder? Da springt doch dann die Platte. Wer weiß, wer weiß. Gedrückt ist Injektion, kurzes Teiltrank. Echt? Ich hab aber safe. Immer nur kurz gedrückt. Und er hat sich trotzdem Spritzen reingehauen. Aber wer weiß, wie kurz. Ähm. Genau. Muss ich das jetzt kombinieren eigentlich? Ja. Kleber. Plus Schallplatte. Plus. Zweifelplatte. Und bam. Hey, die spielt doch. Guckt euch an. Guckt euch. Das spielt doch kein Schallplattenspieler mehr. Das ist ja lächerlich. Guckt euch den Bartz an, der da drumherum ist. Warum? Ich mein, I guess. Man kann die vielleicht noch irgendwo dekorativ oder so. Aber das kann man sich doch nicht mehr anhören. Was ist das? Ah, okay. Whatever. Musik führt dich zurück zu den wunderschönen Momenten, die du verloren geglaubt hast. Wow. Guckt euch mal. Ach so. Das ist irgendwie zu genagelt oder so. Ich dachte gerade, da ist voll das arzy Fenster in so einem Muster irgendwie in die Wand gestanzt. Naja. Bis jetzt muss man in dem Spiel echt viel Scheiben kaputt machen. Du warst tot? Ich bin eigenhändig auf dir rumgetrampelt. Können, können, können Gegner? Ne, das ist gescriptet, weil der andere hat sich aufgelöst. Okay, gut. Ich war mir nicht sicher, ob das, ob das wirklich passieren kann, dass Gegner einfach wieder aufstehen. Lass dich von der Musik mitreißen. Finde die Melodie deiner Träume und schwing das Tanzbein. Ja, 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 ja. Silent Hill Pro Skater. Da, 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 da. Okay, gehen wir mal einfach runter, wieder zurück zur Bahn, ne? Gucken wir mal. Ich höre. Ich höre. You want stars? I'll give you stars. I'll give you stars. So. Aber unseren persönlichen Nemesis haben wir noch gar nicht getroffen. Mal gucken, wer da wem Stars gibt. Die müssen wir in die, in die Duke Box legen, aus irgendeinem Grund. Nein! Trinkt das nicht! Trinkt das nicht! Dammit. Aufhören! Oh Gott. Wir sollten einen Counter machen. Kann jemand mitzählen? Wir sind jetzt bei zwei Heiltränken, die wir verschwendet haben. Mal gucken, ob wir dreistellig werden, bis wir das Spiel durchgespielt haben. Okay, erstmal speichern, den verschwendeten Heiltrank. Der ist weg, den kriegen wir nicht wieder. Bam! Okay. Okay. So. Muss ich jetzt irgendwie hier... Wie funktioniert das? Ausrüstung, Karte, Notizen, Schlüsselobjekte, Schallplatte. Lesen, untersuchen, benutzen. Gehört die nicht hier rein? Aha! Ich muss erst den Schallplattenspieler wieder reparieren. So ist das nämlich. Und jetzt hören wir uns mal an, warum der Kerl so wütend war und so geweint hat deswegen. Oh, äh, wir haben jetzt die Schallplatte Nummer zwei. Ah ja, genau. Und wir haben ja auch den Knopf Nummer zwei gefunden, glücklicherweise. Sehr gut. Jedes Mal, wenn du deinen Heiltrank verwendest, musst du fünf Kniebeugen machen. Oh Gott, nee, das schaffe ich nicht. Oh nein, müssen wir eine Münze einwerfen? Ich weiß nicht, ob wir eine Münze haben. C. Zwei. Shit. Kein Objekt. Wir brauchen noch eine Münze! Wo kriegen wir jetzt eine Münze her? Ich würde sagen, ich hau einfach mal mit meinem Stock auf die Kasse hier. Gib mir eine Münze! Shit, wo kriegen wir jetzt eine Münze her? Ja, von der Münze habe ich nie irgendwo was gelesen oder gesehen, ne? Aber, hm. Wo wird es am ersten Münzen geben? Eigentlich überall. Shit. Aber die beiden sind abgehakt, ne? Anscheinend haben wir keine Münze in der Tasche, ne? Oh, warte mal. Ich guck mal, vielleicht haben wir einen Geldbeutel irgendwo. Und dann, unter Persönliches. Ne, schade. Es ist eindeutig Marys Handschrift. Die Kammer fälschen, James. Foto von Mary. Ein Foto aus der Zeit, als sie noch gesund war. Ja, da müssen wir, befürchte ich, noch mal irgendwie suchen, oder? Happy Burger. Da sind die Orte, die noch nicht... Da hinten, Restaurant Gonzales. Da waren wir auch noch nicht. Da könnten wir auch noch hinschauen. Restaurant, sagt er auch. Ja, blöd, ne? Aber gut, gehen wir ins Restaurant. Restaurante. Sagen wir mal, genau. Wenn hier jetzt die Straße nicht gleich irgendwie endet, dann wird das schon richtig sein. Das hast du jetzt davon. Äh, TD. Delivery. Post. Einfach die Post. Na dann. Ich hasse die Post. Ich bring dauernd Rechnungen und so Zeugs. Ohne die Post wären wir alle glücklicher. Niemand müsste mir irgendwas bezahlen. Äh. Oh oh. Ich hör Radio gefunden, Lunsel. Ah, ist nur ein Käfer. Können die eigentlich was tun, die Käfer? Ich will's nicht drauf ankommen lassen, aber... Bis jetzt. Der Adler ist gelandet. Ah, sehr gut. Sehr gut. Futschi war heute nämlich noch nicht groß auf dem Klo. Der hat noch keinen Haufen gemacht. Ich hab mir schon Sorgen gemacht, weil normalerweise kann man die Uhr danach stellen, jeden Morgen. Und bei so gefräsigen Hunden, und der ist sehr gefräsig, ist das immer gefährlich mit Darmverschluss und so Geschichten. Da muss man echt aufpassen. Aber in dem Fall... Wo denn? Aha. War alles gut. Ich steig mal lieber ein bisschen öfter drauf, ne? Damit wir nicht so böse Überraschungen erf... Äh, 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 äh. So, und jetzt lesen wir hier von der Münze. Du wirst sehen, früher oder später. Wirst du es sehen. Oh, guck mal, da ist tatsächlich was drauf ein. Dann... Weiß ich nicht. Landsquid. Checked from... Hä? 0000 bis 4013 sind überprüft. Hat fast zwei Stunden gedauert. Ich musste rennen. 4014 bis 44319 sind überprüft. Ich musste schon wieder rennen. Ich bin so nah dran. Ich spüre es einfach. Von was redest du, komischer, toter Truckfahrer? Aber das hat mich jetzt gerade auf eine Idee gebracht. Vielleicht muss ich irgendwelche Objekte, die ich habe, umdrehen und auf der Rückseite klebt eine Münze. Zum Beispiel... Hier. Beim Streichholz-Dingens. Die kann ich nicht umdrehen. Okay. Hm. Ich weiß auch nicht, warum eine Münze auf der Rückseite sein sollte. Aber... Es könnte sein. Radio. Kann ich was mit dem Radio machen? Ne, ich kann es nur ausschalten. Aber warum sollte ich? Hier Kugeln, Pistolen, Munition, Notizen, Karte, Medizin. Ist da eine Münze? Hat uns Mary eine Münze in den Brief gelegt? Ach, shit. Ja, okay. Dann müssen wir weitersuchen. Ach, das war der Hinweis für den Türcode 4444. Hm, 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 hm. Ja, ich habe sogar schon mal auf den Zeitungsautomaten gekloppt. Da haben wir leider auch keine Münze bekommen. Okay, hier geht es nicht weiter. Na gut, Leute, keine Ahnung. Ich laufe jetzt einfach mal alle Wege ab, die wir noch gehen könnten, theoretisch. Und dann werden wir schon eine Münze finden. Eine Münze, ey. Wegen einer Münze. Gehen wir noch mal zu Happy Burger rein. Mal gucken. Ob ich da was übersehen habe. Da ist der Zettel. Den kennen wir leider schon. Ich habe mich für einen kurzen Moment gefreut. Hier wäre die Kasse noch verschlossen. Aber bringt mir leider auch nichts. Ha, manche Gegner bleiben tatsächlich liegen. Aber nicht alle, ne? Ich frage mich jetzt, ob alle theoretisch wieder aufstehen können. Oder ob das gerade vorher nur geskriptet war. Nein, ich nicht. Ja, eben leider nicht. Das wäre auch mein Plan, ne? Wo kriegt man denn eine Münze her? Aus den Kassenhalter war irgendwie, ne. Spiel sagt nein. Okay, ich hau noch mal den Zeitungskasten hier. Ich denke wahrscheinlich zu logisch. Wo kriegt man unlogischerweise Münzen her? Was ist der Ort, wo ich am wenigsten eine Münze erwarten würde? Das ist eine gute Frage. Wo würde man am wenigsten eine Münze erwarten? Auf dem Mond. Im Kern der Sonne. Da müssen wir hin. Na komm. Da muss doch safe eine Münze rauskommen. Ich habe noch einen eingekreisten Laden. Real Talk. Oh, wartet mal. Ja, aber das... Ah, Café Texas. Jawoll. Aha, dankeschön. Habe ich voll übersehen. Auf zum Café Texas. Habe ich wirklich vor lauter Gekritzel gar nicht wahrgenommen. Einfach ans Ende der Straße. Schauen wir mal. So wie ich Silent Hill kenne, ziehst du die Münze aus einem Loch in der Wand. Ja, da haben wir... Was hatten wir daher? Eine Taste für einen Automaten. Für die Duke Box, die Taste, die wir brauchen. Die haben wir aus einem Loch in der Wand gezogen. Ja. Wo denn? Ich höre Monster. Versteck dich nicht. Ich weiß genau, dass du hier irgendwo bist. Du kannst meinem Schläger nicht entkommen. Oder aus einer siffigen Toilette. Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Okay. Auf geht's. Hallo. Ich suche nach einer Münze. Ach, guck mal. Und hier kann ich die Registrierkasse irgendwie bedienen. Anschalten. Ausschalten. Anschalten. Enter. Und ich krieg ne Rechnung. Oh oh. Was? Wo denn? Ah. Nein, bleib jetzt hier. Ja. Okay, das war einfach. Aber das ist sogar extra eine Münze für die Bar, ne? Yeah. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, Scheiben einschlagen macht schon ziemlich Spaß in dem Spiel. Keine Ahnung. Aber Scheiben einschlagen ist schön. Okay, dann zurück zur Bar. Ah, das war das letzte, das wir jetzt noch gebraucht haben. Genau. Einfach hier. Let's go. Bleib liegen. Danke. Ich höre. Aber ich sehe nicht. Ich höre auch nichts mehr. Da war irgendwie ein Monster in der Nähe, aber scheinbar zu weit weg. Naja, ist auch gut. Vaporisieren. Die Scheiben vaporisieren. Genau, das trifft es besser. Verdunsten. Wir schlagen mit so hoher Kraft zu, dass die einfach so heiß werden, dass die einfach sofort verdunsten. Ich will speichern, bitte. Danke. So, jetzt haben wir die Münze. Und somit können wir das Jukebox-Rätsel lösen. I guess. Also, wo ist mein Cursor? Da. Münze in den Schlitz. Wir nehmen C2. Muss ich noch was machen? Nee. Nö, noch keine Maria bis jetzt. Oh Gott. Was ist da? Am Hauli verschluckt. Heart on the Wake. Heart on the Wake. Heart on the Wake. Ich habe den ganzen Tag da. Realisiert. Ah, shit. Wir haben das Schlüsselloch dafür schon gesehen. Ich stand schon vor der Tür. Ist das nicht sogar hier? Das ist hier in der Bar. Ja, ja. Dann speichern wir nochmal. Ich glaube, Aggression können... Ja, ja. Definitiv. Aggression kann schon ein Begleitsymptom von Depression sein. Weil man einfach eine kurze Zündschnur hat. Weil man einfach psychisch nicht sehr belastungsfähig ist. In einer depressiven Zeit. Hi, Arthur. So früh und schon so lange. Ja, ja. Heute fangen wir früher an, damit wir ein bisschen was schaffen hier bei Silent Hill 2. Das ist halt wie bei vielen so psychischen Geschichten, dass... Äh... Auch Depression sich letztendlich bei jedem anders zeigt. Okay. Lesen wir das dann. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge. Er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen. Verzeihung. Also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, es ist der türkisgrüne mit dem Kennzeichen, dass er auf 06 endet. Vermutlich werden da nicht so viele Autos sein, aber ich schreibe es mir mal schnell auf. Wartet mal. Na, Kugelschreiber. Lass mich jetzt nicht im Stich. Grün 06 Auto. Halt, stopp. Ja, ist jetzt wurscht. Aber in Zukunft muss ich echt dran denken, dass ich alle, äh, umdrehe. Alle Notizen umdrehe. Wir haben tatsächlich schon eine zweite Seite mal gefunden, ne? Okay, das ist er nicht. Der ist nicht türkisgrün. Aber vielleicht ist der auch einfach schon so durchgerostet, ne? Man weiß es nicht. Aha! Grün. Und ich höre monströse Störungen. Käfer! Irgendwie schön gemacht, wie die Käfer zerbratzeln. Das gefällt mir. Aber ich höre noch mehr. Ich, ich... Ah, da ist ein Käfer. Ich verwechsel immer die Blätter, die da so durch die Luft fliegen, mit Käfern und andersrum. Ich fand mal nicht das richtige Auto, oder? Endet das Nummernschild auf 06? Ne. Na gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte... Ich war das falsche Auto. Kann ja mal passieren. Hier haben wir nochmal ein grünes Auto, das mit 2,6 aufhört. Das ist es auch nicht. Hä? Aber irgendwie schon. Ne. War nur eine Heilung drin. Na gut. Nehmen wir auch. Oh. Hab ich grad die Kratzer da ins Auto gemacht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Tatsächlich. Guckt mal. Oh, das ist schön irgendwie. Nettes Detail. Dass man den Lack so zerkratzen kann. Auto Demolition Simulator. Yes. Hab ich grad die Rücklichter auch kaputt gemacht. Oh, das wär... Ey, das würde mir so Spaß machen. Stellt euch vor, das hätte eine richtig gute Zerstörungsphysik. Man könnte die Autos wirklich so komplett kaputt hauen, wenn man nur lang genug dran rumhaut. Aber so richtig Dellen und Verkleidung abhauen und alles zerlegen. Ich hab voll Spaß dran. Ich glaub, ich würd... Ich würd stundenlang Autos klein hauen. Bisher find ich's ganz gut. Bisher find ich's wirklich ganz gut. Macht echt Spaß. Ich find nur das grüne Auto grad nicht. Aber bisher ist es wirklich sehr unterhaltsam. Aha! Türkis Grün. 06. Blutspur. Ich glaub, wir sollten erst kämpfen. Oh, shit. Wir sind umzingelt. Na, hau denn doch! Du Arschloch! Okay, haben wir alle getötet. Das sieht so aus. Aber die Musik hört nicht auf. Wow! Okay, warte mal. Was haben wir da gefunden? Woodside Apartment. Okay. In die Augen! Ganz genau. Einfach, wenn's geht, die Straße lang. Gegen den Sturm. Gegen den Sturm. Einfach schwimmen. Ich glaub, ich glaub, ich kämpf jetzt gar nicht mehr lange, oder? Jetzt wird einfach gelaufen. Wie in guten alten Zeiten. Ich muss noch kurz gucken. Ja, wir sind fast da. Ab hier können wir schon mal das Auge nach Öffnungen offen halten. Ich hab jetzt ganz ehrlich mit einer Ladezeit gerechnet. Ich hätt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt nahtlos von der Straße in das Gebäude gehen. Cool. So, Karte haben wir auch. Hängt da ein Schlüssel noch? Ne, ist nur ein komischer Fleck. Cool. Dann sind wir jetzt im ersten Dungeon, wenn man so will. Quasi erstes Level mehr oder weniger abgeschlossen da draußen. Jetzt geht's hier drin weiter. Hey, machen wir schnell fünf Minuten Pinkelpause. Ich hol mir neue Getränke und so weiter. Chris? Stop it! Go to hell! Und dann geht's gleich weiter im Apartment. Kurze Pause. So. So. Weiter geht's, würde ich sagen. Ich mach mir ein 50 Liter schweres Holy Fass. Ja. Brauchen wir heute noch. Ja. Nee, ich hab schnell noch ein bisschen, so, ich wollt schnell so zwei, drei Gabeln vom Mittagessen, die Reste, so die Nudeln essen. Und dann ist mir natürlich, aus der Pfanne hab ich gegessen, hab ich's irgendwie geschafft, dass ich den, den großen Kochlöffel, der in der Pfanne war, so hebelmäßig so in die Luft katapultiert hat und Soße über den ganzen Küchenboden gespritzt ist. Und jetzt musste ich noch schnell den Küchenboden wischen, ein bisschen. Hat ein bisschen länger gedauert jetzt. Man kennt's. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaub, ich wollt Monster mit dem Knüppel verhauen. Dafür gibt's Haustiere. Ja, der Fuji darf nicht, der Hund darf nicht in die Küche. Das ist der einzige Raum, wo er nicht rein darf. Die Katzen haben beim Aufwischen ein bisschen geholfen. Netterweise. Da sind die sehr zuverlässig, wenn es um das geht. Aber Fuji hatte grad selber sein Mittagessen, den hat's gar nicht so sehr interessiert. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal hier um. Hi, Nonne. Und hallo, Lars. Im Apartment, gucken wir mal. Wir sind hier. Gibt viele, viele Wege, die wir jetzt beschreiten können. Hey, ich muss irgendwie echt mal den Bildschirm sauber machen. Ohne Scheiß. Es spiegelt so krass und da sind so viele Flecken. Ich seh das halbe Spiel nicht. Ich glaub, ich mach's nachher jetzt mal ein bisschen heller, einen Ticken heller. Drei helle Münzen. Mehr konnte ich nicht lesen. Drei glänzende Münzen, fünf Löcher darin. Unter dem Baum sitzen sie, sinkt vor sich hin. Der Wind, er weht der Magd in den Rücken. Alleine wächst das Blümelein voller Entzücken. Und dann kam der Mann, so edel und schmal, mit goldenen Augen, im Mondlicht aschfahl. Schönes Gedicht. Wie ist das auf Englisch? Three bright coins in the five holes be, first sit the metal underneath the tree. Ist ein bisschen, ich hab das Gefühl, auf Englisch ist das ein bisschen geschmeidiger. The wind from behind the maid doth blow, a beautiful flower alone has to grow. And here comes the man, so sleek and so fine, in the pale moonlight his eyes doth shine. Okay, ein schönes Gedicht. Ich find Englisch tatsächlich ein bisschen, naja, es ist ein bisschen geschmeidiger. Aber so Gedichte übersetzen ist natürlich schwer. Wahrscheinlich nix, was man für das Budget von so einer herkömmlichen Videospielübersetzung mal irgendwie sich viel Zeit dafür nimmt. Ja, ich find so alte, so Gedichte, das war ja auch mit Thou und sowas geschrieben. Das muss man so britisch lesen. Selber Quack. Danke für die 30 Quacks. Mega Adam. The moon light shine, though the boy may be so fine. Oder so ähnlich. Ey, ja, ich muss mal Gamma hochschalten. Ich bin hier, ich laufe hier blind durch das Gebäude. Draußen ging es noch, aber hier wird es ein bisschen lächerlich bei mir. Gamma, Gamma, Gamma. Ich hab Gamma tatsächlich, oh, es ist zu hell, macht die Stimmung kaputt, ne? Aber ich brauche, ich muss jetzt, ich muss was sehen einfach auch. Ja, es ist ein bisschen besser bei mir. Aha. Pistolenmunition. Ich hab noch keine Pistole, aber schon viel Munition. Mein Radio macht leichte Klickgeräusche ab und zu. Müssen wir ins obere Stockwerk? Ich glaub hier unten, ah ja, da muss ich noch gegen das Gitter laufen. Wow. Und dann sehen wir, dass es jetzt hier nicht weiter geht. Ach so, genau, hinten, hinterm Safe Room geht es vielleicht noch raus. Oh, ich kann den Fernseher einhauen. Damn, damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Es geht nur einmal. Okay. Ne, hier geht's auch nicht mehr weiter. Hier war nur die, die Gedichtbox. Okay, na dann. Hoch. Die Stufe. Let's go. Komm nur her, ich hab einen Stock. Und ich werde ihn benutzen. So war mir die Tentakel helfen. Oh, das ist schön gemacht, ne? Diese offenstehende Tür im dunklen, im dunklen Gang. So ein bisschen Licht, das von innen drauf scheint. Gefällt mir. Ich geh erstmal woanders hin. Das Spiel sagt nein. Na dann. Okay. Okay. Und jetzt, wusch, haut die Tür zu. Nein. Schaufensterpuppen. Ah, wir wissen genau, was jetzt passiert. Erstens kriege ich endlich eine Taschenlampe. Und zweitens kommen neue Gegnertypen. Z-Zoom. Drücke schnell A. Okay. Ich hab schnell A gedrückt. Okay, jetzt haben wir die Taschenlampe. Das ist gut. Jetzt seh ich endlich was. Und wir haben den Schlüssel Chut. Das ist so ein, ähm so ein Schacht, ne? So ein Müllschacht. Wie ist groß. Ich hoffe, es ist nicht Chris' Klau. Wer, wer hat hier was wann, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Weirder Raum auch einfach. Also jetzt, unabhängig von den Monstern mal so. Wer hat hier in der Küche Schaufensterpuppen zerschnibbelt? Ha. Das weiß ich nicht, Digga. Weirdes Hobby. Oh Gott, ey. Ich möchte nicht in einem Haus mit Schaufensterpuppen leben. Stellt euch vor, ihr geht nachts pinkeln und vergesst, dass ihr irgendwo eine Puppe hingestellt habt. Ich hasse Spiegel. Bam! James, der Glashasser. Das ist auch metaphorisch gut, weil wir unser Spiegelbild nicht sehen wollen. Das habe ich vorher schon als Interpretation für irgendwas gesagt, ne? Da gibt es voll ein Ghetto. Hi! Okay. Meine Taschenlampe brennt. Da, 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 da. Zimmer 201. Ist leider nicht der Müllschacht. Das hätte ja sein können. Wo ist denn ein Müllschacht? Ich habe noch nie wie ein Müllschacht gesehen. Moment. Müllschacht-Hof-Schlüssel. Okay. Hof-Schlüssel. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal hoch, ne? Oben wird nicht der Hof sein. Aber wir waren hier noch nicht. Gucken wir mal. Hey, Alaya. Dankeschön auch dir fürs Vollern. Schön, dass du mit dabei bist. Versuch 50 Mal verschlossene Türen zu öffnen. Waren es wirklich schon 50? Krass. Ich hoffe, man kriegt ein Achievement, wenn man 100 Mal versehentlich Heilung nimmt, obwohl man es gar nicht müsste. Immerhin. Immerhin geht man nicht ganz umsonst nach oben. Es gibt Pistolenmunition. Wenn wir jetzt so einen Bad Greifhaken hätten, ne? Könnten wir uns aufs Dach schwingen. Meint ihr, es gibt so Städte wie Silent Hill in den USA wirklich? Also ich meine jetzt nicht so übernatürlich mit Monstern und so. Aber ich meine so komplett verlassene Städte. Geisterstädte. So komplette Geisterstädte. Aber da könnte man voll die coole Homebase einrichten, so. Irgendwie. Aber wahrscheinlich gibt es meistens Gründe, wenn es so Geisterstädte gibt. Es gibt so alte Wildwest-Geisterstädte, ne? Aber, hm. Weiß ich nicht. Ne, ne. Pyramid haben wir noch gar nicht gesehen bis jetzt. Jupp, definitiv etliche. Ja, gibt es. In Texas gibt es ein paar sogar. Hey, warum klemmt denn die keiner? Wirklich? Ich meine, wenn ich jetzt so ein verrückter Sektenführer wäre, würde ich doch sofort so eine verlassene Stadt einfach einnehmen. Ist doch voll cool. Sehr geehrte Anwohnerin, bezüglich Ihrer Beschwerde über die Schüsse aus Apartment 217 haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert, dass er keine Schusswaffe besitzt. Also, Zimmer 217 kriegen wir eine Schusswaffe. Sehr gut. Er war sehr operativ und gewährt uns Zugang zum Apartment. Er hatte Recht, denn wir haben keine Waffe und auch keine Spuren vom Waffengebrauch gefunden. Sollten die Geräusche andauern, informieren Sie bitte den Hausmeister. Mit freundlichen Grüßen die Verwaltung der Woodside Apartments. Ach, guck mal, er hat sogar schon, es ist schön, da kommt immer so eine kleine Animation, wo man sieht, wie er irgendwas so auf der Karte so kurz so macht. Nett. Nett, nett, nett. Okay, speichern wir nochmal, komm, wenn wir jetzt hier schon Safe Raum haben. Safe Raum. Ja, gibt es als prominentes Beispiel fällt mir da die Stadt ein, in der ein Feuer in einer Kohlemine ausgebrochen ist und bis heute unter der Stadt brennt. Oh, das gibt es, das ist ja irgendwie nice, also voll scheiße und so, aber voll cool. Im Frankreich gibt es eine kleine Stadt, die aufgegeben wurde und heute ist sie ein Software-Spielgelände. Ja, genau so was, ne, das ist geil. Ein Software-Spielgelände, so eine verlassene Geisterstadt, das ist ja mega nice. Also, es ist vielleicht auch ein bisschen gefährlich. Ich, I guess, da sind manche Gebäude irgendwie präpariert dafür geworden, ne? Aber ja. Okay, cool. Okay, wo müssen wir jetzt mit dem Schlüssel hin? Und, äh, äh, hast du zufällig eine Markierung gemacht für das? Rosewater Park. Wie wechsle ich denn Stockwerke hier so? 2-0-1? Aber 2-0-1 war verschlossen. Warum ist da jetzt ein Kreis? Ich hab keinen Schlüssel für 2-0-1. Oder? War schon ein paar Mal dort, ist echt nice und die Gebäude werden auch gewartet. Daher, das ist, das ist wirklich voll cool. Also, jetzt guckt mal, hier wird die Box eingekreist, ist klar, aber da können wir noch nichts machen, ne? Wir können den Schlüssel wahrscheinlich nicht in die Löcher stecken. Gut. Dann geh ich jetzt einfach mal noch mal ein bisschen hier alles ab. Vielleicht passt der Schlüssel ja hier. Tatsächlich. Na also. Problem gelöst. Müllschacht. Das ist irgendwie praktisch und echt widerlich gleichzeitig, oder? Dass es sowas gibt in den USA so im Hausflur Schächte, wo du deinen Hausmüll reinwürfst in so großen Apartments und dann fällt das einfach runter in die Tonne. Egal wie voll es da unten ist oder ob da der Container gerade steht oder nicht. Ah ja, okay. Also Müllklappe außer Betrieb. Bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Ja, okay. Halt, stopp. Ich sehe schon. Wollen wir da wirklich schon rein? Ich schaue mich noch eben kurz hier draußen um. James, spring noch mal runter, wenn es geht. Ja, gut gemacht. Guter Mann, James. Aha. Ein, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ein Kriechgitter, aber da können wir nicht kriechen. Müllklappen gab es sogar schon in DDR-Hochhäusern. Ach, guck. Da habe ich neulich eine, von Two Bought Guys, glaube ich, war es eine coole Doku gesehen über das unzerstörbare DDR-Glas. So eins hätte ich tatsächlich gerne. Das ist ja mega nice. Super stabile, dünne, leichte Gläser, die, äh, die die DDR quasi in den Westen exportieren wollte und im Westen, im Kapitalismus, ne, haben die Leute natürlich gesagt, so, was wollen wir denn mit unzerstörbaren Gläsern? Die sollen ja kaputt gehen, damit wir die neu verkaufen können. Ja. Aber hätte ich gern. Gibt ja noch die Restbestände zu kaufen. Na, da muss ich echt mal gucken. Oh, oh, ich höre, ich höre lauter werdende Musik. Bevor wir das hier lesen, müssen wir, glaube ich, eine Schaufensterpuppe auf den Kopf hauen. Moment, die haben keine Köpfe. Die haben keine Augen. Dam, dam, dam. Dann sind wir machtlos. Hau den Spiegel kaputt. Wow. Habe ich gerade ernsthaft eine Fliese aus der Wand gehauen? Oder habe ich mir das eingebildet? Na, jetzt funktioniert es nicht mehr. Aber die Scheibe haut er kaputt. Die hat sogar Auto-Aim auf Scheiben. Das finde ich schon lustig. Nee, ich habe wahrscheinlich nicht wirklich gerade eine Fliese aus der Wand gehauen. Das wäre ein komischer Zufall. Dass das nur in der Einstelle geht. Hey, ich möchte nur die Gegner töten, damit ich mich hier in Ruhe umschauen kann. Wenn die bitte eben mal kurz in Erscheinung treten könnten. Krabbelt hier einfach nur ein Käfer durch den Flur? Tatsächlich. Komm her, du Arschloch. Alter, der Käfer war es. Na, dann können wir es jetzt hier mal kurz umschauen. Habe ich die Zeitung mitgenommen gerade? Nee. Mord an den Low-Cain-Geschwistern. Täter begeht Selbstmord in Haft. Walter Sullivan. Das kennen wir schon, ne? Selbstmord. Ja, ja. Immer diese Gefangenen, die in die Gefängniszellen auf mysteriöse Art und Weise Selbstmord begeben. Walter Sullivan. Der Täter des jüngsten Mordfalls wurde tot aufgefunden, nachdem er sich am Morgen des 22. in seiner Gefängniszelle das Leben genommen hat. Laut Polizeibericht wurde Sullivans Tod durch Blutverlust verursacht. Wie konnte das nur passieren? Wo kommen denn die ganzen Wunden her? Er hat sich die die Halsschlagader mit einem Suppenlöffel durchtrennt, der zwei Zentimeter tief in seinem Hals steckte. Sullivan wurde am 18. des Monats wegen des brutalen Mords an Billy und Miriam Low-Cain festgenommen. Ein ehemaliger Schulkamerad von Walter Sullivan aus dessen Heimatstadt Pleasant River nahm den mutmaßlichen Tätern nicht als Kindermörder wahr, gab jedoch zu, dass Sullivan kurz vor seiner Verhaftung unter schwerer Paranoia gelitten habe. Er plapperte allerlei seltsames Zeug vor sich hin, wie »Er versucht mich umzubringen, er versucht mich zu bestrafen, das Monster, der rote Teufel. Vergib mir, ich habe es getan, aber das war ich nicht. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, war er wohl irgendwie verrückt. Erinnert sich der Schulkamerade. Okay. Na dann. Kammerjäger sind wir hier. Ich weiß wirklich nicht, ob die Käfer was machen, außer mein Radio auslösen, aber naja, will ich trotzdem nicht. Oh, die Tür steht offen. Meine Tür steht offen, ich bitte euch herein, denn was mir gehört, soll auch euer sein. Kennt ihr das? Wer kennt's? Wer kennt's? Dann schreibt's in den Chat. Ah, erschrocken. Tatsächlich. So erschrocken, dass ich meine Taschenlampe ausgemacht habe. Sailor Moon. Nein. Falsch. Hi, Kenny. Ich gebe euch einen Tipp, das ist ein Film, den wir traditionell jedes Jahr Weihnachten gucken müssen. Meine Tür steht offen, ich bitte euch herein, denn was mir gehört, soll auch euer sein. Da da da, da 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 da. Und mir dafür auch Liebe zollt, denn in jeder Tag hört auf, wie in jeder Tag beginnt. Oder so ähnlich. Und wir alle sind glücklich wie ein Kind. Singt ein alter Mann mit einer Zipfelmütze. Wenn es euch weiterhilft. Nicht der Weihnachtsmann, das kann, das kann jetzt genau die Muppets Weihnachtsgeschichte. Frankie Taggy ist ein Mann von Kultur. Das merkt man gleich. Ich bin ein und ein Mann und ein Mann und das Okay, Rundgang abgeschlossen. Haben wir da jetzt irgendwas gefunden, das irgendwie Sinn macht für uns? Ein Schlüssel und eine Cutscene. Und wir wissen alle, was jetzt kommt. Vielleicht wissen es nicht alle, aber gleich wisst ihr es. Gleich wissen wir es alle. Hey, get the flow. Moment mal. Damit habe ich nicht gerechnet, tatsächlich. Ein böses Balg. Mit einem bösen Balg habe ich nicht gerechnet. Dies ist aber im Original nicht so ein Rotzlöffel, oder? So. Was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie in die anderen Dingergefilde kommen. Kickt ihr uns einfach den Schlüssel weg? Ich finde das nicht so nett. Wir haben Geräusche. Gruselgeräusche. Haha. Wer ist hier der Gruseltäter? Oh, guck mal. Dunkle Gestalten wanken durch den Flur. Schön. Manchmal hat es schon schöne, schöne Bilder, ne? Schöne Einstellungen. Das Ganze. Die sind zu zweit. Ich gehe rein. James. Hol den Knüppel. Hol den Knüppel raus. Ah. 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 Tritten wir da lieber auch noch drauf, oder? Okay. Gibt es eins mit dem Paddel drauf. Nö. Nö, nö. Heute ist Open End. Und, bist du überzeugt? Äh. Ich, ich, ich glaube, das kann man sagen. Ich finde es gut, ja. Ich finde es gut. Es haut mich bis jetzt noch nicht um, dass ich sage, wow, bestes Remake aller Zeiten. Aber ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht beschweren. Es ist, es ist cool. Die Gegner war neu. Die Tür ist offen neu. Die Tür war vorher nicht offen. Beide Türen. Nee, doch. Die war, hä? Ich bin mir nicht sicher. War die schon offen? Gehen wir nochmal durch. Haben wir die aufgeschlossen? Nee, weil hier waren wir noch nicht. Oder waren wir hier schon? Jetzt ist noch eine Schublade, die noch ungeöffnet war. Nee, hier waren wir noch nicht. Hi, Michael. Okay. Ein verwackeltes Bild einer Blume mit Schatten. Valentinstag. Und auf der Rückseite steht die Nummer 4. Hm. Okay. Ich notiere es mir mal. Valentinstag 4. Hässliche kleine Püppchen-Statuen auf dem Fernseher. Ich hasse Fernseher. Oh, schade. Ja. 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 Ich hasse Spiegel. Ach, schade. Mach doch nicht immer, James, mach immer meine dramatischen Momente kaputt. Aber jetzt. Blöde Scheiben. Hey, was? Wer hat denn eine echte, wer zur Hölle hat denn bitte eine echte Glaswand an der Dusche? Das ist ungefähr das Gefährlichste, das ich jemals gehört habe. Wenn man da in der Dusche ausrutscht, dann ist man ja einfach tot, wenn man da reinfällt. Wenn man da nackt reinfällt, ist man einfach tot. Was soll das? Das ist nicht umsonst immer irgendein billiger Kunststoff. Okay. Aber waren wir schon bei Zimmer 102? Warum wird denn da schon angezeigt, dass die Tür verkritzelt ist? Woher wissen wir das denn? In meiner alten Wohnung hatten wir eine Glaswand. Ja, ich glaub's eh, dass es das gibt. Aber sehr sicher kommt mir das tatsächlich nicht vor. Aber vermutlich Sicherheitsglas bei so hochpreisigen Dingern, oder? Das wär ja... Das wär wirklich gefährlich. Okay, alles klar. Äh, neuer Bereich. Okay, ich höre. Ich höre Monster. Hier. Monster, Monster, Monster. Oh, ich höre gruselige Geräusche. Ich höre keine gruseligen Geräusche mehr. Zweiter, zweiter Flur, Halle. Korridorschlüssel, okay. Kann ich das hier jetzt lesen in Ruhe? Einsame Blume. OP 82 Nummer 3, Robert Schumann. Jetzt bräuchten wir Rebecca, ne? Okay, aber warte, ist das ein Hinweis? Weil wir haben doch irgendwas gelesen von irgendeiner Gesichts... Stars. ...Gesichtsblume. I give you stars. Schublade leer. Wisst ihr, ich mein Kampf war noch nie der Fokus von Silent Hill. Und die Kampfsysteme in Silent Hill waren noch nie wirklich gut. Das ist für mich aber keine Entschuldigung, dass man das im Remake nicht ein bisschen besser macht. Und hätte das Spiel jetzt noch ein gutes Kampfsystem, das auch wirklich Spaß macht und wirklich cool ist und wirklich gut funktioniert, dann wäre es, glaube ich, wirklich richtig, richtig gut. Aber das ist halt... Naja. Wisst ihr, dass James irgendwie kein Militärkerl ist, dass der ein Zivilist ist, dass der sich unbeholfen hilft, ist ja eine Sache. Aber das fühlt sich halt einfach nicht gut an. Und das würde mir noch fehlen, damit ich sagen könnte, das ist wirklich ein sehr, sehr großartiges Spiel. Weil nur, was im Original nicht gut war, heißt das ja nicht, dass man das für ein Remake genauso übernehmen muss. Genauso nicht gut. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass zumindest in manchen Passagen... Aber das könnte jetzt mich täuschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe das Gefühl, zumindest in manchen Passagen ist der Kampf schon ein bisschen mehr ins Zentrum gerückt, als in den Originalspiel. Aber vielleicht stimmt das überhaupt nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Da müsste man jetzt beide Spiele parallel spielen und Monster zählen. War die Tür nicht gerade noch zu? Spinnig? Ich höre definitiv Monster gegrunzen. Das macht mich wahnsinnig. Ich kann nicht entspannt looten, wenn ich Monster grunzen höre. Oh oh, Hände. Ein Ehekleid. Braut, Brautkleid. Und die erste Kugel. Griff mit goldenem Apfel. Das ist irgendwie... Ich will auch einen Schrank mit solchen... Nee, eigentlich will ich das, glaube ich, nicht. Aber cool ist es schon irgendwie. So. Könnte das Monster nun bitte mir entgegentreten? Aha! Dankeschön. Kotzfleck an der Wand. Hier ist noch mehr. Das war's noch nicht. Was, wo? Wer? Käfer. Käfer gehen auf die Nerven. Käfer an der Wand. Okay, danke. Fernseher. Nein. Nein, der Fernseher ist unzerstörbar. Gott sei Dank. Puh. Ich finde zu viel Pistolenmunition. Ich hätte gerne mal eine Pistole. Pistole. So. Gegenüber 105, 104 waren wir noch nicht. Was? Pistole verpasst? Nein. Haben wir nicht. Die Pistole war, glaube ich... Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich muss mal schnell ins Dokument schauen. Ich glaube, die war im zweiten Stock, oder? Nee. Brief der Verwaltung. 2-1-7. Die Pistole sind 2-1-7, soweit wir wissen. Wir sind ja jetzt im Erdgeschoss erst mal. Okay. Soweit. So, gut. Ich speichere mal. Und jetzt gehen wir gleich mal zum Rätsel. Also, Gedicht noch mal lesen. Drei breite Koffe in fünf Hohen B Erst sitzt in der Maiden unter dem Tren. Der Wind von behind der Maiden schlägt eine beziehungsvolle flower alone has to grow. Ich verstehe überhaupt nichts. Was hat das alles mit einem goldenen Apfel zu tun? Goldener Apfel gehört nicht in den Baum. Kann das sein, dass der goldene Apfel überhaupt nicht zu dem Rätsel gehört, sondern ein fancy Türgriff für irgendwas ist? Es ist ein fancy Türgriff für irgendwas, alles klar. So, dann denke ich können wir die Treppe mal hochgehen. Für was haben wir einen Schlüssel gefunden? Für Korridor im zweiten Stockwerk. Perfekt. Let's go. So ein Türgriff ist schon cool, ne? Gefällt mir auch. Finde ich schon auch sehr lustig. Ich schätze mal, der Schlüssel ist für hier. Korridor. Hallo, Akarin. Hä? Ah, ich schätze mal, das waren nicht wir. ich bin so kaputt. Ich muss nur noch nehmen die Kleine oder studieren. Oh, daesh noch mal. Seht ihr es? Ich gehe trotzdem mal alle Türen ab vorher. Aber da wartet jemand. Den Müllschacht sollen wir nicht benutzen, James. Wir sollen den nicht benutzen. Das ist verboten. Unten steht, es ist verboten. Aber da haben wir die Münze, die wir brauchen. Ja genau, das kleine Mädchen war es. Das hat schon mal alle Monster hier umgebracht, weil wir so lange brauchen. Na komm, du schaffst es. Öffne den Schrank. Hier ist alles leer. Man findet ungefähr in jeder fünften, zehnten Schublade vielleicht mal... Oh, der Raum, der erinnert mich stark an den Silent Hill 4 The Room Raum vom Aufbau her. Wenn jetzt hier ein Fernseher steht... Oh mein Gott, hier steht ein Fernseher. Es ist ein bisschen anders. Aber... Oh mein Gott, und da wo das Loch ist, ist... Oh mein Gott. Das ist wirklich so ein bisschen Silent Hill 4 The Room hier. Nicht ganz, nicht ganz, aber... Irgendwie schon ein bisschen. Und was ist jetzt? Hä? Öffnet sich hier noch was? Ja, bis jetzt ist es ganz cool, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, wo wir jetzt hinschlüpfen. Wo sind wir denn jetzt hin? Will ich da hin? Ich war noch gar nicht in 212. Naja, können wir später auch noch. 212 läuft uns nicht weg. Aufgrund der laufenden Renovierungsarbeiten wurden alle Mieter gebeten, die dritte Etage des Gebäudes nicht zu betreten. Mit freundlichen Grüßen die Verwaltung. Wohnen im dritten Stock keine Leute? Na, wahrscheinlich nicht. Also jetzt sowieso nicht mehr. Haha. Okay, guck mal. Ich find's schon ein bisschen lustig. Das ist das Gebäude, wo die Hausverwaltung geschrieben hat. Nö, nö, wir haben uns das angeguckt. Es gibt hier keinerlei Anzeichen für den Gebrauch von Schusswaffen. Und dann kommt man hier rein und dann ist einfach alles voller Schusslöcher. Alles. Die Lampe, die Decke, die Wände, die Türen. Alles komplett voller Schusslöcher. Das ist schon lustig. Ja, ja. So, ab jetzt wird geballert. Ja. Oh, ich fahr das nicht. Ich hab, ich hab nicht geschossen. Ich hab nicht schießen gedrückt. Wenn ich jetzt, ja genau, dann verwandelt sich die Pistole auf magische Art und Weise in ne, in ne Waffe. Wir müssen vorsichtig sein. James hat, hat nen losen Triggerfinger. Da geht schnell mal ein Schuss los. Das sind keine Schusslöcher. Ja, ja, boah, Maschine ausprobiert, das stimmt. Ich mach hier nur meine Lampen an die Decke. Meine 480 Lampen. Und an die Wände. Das würde wohl noch erlaubt sein. Kann man schon das Game spielen? Ja, das kann man auch im Playstation Store schon spielen. Aber nur, wenn man die Collectors Edition oder Premium Edition oder was auch immer gekauft hat. Das hat wieder so ein Zwei-Tage-Vorher-Release. Ähm, find ich auch blöd. Bin kein Fan von sowas. Aber morgen erscheint... Ich hab's auch übersehen. Ich hätte es gestern schon spielen können und hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Aber morgen erscheint es ja dann wirklich richtig für alle. Für was brauchen wir den goldenen Apfeltürgriff? Jetzt schauen wir mal. Wir haben jetzt die Pistole. Aber wir waren jetzt... Ich muss mal 212 noch testen. Da waren wir noch nicht. Es muss doch jetzt irgendein Gegner kommen, an dem ich meine Pistole testen kann, oder? Das wäre ja komisch, wenn... Oh. Ich dachte, ich hab den Fernseher eingeschlagen. Aber okay. Ja, mach dir nix, Bunny Princess. Den einen Tag kann man noch warten. Wenn ich nicht vorhätte, Content draus zu machen, weil ich mag Moneten, hätte ich auch gewartet. Bis morgen. Okay, cool. Wir haben den Schlüssel für gegenüber gefunden. Der war vorher nicht hier. Ne dann. Ich bin. Was ist das? Ja, also bis jetzt macht das Remake wirklich einen sehr guten Eindruck. Aber da ich den Originalteil schon lange nicht mehr gespielt habe, kann ich es nicht so gut vergleichen mehr mit dem Original, ehrlich gesagt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich kann es nur für sich genommen bewerten. Und da ist es schon ziemlich cool. Aha! Nicht schlecht. Nicht schlecht, Manneken. Weichen die wirklich aus? Okay, dann halt mit dem Knüppel. Ich hau mal den Fernseher ein, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Oh, im Kühlschrank. Brennt noch Licht. Ah, gut gekühlte Pistolenmunition, damit sie frisch bleibt. Habt ihr das gesehen? Wo hat James das erste Mal hingegriffen? Kann man in dem Spiel daneben greifen? Anscheinend. Anscheinend kann James daneben greifen. Interessant. Wo sind wir jetzt? In 2.10. Kann ich jetzt mal jemanden erschießen, bitte? Das ist eine Unverschämtheit. Die geben mir hier eine Pistole. Und ich darf niemanden erschießen. Kann ich die Tür einhauen? Äh, die Wand? Nee. Oh nein. Oh, das fühlt sich richtig scheiße an. Ja, nee. Also, Kampfsystem kann man halt wirklich vergessen in dem Spiel. Das ist halt so der, das ist wirklich so der, der große Schwachpunkt auf jeden Fall. Also der, das Trefferfeedback. Also die Pistole fühlt sich an wie eine Wasserpistole. Überhaupt keine Wucht dahinter. Und der Gegner hat gerade auch überhaupt nicht reagiert. What the fuck? Ja, ein bisschen wanken. Aber das fühlt sich nicht gut an. Nee. Aber gut. Okay. Haben wir schon festgestellt, dass das Kampfsystem jetzt nicht gerade so... Ne. Das Wichtigste war. Ei, 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 ei. Schon lange nicht mehr so eine schlechte Pistole benutzt. Ohne Witz. Oh, Schock. Haha. Wo? Na komm. James, smash! Tagebuch. Können wir nicht lesen. Ist ja auch unhöflich. Gut gemacht, James. Anstandstest bestanden. Ja, von mir aus. Hau die Scheibe ein, wenn du unbedingt willst. Guck mal, wir können da durchmorphen. Nice. Welcome home. Die Schaufensterpuppen sind nett implementiert für Jumpscares. War das nicht im Original auch schon so, dass die das Radio nicht auslösen, wenn die sich nicht bewegen oder irgendwie sowas? Ja, 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 ja. Ich bin gespannt, ob die Modder das hinkriegen, dass sie hier das kämpfen vielleicht. Aber man müsste... Ist immer die Frage, wie modfreundlich solche Spiele sind. Ne, das glaube ich kann man jetzt noch gar nicht so... So sagen. Oh, ich ziehe vor mir ein Monster, oder? Hallo. Aber ja, Gegner aus der Entpennung töten ist trotzdem nett. Oh, der dritte Stock ist verboten. Da sind winzige Plastikboxen leider unmöglich für uns zu überwinden. Naja, kann man nix machen. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Was zur Hölle ist hier los? Wir sollen anscheinend... Hä? Wir müssen in den dritten Stock. Okay, alles klar. Aber wir müssen auch zur Tür... Ha, wartet mal. Müllschacht. Im Hof. Wir müssen den Müllschacht reparieren. Ja, ich meine, die Monster sind ja basically alle nur James. Wir kämpfen hier ja eigentlich nur gegen unsere eigene Psyche. Insofern ist das nicht so schlimm. Hallo. Ah. Okay. Hier bin ich. Gehen wir speichern. So. Jetzt gucken wir mal. Äh, wir haben noch keine einzige Münze für das Münzrätsel gefunden. Das ist, das ist schlecht, würde ich sagen. Da gebe ich uns einen Minuspunkt dafür. Wir wissen theoretisch, dass im Müllschacht einer ist, aber der Müllschacht ist kaputt. Wir... Ähm... Ähm... Gibt es in deinem Kanal ein Video zur Story von Silent Hill? Bis jetzt noch nicht. Ich habe ein Video gemacht, wo ich alle Monster aus Silent Hill 2 mir anschaue, gemeinsam mit Michael, der ein riesen Silent Hill 2 Nerd ist. Das ist ein ganz cooles Video geworden. Das kann man sich hier auf jeden Fall mal geben. Da ist aber viel Interpretation und Story drin. Also definitiv, wenn man es nicht kennt, große Spoiler-Warnung. Aber auch fürs Remake jetzt, obviously. Aber ich glaube, das funktioniert immer noch, das Video. Die Interpretation dürfte so ziemlich gleich sein, wenn ich mir das so angucke hier. Und... Ja. Ansonsten aber noch nichts. Aber ich werde definitiv jetzt zu Silent Hill 2, glaube ich, ein paar Videos machen. Okay. Ich glaube, ich habe hier irgendwas übersehen. Weil wir müssten jetzt entweder in den zweiten Stock... Äh, in den dritten Stock... Oder... Ins Zimmer 101. Oder 201. Wie auch immer. Oder wenigstens den Müllschacht reparieren. Aber nichts davon können wir aktuell. Moment mal. War die Tür schon immer versperrt? Ja, kann schon sein. Äh, da ist das. Ja, ich gehe nochmal zu der anderen Tür. Und dann müssen wir uns einfach nochmal systematisch hier umschauen. Ich habe wahrscheinlich irgendwo was übersehen. Aber ich schätze mal, mit dem kohlenen Apfel kriegen wir auch das Schloss leider nicht auf. Kann ich es zerschießen? Ähm, fixst wahrscheinlich nicht. Ich verschwende keine Kugel dafür. Ich gehe mal nochmal in 2017. Aber das war das Pistolenzimmer. Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass wir da noch was finden. Ja, genau, das war das. Okay, jetzt gucken wir mal. Also. Waren wir überall? Aha, guck mal. Ja, ja, ich habe da unten ein paar Zimmer noch nicht besucht. 205, 204, 206, 208. Könnten wir uns noch alle anschauen. Machen wir. Komm ich da hin? Vielleicht. Ich muss mal nochmal... Ich glaube, ich habe da irgendwo die falsche Abzweigung genommen anscheinend. Okay, jetzt hier durch. Über dem Balkon. Und auf der anderen Seite wieder in den Flur. Und hier höre ich auch schon Monstergebrabbel. Die Pistole, es fühlt sich so weird an. Die Pistole fühlt sich so weird an. Als ob ich irgendwie so eine Pfeilpistole hätte. Die irgendwie so, weißt du, so absolut ohne Luftwiderstand, ohne irgendeinem Widerstand. Dankeschön, Fussel. Einfach so Pfeilchen irgendwie verschießt. Ich weiß es nicht. Fühlt sich ganz weird an. Überhaupt kein gutes... Überhaupt kein gutes Treffer- oder Schussfeedback allgemein. Naja. Du bleibst liegen. Dankeschön. Aha, hier geht es nicht weiter. Aber hier waren wir eben auch noch nicht drin, ne? Ne, genau. Das ist jetzt neu. Zimmer 208 ist für uns alle Neuland. Und wir kriegen Pistolenmunition. Wenn wir hinfassen könnten. Sehr gut. Eine Kugel. Immerhin. Aha. Nochmal so ein interessanter Schrank. Aha. Oh. Was für eine gewaltsame Tür. Okay. Wir gucken in einen geheimen Raum, wo irgendwie... Weiß ich nicht. Das sieht unheimlich aus. Aber wie kommen wir da rein? Weil wir den Schrank verschieben können. Anscheinend hat da jemand Leute befangen genommen. In einem geheimen Raum hinter seinem... Hinter seinem... Wohnzimmer. Das ist... Nett. Holy shit. Das ist creepy. Und hier ist ein Safe. Hm. Wir haben bis jetzt die Zahl 4 gefunden. Schade. Funktioniert nicht. Wo sind wir hier? Ist das noch... Sind wir noch in der echten Welt? Ja. Das ist überhaupt die Frage. Das ist so eine grundsätzliche Silent Hill Frage. Silent Hill braucht dringend Strebergärten. Sonst würde es nie die 100% Bewertung erreichen. Ist das so, dass Spiele mit Farming Simulation besser bewertet werden? Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerungen führt ihn ins Fegefeuer. Würde ich auch gerne auf Englisch. Ist er auf Englisch bestimmt wieder schöner. Warte, ich versuch's mal zu entziffern. Right where the roof's top pierce through the night. Left un... No... No... Footprints with no honor in sight. Oh, das ist... Foot... Footprints with no honor in sight. Das ist schön. But has he found home? Oh please, pray tell. Or a ruiner of memories leading right to his hell. Uff. Ja. Englisch immer schöner hier, die Gedichte. Okay. Also. Ich muss hier wahrscheinlich irgendwo Zahlen finden in dem Kauderwelsch. Und das Gedicht sagt mir die richtige Reihenfolge für die Zahlen. Hier ist eine 2. Und da ist ein Fluss angedeutet, oder? Irgendwie so ein geschlängeltes Dingens. Ich schreib mal irgendwie eine 2 auf. Oh shit, hier sind viele Zahlen überall. Oh ja, das funktioniert nicht so gut, wie ich gehofft hab, glaub ich. Aha! Da haben wir was, das nur meine Taschenlampe offen legt. Das ist interessant. Also. Hier haben wir eine Elf bei Wellen. Wellenelf. Irgendwas war mit Rooftop. Würde ich vermuten, dass es was an der Decke ist. Ah, da haben wir was. Rooftop. Nicht ganz, was ich gedacht hab, aber 13 ist das Rooftop. Taschenlampe. Zeig mir die Wahrheit. Ah, hier haben wir noch was. Footsteps. 7. Oh Gott, ich kann keine Footsteps so schön malen. Aber so lange muss ich es mir nicht merken. Das erkenne ich schon wieder. Fehlt nur noch eine Zahl. Denk ich, oder? Es sind vier. Es sind vier Strophen im Gedicht. Ich hab noch nicht auf den Boden geguckt. Hm. Aber der Boden sieht nicht bekritzelt aus. Wer ist der letzte Nummer, den ich suche? Pff, schönes Gedicht. Ah, guck mal. Hier ist was auf dem Boden gekritzelt. Aber die Taschenlampe revealed uns nichts Neues. Da haben wir die 13. Da haben wir die 13. Letzte Geheimzahl. Wir brauchen schon vier. Sind es nur drei? Ich lese mir das Gedicht nochmal durch. Dann können wir die drei, die wir haben, auf jeden Fall schon mal sortieren. Nämlich. Also. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Also. Haben wir als erstes die 13. Weil das war die Dachzahl. Link. Ach so. Rechts auch noch. Genau. Stimmt. Und dann links. Wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Das dürfte die 7 dann sein. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer, der Fluss der Erinnerungen führt ihn ins Fegefeuer. Die letzte Zahl ist dann die 11. Der Fluss. Aber sein Heim, das ihn lieb war und teuer, das ist wahrscheinlich noch eine eigene Zahl, oder? I guess. Aber ich. Ah, warte, da ist noch. Ne, warte mal. Das sind die 7. Die haben wir schon. Shit. Aber das sind schon die Footsteps. Oder? Und nicht sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Ich probiere jetzt einfach mal die drei Zahlen, die wir haben. Vielleicht ist es das eh schon. Mir fällt sonst nichts auf hier. Also, versuchen wir es mal. Ähm, rechts. Muss ich jetzt nach rechts lenken? Oder versuchen wir es einfach mal. Rechts 13. Nein! Fangen wir nochmal von vorne an. Rechts 13. So. Links 7. Und dann wäre rechts 11. Und fertig. Ah, tatsächlich. Gibt keine vierte Zahl. Warum hat das Gedicht dann vier Strophen? Arschgedicht. Okay. Wir haben hässlicher Glatzenumhangmann. Münzemann. Oh, aber auf der anderen Seite ist Münze Schwert. Gut. Und ein Schlüssel. Der sieht wichtig aus. Stählerner Schlüssel. Klingt mächtig. Tch. Tch. Vielleicht. Wisst ihr, ich habe vermutet, dass hier irgendwas Düsteres und Sinister passiert ist mit diesem Gefängnisraum. Aber es besteht die Möglichkeit, dass sich da einfach nur jemand mit dem Escape Room ein bisschen Geld dazu verdient hat. Wann spielt das Spiel in den 90ern? Waren da Escape Rooms schon populär oder kam das danach? Kann ich gerade gar nicht einwandeln. Aber Escape Rooms waren definitiv eine Zeit lang ein Ding. Sind sie, glaube ich, immer noch, ne? Aber ich glaube, eine Zeit lang hatten so Escape Rooms echt einen Hype. Das sind wieder Käfer, oder? Wo seid ihr? Aha! Die werden auch immer hässlicher, oder? Waren die schon immer so hässlich? Ich höre immer noch das Gekalibber und Geklabber. Dankeschön. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Aber ich gehe erstmal zum Medizinkästchen. Kablam! Okay. Ja, ja, genau. Remake. Natürlich. Ah, guck mal. Das ist der Schlüssel für das Schloss ins dritte Stockwerk. Das verbotene dritte Stockwerk. Gut. Okay. Können wir hier wieder Schubladen öffnen, in denen nix drin ist? Hey, wir finden sogar wirklich drei Pistolenschuss. Nicht schlecht. Und ein leeres Küchenkästchen. Ich glaube, hey. Ich glaube, in allen Küstenkästchen, die ich bis jetzt geöffnet habe, und das waren viele Küstenkästchen, war bisher einmal was drin, oder? Glaubt wirklich. Meint ihr, das ist so ein bisschen, ähm, könnte schon sein, dass das so ein bisschen an das eigene Inventar angepasst ist, was man da findet? Das wäre möglich. Dass wir deswegen so wenig gefunden haben, weil wir so viel haben. Okay. Dann gehen wir jetzt hoch. Ich könnte vorher, könnten wir, könnten wir, können wir speichern vorher? Können wir nochmal schnell runter und speichern? Theoretisch. Ja, hier, schnell, kurz. Gehen wir kurz speichern. Hi, Dominiker. Ich war auch bis, bis jetzt noch skeptisch. Aber, nee, nee, nee. Jetzt bin ich eigentlich nicht mehr skeptisch. Das ist wirklich ein gutes Spiel. Da kann man nichts sagen. Sieht ein bisschen aus wie Leon. Bis heute schon der Zweite, der da schreibt. Er ist tatsächlich aber auch vom Konzept her so ein bisschen ein Leon. Also, nicht, dass Leon irgendwie eine dunkle Psyche hat, gegen die er kämpfen muss. Sondern ich meine jetzt im Sinne von, dass ja Leon auch im Gegensatz zu Chris aus dem ersten Teil so ein bisschen ein schwächerer Charakter sein sollte, damit es mehr Horror ist. Weil wir eben nicht den Supersoldaten spielen, sondern irgendeinen Noob. Und genauso haben wir hier ja auch einfach einen Zivilisten, der relativ schutzlos hier dem Ganzen ausgeliefert ist. Hä, aber ohne Scheiß, oder? Das Marketing und die Kommunikation im Vorfeld und die Trailer, die sie gezeigt haben und die Bilder, die sie gezeigt haben, das war alles so schlecht. Was ist da schiefgelaufen bei Konami oder Bluperteam oder wer auch immer verantwortlich ist? Ich finde es lustig, dass wir das alles machen jetzt. Alles, damit wir in den dritten Stock kommen. Und das ist die Barrikade, die verhindert, dass wir da hochgehen können. Vier, vier Kisten, vier leere Kisten, Plastikkisten. Eine davon ist kaputt. Wir könnten einfach durchgehen und der wird, wir würden es gar nicht merken. Wahrscheinlich. Aber okay. Videospiellogik. Let's go. Halt, du hast gezuckt. Da auf. Irgendwann, James, irgendwann werden sie ein noch größeres Brett mit einem noch größeren Nagel darin bauen und werden sich damit selbst vernichten. Aber nicht heute. Halt, ich höre. Monster gerappelt. Ach, die Tür ist jetzt offen. Die war vorher nicht offen, glaube ich. Cool. War wahrscheinlich das Monster. Und das Schloss vaporisiert. Warum muss James alles vaporisieren? Hat James irgendwelche Superkräfte, von denen wir nicht wissen? Hier darf man auch speichern. Dann hätte ich nicht extra runtergehen müssen. Aber so ist das eben. Hey, JD on Twitch. Dankeschön. And stay down, Monster. Dankeschön für die super großzügige Bits-Spende. Danke. And stay down, Monster. Ganz genau. Ich freue mich schon aufs Krankenhaus. Bin ich auch schon sehr gespannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich freue mich jetzt irgendwann als Speedrun zocken zu können. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass das sich auch anbietet. Aber da bin ich leider, habe ich schon oft gesagt, Speedruns finde ich faszinierend. Und macht mir mega Spaß, die zu gucken und so die Techniken dahinter erklärt zu bekommen quasi. Aber ich selber könnte nicht Speedrun, weil ich werde wahnsinnig. Wiederholung ist für mich quasi die Hölle. James, benutze doch mal deinen Knüppel für was Sinnvolles und hau alle Scheiben ein, damit ein bisschen Licht reinkommt. Das wird schon helfen. Renovierungsarbeiten. Der wahre Horror. Das ist der wahre Schrecken hier. Jeder, der schon mal ein Haus renoviert hat, weiß, was ich meine. Ja, genau. Das war gerade ein Simpsons Zitat. Richtig. Oh, oh. Hey. Aber da hinten war mindestens noch ein Monster, oder? Ah ja, genau. Hey, hat der gerade geblockt, oder was war das? So ein Horror sind Renovierungsarbeiten. Hey, ehrlich gesagt, macht mir renovieren sogar Spaß, muss ich schon sagen. Aber unter Zeitdruck mit Geldmangel ein Haus renovieren, das ist der Horror. Das ist wirklich der Horror. Geldmangel stimmt ehrlich gesagt nicht mal wirklich. Aber man will halt dann doch irgendwie ein bisschen sparsam sein. Das war vor allem der Zeitdruck halt. Also bevor wir hier eingezogen sind, das war krass. Da habe ich halt wirklich einfach mal zwei Wochen lang hier auf der Baustelle gelebt. In einer dunklen, kalten, spinnenverseuchten Baustelle. Hat so eine alte Klappmatratze auf dem Boden und habe mich nur von fertigen Nudeln ernährt. Das war halt wirklich eine Scheißzeit. Jeden Tag irgendwie 16 Stunden gearbeitet und dann hat alles wehgetan. Aber es war notwendig, anders hätten wir es zeitlich nicht mehr geschafft. Hallo, Spatz. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wo gehen wir jetzt hin? Hä? Achso, warte mal. Wo gucke ich da rein? Ah, guck mal. Genau. Da müssen wir lang. Ah, Mist. Ah, Mist. Das ist schon schön gemacht, dass die so ein bisschen Jumpscare-Gegner sind. Ähm, ist das nicht irgendwie so, dass die auf Licht reagieren, oder? War das das? Ich glaube schon. Fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Zumindest im Original. Aber die Taschenlampe bleibt an. Okay. Okay. Nix. Kein Loot in den Schränken. Schade. Okay. Hä? Aber jetzt gehen wir über den Balkon in dem Raum, in dem wir schon mal waren. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Nee, da waren wir noch gar nicht. Stimmt gar nicht. Lüge. Okay. Alles gut. Dann gehen wir kämpfen. Oh, ein Kriechschacht. Ei, ei, ei. Ein blutiger Kriechschacht. Damit kriechen wir in die Abstellkammer. Jetzt schaue ich mich hier noch kurz um. Glaubst du, die bringen weitere Remakes raus nach dem zweiten Teil? Also zumindest jetzt wird ja der zweite Teil sehr gut angenommen. Der hat gute Wertungen bekommen. Die meisten Leute, die es gespielt haben, sind zufrieden und finden den ziemlich gut. Von dem her steht schon mal nix im Weg. Jetzt muss man nur gucken, wie die Verkaufszahlen sind. Und ob sich das Ding auch so gut verkauft, wie es bewertet wird. Das geht ja leider nicht immer Hand in Hand. Insofern ist das natürlich nochmal... Aber wenn sich das verkauft, kannst du dir sowas von sicher sein, dass Konami weitere Silent Hill Remakes, aber auch neue Silent Hill Teile machen wird. Neue Silent Hill Teile sind ja eher auf dem Weg. Ich lag falsch, falsch, falsch. Nein, das stimmt nicht ganz. Aber ich lag auch nicht richtig. Ich muss noch mehr Schichten abziehen, abreißen, bis das Blut hervortritt. Cool, klingt absolut gesund. Ich hab's die ganze Zeit da unten gesucht. Aber es ist in mir. Es ist etwas in mir. Ah, der hat sich selber irgendwie... Ich dachte, der redet irgendwie von... Ne, Renovierung, weil wir hier in so einem Renovierungshaus sind. Irgendwelche Schichten von der Wand abziehen, bis das Blut herauskommt. Aber nee, nee, ich verstehe. Na gut, dann kriegen wir doch das blutige Loch da unten. What could possibly go wrong? Hey, Screenfire. Ganz gut bis jetzt, ganz gut. Aha! Blutiger Apfel. Saft in der Dose. Äh... Okay. Ist das irgendein Easter Egg, das ich nicht verstehe? Oder brauchen wir das für ein Rätel? Irgendwo müssen wir Blut reinfüllen. Ab mit dem saftigen Blutdosengetränk in den Müllschacht. Damit die Münze unten rauskommt. Aber das ist verboten, James. Da unten steht, es ist verboten, den zu benutzen. James ist so ein Krimineller, ey. Ja, ich mein... Wir spielen hier wirklich so ein bisschen seine kaputte Psyche durch seine eigenen Taten und so, ne? Aber gut. Okay. Ups. Punch ich gleich das Mikrofon. Wir haben den Müllschacht repariert. Das ist gut. Sind wir dann hier im Grunde erstmal fertig, oder? Aber wir haben erst zwei Münzen. Wo kriegen wir dann die dritte Münze? Vielleicht ergibt sich das. Jetzt muss ich mal ins Inventar schauen. Schlüsselobjekte. Genau. Wir haben nur den Mann. Bis jetzt. Sel... Guckt mal. Seltsame Fotos ist eine eigene Rubrik. Ist das irgendwie so ein Bonus-Ding? Ha. Interessant. Konami hat auch nicht viel erfolgreiche Spiele rein, oder? Hey, Konami hat Marken ohne Ende. Konami war ja früher richtig, richtig fett. Die haben sich nur selber verkackt. Das ist so ein bisschen jetzt Konamis Revival gerade hier. Die könnten theoretisch sehr viel coolen Shit aus dem Hut zaubern. Silent Hill und Metal Gear sind da nur die Spitze des Eisbergs. Wartet mal ganz kurz, lass mich schnell gucken. Mir fällt da spontan Protektor ein. Zu Deutsch. Wie hieß das international? Contra. Da könnte man coole Action-Shooter draus machen, wenn man das modernisiert. Aber der letzte war ja furchtbar. Konami. Weil die haben bestimmt noch ein paar große, an die ich gerade nur nicht denke. Ich gucke mal kurz in dem Wikipedia-Artikel von Konami, was die noch so haben. Spiel, guck mal, Castlevania. Jawohl. Contra. Dance, Dance, Revolution, E-Football, Frogger. Ich meine, war auch mal eine große Lizenz. Ich warte auf das große Frogger-Revival. Gradius war auch ziemlich fett eigentlich, aber ja gut. Jailbreak, Lost in Blue, Metal Gear natürlich. Pro Evolution Soccer, Silent Hill. Skate or Die, das war richtig geil damals. Aber gut, das ist jetzt nicht so groß. Teenage Mutant Ninja Turtles, die Simpsons. Aber die sind alte Dinger. Weiß man nicht, ob die da noch Lizenzen haben. Bomberman, Yu-Gi-Oh! Hm, okay. Bomberman? Gehört Bomberman wirklich? Konami? Das war jetzt nur eine Spiele-Auswahl, ne? Aber kann schon sein. Theoretisch wäre da schon Potenzial, dass man da einige Franchise zurückbringt. Hat Konami nicht auch ein Patent auf Minigames im Ladebildschirm? Ich weiß es nicht. Es gibt so weirde Patente, ne? Ich hab vor kurzem erst wieder drüber nachgedacht, dass ich Schatten des Krieges mal wieder spielen könnte. Das Herr-der-Ringe-Spiel. Und da ist mir wieder eingefallen, dass die doch auch dieses Nemesis-System patentiert haben, ne? Was ich super bescheuert finde. Super bescheuert, weil die werden's nie wieder nutzen. Und kein anderer darf's mehr. Und das ist ein echt cooles System. Ich hätt das gern öfter in anderen Spielen gesehen. Bomberman war schon cool, ja. Ich weiß nicht, ob man mit Bomberman nochmal wirklich Großes machen könnte. Aber mein Gott. Capcom ist auch mit ihrer Mega-Man-Reihe eigentlich noch ziemlich erfolgreich. Also, I guess, ne? Die machen zumindest noch neue Spiele. Also, haben wir jetzt irgendwie noch was außer zwei Münzen? Noch irgendein Schlüsselobjekt? Achso, jetzt holen wir erstmal die Müllschachtmünze. Und dann gucken wir mal, ob sich was hier gibt, ne? Vielleicht platzt dann ein Monster irgendwo aus einer Tür und sagt, hallo, Ibims. Moment mal. Hier waren wir noch nie. Ich bin gerade aus Blödheit in ein neues Gebiet gestolpert. Manchmal ist fehlender Orientierungssinn auch eine Superkraft. Juhu, was passiert? M.R. Skyline Twitch has gifted fünf Subs to viewers. Dankeschön, Mr. Skyline Twitch, für die fünf Subs. Das ist sehr nett von dir. Ich mag Moneten. Ich brauch so einen Knopf, wo man das Mr. Krabs-Meme einblendet. Hallo? Kotzende Person? Oh, okay. Da war jemand ein bisschen zu gierig beim Kühlschrank plündern. Wer kennt's nicht, oder? Ich jeden Tag um zwei Uhr morgens. Okay. Hey, wer ist da? Das war nicht ich. Ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan, ich versuche. Hey, bist du okay? Ich habe es nicht getan, er war es wie das, als ich hier hier getroffen bin. Er? Wie heißt du, der Mann da hinten? In der Kitzung? Ich habe es nicht getan. Ich versuche, ich habe ihn nicht zu gingen. Ich glaube, er war es. Mein Name ist James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. Heißt nicht der blaue als Monster geht James Sullivan? Schon sehr ähnlich, oder? Und beide sind irgendwie Monster. Ja. Ja, du könntest das sagen. Sie kamen an mich. Ich wusste nicht, was zu tun, also ich rief. Ich kam hier. Ich dachte, es könnte sicher sein, aber dann habe ich den Mann in der Pfanne gefunden. Easy. Drei. Bühne. Schau. Dieses Ort ist nicht sicher. Diese Dinge... Diese ganze Stadt. Es ist etwas falsch mit dem. Es wäre besser, wenn du hier einfach rauskriegst. Ja. Ja, du bist richtig. Du willst mit mir kommen? Vielleicht können wir zusammen ein Weg aus dieser Stadt finden. Oh, sorry, aber ich kann nicht weg. Ich dachte, warum? Es wäre doch so gut. Ich muss jemanden finden. Oh. Und, Eddie. Sei vorsichtig. Ja. Du auch. Beide sind männlich und haben Haare. Sie haben so viel gemeinsam. Ganz genau. Das ist die richtige Einstellung. Man sollte sich mehr auf die Gemeinsamheiten konzentrieren, nicht die Differenzen. Okay. Eddie kotzt. Ich hätte ihn beinahe erschossen. Er klingt wie ein Monster. Ach, guck mal. Das ist der Pool. Ist das ein Sprengfass? Nee, das ist ein Kinderwagen. Das wäre... Das wäre... Das geht zu weit. Haltet still. Ich kann euch nicht erschießen, wenn ihr euch bewegt. Cheater. Bewegen sich einfach. Sag mal... Ich wollte gerade fragen, ob ich hier nicht durchs Fenster schießen kann. Ob hier eine unsichtbare Wand ist. Aber ich bin doch einfach echt schlecht anscheinend. Hey, Auto-Aim ist gerade nicht mein Freund hier. Ohne Scheiß. Ich mach nix. Ich mach nix. Ich mach nix. Guckt euch das an. Holy shit. Ja, das war eine Pool-Party hier, ne? Ich hab dem gerade tatsächlich ins Bein geschossen und der ist umgeknickt. Das ist... Das ist immerhin Treffer-Feedback. Es ist vorhanden. Es ist nicht gut und wenig. Aber es existiert. Immerhin. Hauen wir mal den Fernseher ein. Bam. Niemand wird in dieser Stadt mehr fernsehen. Niemand. Ah, hier haben wir, glaube ich, schon alles geplündert, ne? Hier kann ich nur noch mal den Kerl in der Kühlschrank angucken. Wird ja wenigstens nicht schlecht. Okay, ich geh raus. Komm. Ist ja lächerlich hier. Kommt her. Was ist los hier? Wie bist du da rausgekommen? Was ist hier? Was ist hier? So, das war unnötige Munitionsverschwendung. Nach meinem Geschmack. Und jetzt finde ich da drin ein Baby-Monster. Und das waren die Monster-Eltern. Und wer ist hier das wahre Monster? Sag ich doch, Baby-Monster. Cool, wir haben die Schlangenmünze. Dann haben wir jetzt alle Münzen. Schau. Vor lauter Orientierungslosigkeit. Einfach mal Spiel durchgespielt. Oder so. Ah, da ist ja noch jemand. Guck mal. Jawoll, James. Zeig's dem Boden. Das wissen die wenigsten. Aber James hasst als Asphaltböden. So. Jetzt müssen wir noch mal kurz in den Hinterhof. Aber ich geh mal kurz speichern vorher. Ich geh jetzt mal kurz in den Hinterhof. Hallo, Münze. Ah, da. Kann ich den Apfelsaft noch mitnehmen? Ich bin durstig. James, wann hast du das letzte Mal was getrunken? Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht alles nur eine Dehydrifikation ist, die hier passiert? Alles nur in deinem dehydrierten Kopf? Trinken nicht vergessen, Leute. Und am besten Holy-Eistee. Nom, 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 nom. So. Ja, ich wollte ein Wortspiel aus Dehydrieren, also Dehydration und Halluzination oder irgendwie sowas machen. Aber ich hab's nicht zusammengebekommen und dann... Dann ist alles eskaliert. Also, lesen wir das Gedicht nochmal. Ich lese es aber auf Englisch, weil das ist schöner. Three bright cones in five holes B. First set the maiden underneath the tree. Okay. The maiden underneath the tree. The wind from behind the maiden does blow. A beautiful flower alone has to grow. Behind. Was ist denn behind der Frau? Die guckt in die Richtung. Also... Also... Irgendwie ist meine Kamera gespiegelt. Aber ja. Also ist behind hier. Aber wie weit behind? Und warum ist da eine Schlange? Was? And here comes the man. So sleek and so fine. In the plain moonlight his eye doth shine. Okay, moonlight ist hier. Dann kommt hier der Mann. Die Schlange ist hinter der Frau. Ach shit. Es gibt ja... Genau. Es gibt ja zwei verschiedene Seiten. Jeder Medaille. Aber so haben wir jetzt sogar die Blume. Hiermit beende ich mein Rätsel. Irgendwas stimmt nicht. Drei kleine Münzen. Unter dem Baum sitzt sie. Sinkt vor sich hin. Gut. Der Wind erweht. Der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümlein voller Entzücken. Vielleicht muss das Blümlein ein bisschen weiter in die Richtung. Ja, tatsächlich. Na gut. Und jetzt geht die Geschichte weiter. Achtung. Jetzt wird's spannend. The man doth approach. His blade now revealed. His face disappears. Behind shining steel. Drei. Nein. Komm. Drei. Nein. Aufhören. Drain wir die Münze. Away from the man doth the maiden flee. Toward the flower. Away from the tree. Okay. Where once grew. Irgendwie wird mein Dialekt immer komischer. Klang nicht so ein bisschen wie so ein transsilvanischer Vampir, oder? Where once grew the flower. A venomous glee. Where once was a maiden. But a stone doth be. Oh nein. Der Mann hat sie getötet. Shit. And over her grave. The man doth remain. His blade never met. The wild serpents wane. Okay. Die Geschichte geht aber noch weiter. The beast who its teeth in her flesh doth bore. Ach, der Mann wollte sie vor der Schlange retten. Jetzt verstehe ich die Story. Plotts und Wendungen hier. Crazy. The beast who its teeth in her flesh doth bore. He who has failed. She who is no more. Ja, genau. Now unto you, fellow. A grievous chore. Who carries blame for what fate had in store. Warte, ich bin schuld. Ich bin schuld, dass das passiert ist. Ich muss mal kurz auf Deutsch lesen. Die boshafte Bestie, sie biss schnell zu. Er bettet die Magd zur ewigen Ruhe. Das steht aber im Englischen nicht so. He who fails, she who is no more. Im Englischen steht da er, der gescheitert ist, und sie, die nicht mehr ist. Ganz was anderes. Okay. Auf dich fällt die Entscheidung schwer. Wer trug die Schuld in dieser Meer? Ach so. Jetzt muss ich mich entscheiden, wer schuld ist. Ich würde, also, keine Ahnung. Aber der Mann hätte auch was sagen können. Der hätte sagen können, ey, äh, Maid, da ist eine Schlange hinter dir bei der Blume. Vorsicht, bitte. Äh, komm, komm mal weg da. Geh mal weg von der Schlange. Anstatt, dass er das Schwert zieht und auf sie zugeht. Was ist denn das für einer? Aber vielleicht konnte er nicht sprechen. Vielleicht ist er stumm oder eine andere Sprache. Okay. Zimmerschlüssel 201. Manchmal hat das Spiel ein bisschen Probleme mit den Interaktions-Hotspots. So wie jetzt hier beim Speichern oder auch manchmal, wenn ich Items aufheben will oder Regale durchsuche. Das ist jetzt nicht super schlimm, aber manchmal muss ich James ein bisschen umrühren, damit wir in der richtigen Location stehen, um was aufheben zu können. Loll. Was haben wir jetzt gerade für einen Schlüssel gefunden? Ein, äh, 201. Zerw, nein, ich hab, nein! Ein, äh, dritter. Dritter verschwendeter Heiltrank. So. Damn. Na gut. Moment. Was war, was war für ein Schlüssel? 201? Ich dachte, wir brauchen 1,01. Ja doch, 201. Also, auf in den zweiten Stock. Wenn ich jetzt die Treppe hochgehe, dann kommen wir zu 201. Gut. James hat Lust. Stimmt, wir haben doch was getrunken. Okay. Hättest du einen anderen Schlüssel bekommen, wenn du was anderes ausgewählt hast? Habe ich mir auch gedacht, ne? Super interessant, was passiert wäre, wenn ich gesagt hätte, die Schlange ist schuld. Aber kann ne Schlange schuld sein an irgendwas? Ne Schlange ist ne Schlange. Sie tut, was Schlangen tun. Vielleicht hat sie sich auch... Wir wissen, wir wissen nix über die Schlange. Vielleicht hat sie sich auch einfach nur bedroht gefühlt. Die Frau könnte auf sie draufgetreten sein. Wir wissen alles nix. Betreiben Schlangen Brutpflege. Aber Schlangen sind Schlangen. Aber der Mann war ein bisschen dumm. Oh, oh. Rostige Rotztür. So eine will ich nicht in der Küche haben. Da fühlt man sich doch unwohl. Schaut euch vor, ihr geht morgen hier so... Guck mal, ihr habt hier ein bisschen lang fern geguckt und saßt auf der Couch und habt in den Fernseher geguckt. Und dann steht der auf und geht in die Küche, weil ihr euch einen Kaffee machen wollt und die Tür lacht euch jeden Tag an. Da hätte ich keinen Bock drauf. Die würde ich überstreichen, einfach überlackieren. Ja, aber die Frau wusste ja nix von der Schlange. Und die leben in einem zweidimensionalen Universum anscheinend. Und auf den Mann zugehen, hätte ja gar keinen Sinn gemacht. Jetzt schau ich nicht lang zu, sondern tritt drauf. Ach so, die Szene. Okay. Okay. Kleiner Spanner. Das schau ich mir aber noch ein bisschen genauer an. Ja, das ist interessant. Ja, das ist interessant. Ja, das ist interessant. Ja, er schießt dich einfach selber, komm. Das hat alles keinen Sinn mehr. James bleibt schon erstaunlich cool, oder? Verschwend doch nicht die gute Munition. Ja, wo ist jetzt Ada Wong, die einem den Raketenwerfer zuwirft, ne? Ja. 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 Steckt hinter der Form des Helms eigentlich eine Bedeutung? Nicht, dass ich wüsste. Ich bin jetzt aber auch nicht super deep in der Lore drin. Aber wüsste ich jetzt nicht. Naja. Stofftaschentuch. Oder sehe ich zur Zeit immer so kurze Videos, so Shorts von so Physik-Simulationen, wo immer steht ein und dann irgendein Wort, das ich nicht kenne, aber das anscheinend so Flexibilität simuliert. Und dann 10 und dann 100 oder sowas. Und dann lassen die immer quasi so ein Tuch auf dem Stuhl fallen. Und je höher der Wert ist, desto realistischer wird das Ganze. Und das hier, würde ich sagen, ist so mittel, mittelgut realistisch, der Stoff hier. Aber fällt schon ganz schön. Aber guck mal, manchmal, wenn ich, ja, ja, wenn ich so nach hinten kippe, glitscht so ein bisschen die Rückwand durch. Guck mal in der Falte, da wo gerade der Schatten aufhört, so dieses Bauchige. Achtung, so, whoop. Hier, habt ihr es gesehen? Da war es. Glitsch. Ja. Sieht trotzdem schön aus. Ich mag so Physik-Simulationen. Hau den Fernseher ein. Gut gemacht. Wow. Und als Bonus gleich noch die Tür hier, oder was? Äh, Physik-Simulationen finde ich immer schön. Könnte ich mir stundenlang anschauen. Mich hat schon in meiner Jugend immer das, äh, Lion... Hießen die Lionhead? Bekommt der Name Lionhead gerade falsch vor, aber ihr wisst, was ich meine. Das Peter Molyneux, Lionhead Studios, äh, Physik-Simulations-Intro-Firmen-Logo hat mich schon immer fasziniert. Wo diese Pixel in diese, in diese Schale fallen und dann formen sie sich zu dem Logo von Lionhead. Physik-Simulation ist geil. Okay. Das sieht nicht sehr sicher aus. Wer hat das genehmigt? Wer hat die Türen hier genehmigt? Tittl-Dim. Außerweltlich betritt zum ersten Mal die Alternativwelt. Voll das Spoiler-Achievement hier. Aber das war... Das fand ich jetzt gerade cool eigentlich, ne? Eine schöne Transition. Wie er so von der Realwelt in die andere Welt, in die Spiegelwelt tritt. Über diese Spalte. Und bam. Jetzt sind wir im Spiegel-Universum gelandet. Das ist irgendwie ganz cool. Oh, ich habe keine Map hier. Okay. Okay. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich habe vergessen, wie man die Map sich anguckt. Aber nee, wir haben hier einfach keine Map. Macht ja auch Sinn. Das ist immer... Das ist schon immer witzig in Silent Hill, oder? Das ist auch immer cool. Man meint so, okay, der Dungeon, basically... Ah, jetzt haben wir eine Karte. Ist jetzt geschafft. Wir haben das Rätsel gelöst. Jetzt, ne? Ende. Und dann sagt das Spiel so, ach so meinst du? Haha. Jetzt geht es erst richtig los. Was ist das gewesen? Das ist neu. Die Anderswelt-Gegner sind auch nochmal eine Runde krasser. Yo. Das ist das Remake von Silent Hill 2. Nee, das war... Das hat früher nicht so ausgesehen. Tatsächlich. Guck dir das an. Aber da kommt sogar ein Tutorial. Schade. Ich dachte, ich habe gerade voll den coolen Geheingang gekriegt. Aber das Spiel will das von einem sogar. Vielleicht hätte ich mir die ganze Munition für die Anderswelt aufheben sollen. Okay, Pistolen-Munition. Gut. Nachladen. Jetzt wird es ernst hier. Aha. Habe ich dich. Dann schieße ich gleich mal einen Warnschuss in die Küchenwand. Hast du jetzt davon? Okay. Das ist schon gut gemacht. Die Stimmung hier ist schon gleich sehr viel düsterer und unheimlicher, ne? Tritt drauf. Komm, ich will einmal noch ein... Danke. Danke. Für meinen Seelenfrieden. Ich glaube, die Schubladen sind tatsächlich, ähm... Mir fällt der Begriff dafür nicht ein, aber die generieren Loot... Ja, je nachdem, was du gerade brauchst. Wie viel du hast. Quasi so eine Art adaptiver Schwierigkeitsgrad, wenn man so will oder sowas. So dieses alte Survival-Horror-System, von wegen du findest immer gerade so viel, wie du wirklich brauchst. Und wenn du viel hast, findest du nix mehr. Und wenn du nix mehr hast, dann gibt's wieder ein bisschen was. Ich... Ich hab... Also so bis... Meine bisherigen Beobachtungen würden darauf hindeuten, dass die Schubladen so funktionieren. Weil in dem Apartment in der Realwelt hab ich nix in den Schubladen gefunden. Das war schon lächerlich. Und jetzt, wo ich keine Munition mehr hab, find ich irgendwie dauernd Munition. Wär ein komischer Zufall. Aber ja. Kann's auch nicht genau sagen. Eine Hundestatue... Ne, das ist ein Reh. Okay. Meint ihr, in der Anderswelt haben auch Leute gelebt? Ich mein, keine Ahnung. Vielleicht war das auch mal so eine ganz normale Wohnung. Und hier haben ganz normal Leute gelebt. Aber die hatten hier irgendwie eine Apokalypse. Und die ist dann in unsere Welt rübergesuppt. Motten. Motten wollen unbedingt hier rein. Und da sind überall M's. M wie Motten. Motten, 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 Motten. Na, okay. 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 Also wenn du mit einem alten Holzknüppel eine Wand einschlagen kannst, solltest du das Gebäude besser verlassen. Ich schätze, die Wand war schon sehr stark vorgeschädigt. Aber ja, stimmt, ne. Wundert mich, dass das überhaupt Steinmauern sind in den USA. Nicht nur so, so Riegebsplatten und Luft dazwischen. Ein bisschen Riegebsplatte und sehr viel Luft. Also ich hab, ich hab auch, äh, über den Ziegelwänden hier unten im unteren Stockwerk Riegebsplatten. Oder hier. Hier auch. Und die könnte ich definitiv mit einem Holzbrett einhauen. Locker. Also ich hab ich, hab ich jetzt nicht mit einem Holzbrett gemacht, sondern mit einem Hammer. Aber easy. Wenn die einfache, einfache Riegebsplatten kann man easy mit allem durchhauen. Könnte ich jetzt mit der Faust ein Loch reinhauen. Mach ich aber obviously nicht, weil das echt scheiße ist, das auszutauschen oder wieder zu referieren. Henry hat Angst vor Schrott. Er flieht und sucht das Weite. Er flieht ganz flink nach Westen. Auf die andere Seite. Vielen, vielen Dank für deinen Follow-Cookie. Doch Meldred kommt zu ihm. Leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da. Sah ihr Abstieg. Sah ihren Abstieg nicht. Warum sind hier so viele Gedichte? Ich will es nochmal auf Englisch lesen. Ich find wirklich, die Gedichte sind auf Englisch irgendwie teilweise ganz cool. Die haben einen coolen, irgendwie, Style. Henry fears Scott, he'll run from him and hide. Okay, die sind komisch geschrieben. Henry fears Scott, he'll run from him and hide. He's fled to the West, to the other side. But here comes Mildred with unknown intent. Scott lies face down, blind to her. Die Sand. Das fand ich jetzt nicht so schön. Aber gut. Und Henry. Henry geht in den Westen. Direkt gegenüber. Ist ein Uhrenrätsel offensichtlich. Direkt gegenüber von Scott. Und dann kommt Mildred. Und Mildred. Scott lies face down, blind to her descent. Verstehe ich nicht. Aber ich schreibe es mal ein bisschen mit so. Scott face down, zu descent, Mildred. Naja, keine Ahnung. Wenn ich, wenn man die Uhr sieht, macht das vielleicht mehr Sinn. Aha, die Uhr. Ist sehr einfach zu reparieren. Naja, gut. Ich meine, du brauchst halt neue Rigipsplatten. Ich habe keinen Bock, jetzt hier meine Rigipsplatten auszutauschen. Das ist es nicht wert, dass ich jetzt ein Loch reinhaue. Ah, guck mal. Hier, Scott. Okay, das ist ein Hinweis. Aber bringt mir alles nichts, weil ich erst die Zeiger finden muss. Okay. Beziehungsweise habe ich auch schon relativ große Löcher. In den Rigipswänden einfach wieder zugespachtelt. Einfach fett so. Geht auch. Kann man danach sogar besser Schrauben reinmachen. Wenn man das Loch ordentlich auffüllt. Okay. Dann gehen wir mal hier nach draußen. Oh Gott, ey. Manchmal, gerade weil es halt vom Stil und von der Stimmung her ähnlich ist, kriege ich so ein bisschen Silent Hill 4 The Room Flashbacks. Und ich hasse Silent Hill 4 The Room so. Oh mein Gott, hat mich das Spiel genervt. Ich hätte es so gern weitergespielt. Weil, ne, der Style und alles hat mir so gefallen. Aber, oh Gott, war das ein Scheißspiel. Wie kann man nur so... Wie kann man nur so... Nice. Cool. Das war gerade echt schön. Aber wie kann man nur so nervige... So nervige Sachen machen. Die Silent Hill 4. Diese unsterblichen Geistergegner. Oh mein Gott, nein. Nein, James, wir müssen den Fernseher töten. Ich kann den Fernseher nicht töten. Ich verschwende jetzt keine Kugel dafür. Das geht zu weit. Heirut, so was geht. Nee, aber das ist definitiv nicht ne... Irgendwie Ziegelwand. Oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall keine Riegeplattenwand. Ich hör Monster. G-g-g-g... Rubbel. Ah. Käfer. Ja. Ja, ja. Mir gefällt das Remake auch gut. Kann man wirklich nix sagen. Kann man wirklich nix Negatives sagen. Also. Das Kampfsystem ist scheiße. Und die Pistole fühlt sich an wie ne Wasserpistole. Das kann man schon Negatives drüber sagen. Aber das war jetzt im Original auch nicht besser. Wär schön. Hätte man besser machen können. Aber ist jetzt auch nix, was ich von dem Silent Hill 2 unbedingt erwarten würde. Wo? Monster. Ich mach das ein Wahnsinnig. Ich will alles vernichten. Bevor ich mich hier umschaue. Ich wollte gerade sagen, wir müssen weg hier, James. Der kotzt gleich. Ja, genau. Das hat man ja auch schon in den Trailern gesehen. Ne. Das war also... Ich war... Manchmal fragt man sich wirklich, was los ist bei so... Bei so Firmen, oder? Dass Konami es für ne gute Idee hält, nen Kampf-Gameplay-Trailer zu machen. Nen Kampf-Gameplay-Trailer. Das Spiel sieht im Kampf-Gameplay so scheiße aus. Und fühlt sich auch so an. Und man hat es halt gesehen, wie scheiße das ist. Und das... Einer der ersten großen Trailer, die wir sehen, ist das... Ein Trailer, der das Kampfsystem vorstellt. Das... Ach... Befassungslos. Manchmal weiß ich wirklich nicht, was in den Köpfen von den Verantwortlichen so vor sich geht. Das Kampfsystem... Danke für den Fall auch er. Das Kampfsystem würde ich bei dem Spiel doch verstecken, solange es geht. Das sollen die Leute möglichst nicht zu sehen bekommen. Alles, aber nicht das Kampfsystem. Das zeigen wir in keinem Trailer. Und wir zeigen schon gleich gar nicht fünfmal hintereinander die gleiche Clanky-Schlag-Animation. Also wirklich. Ich weiß... Das PR-Team, ey. Von dem Spiel... Weiß ich nicht. Fusseli! Dankeschön für die Bits. Warum kommt doch kein Random Sound? Wo ist denn da los? Tja. Sorry. Weiß ich nicht. Kein Random Sound. Dann sag ich einfach... Thank you. Okay, Sackgasse. Können wir uns hier auch nicht durch die Wand hauen irgendwo? Nee. Ah, schade. Jetzt ist es so schön vorangegangen und jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir da müssen. Genau. Da ist er. Da ist wieder einer. Hi, viel zu alt für. Äh... Wo... Könnten wir sonst hin? Perfekt. Der Big Cheese. Der Big Cheese. Der Big Cheese hatten wir gerade schon. Aber die Szene, wo sich er in dem Schrank versteckt, ne? Das erste Treffen mit Pyramid Head war schon cool. War schon sehr cool, muss ich sagen. Hat mir echt gefallen. Guck mal, da steht eine menschliche Silhouette im Schaufenster. Im Nicht-Schaufenster. Nice. Ja. Aber das hatten wir schon mal. Einmal hat schon mal kein Random Sound abgespielt. Das ist manchmal anscheinend so ein kleiner Wurm drin. Ah. Dankeschön. Für die sehr großzügige Witzspende. Aber ich muss den teurer machen. Das ist es nicht wert. Aber wirklich, danke. Sehr nett. Ah. Tut mir leid, Leute. Jetzt sind wir alle wieder wach. Ach Gott, oh Gott. Hi Slenderrecks. Gut. Wirklich gut. Wirklich gut. Wirklich gut bis jetzt. Aber gerade weiß ich nicht, wohin. Aber das kennt man ja. Der Standard. Das war, das war wieder eine M. M war es bei dem anderen. Hier haben wir jetzt die H-Tür. Kosten für ein Hörgerät ist der neue Preis. Ist das eine gute Idee. Ich muss da echt mal gucken, weil das Leeroy Jenkins ist auch ein bisschen zu laut abgemischt. Das ist leider blöd. Oh nein. Eine kleine Kette. Da kommen wir nicht weiter. Das muss ich glaube ich rausnehmen. Das ist ein bisschen schlecht abgemischt einfach. Und das muss ich wirklich teurer machen. Das ist schon nett und so. Aber für den Herzinfarkt will ich reich werden. Aber gerade bei dem Horrorspiel passt es natürlich umso schöner. Jetzt weiß ich nicht, wo wir hin müssen leider. Gibt es noch irgendwo... Wo waren wir noch nicht? Haben wir verschiedene Stockwerke? Okay, da oben geht es nicht weiter. Das wissen wir. Das verbotene Lied. Da ist es. Dankeschön. Dankeschön für die Bits. Super nett von dir. Das darf in keinem Stream fehlen. Das verbotene Lied. Kommen wir irgendwie runter? Ich meine, wir waren schon irgendwo mal... Wo wir hätten eine Treppe nach unten nehmen können. Oder? Da ist die Uhr. Da können wir da rein. Da können wir da rein. hochgehen bringt uns aktuell nix. Da geht es auch erstmal nicht weiter. Okay. Was ist denn bei 204? Wie bin ich denn da weitergekommen? Oder beziehungsweise... Wo bin ich denn hergekommen? M an der Tür. H an der Tür. Da können wir nicht drüber. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zurück. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Hey, danke fürs Reinfollowen. Äh, Sina Kios. Hi. Nee, jetzt bin ich wieder hier. Achso, genau. Wollte ich. Alles gut. Das war Absicht. Das war Absicht. Hier können wir auch nicht weiter. Ui. Uh, guck mal. Das ist creepy. Carter, komm mal weg, bitte. Komm mal weg, bitte, Kleiner. Au, 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 au. Ah. Uh, Slenderax. Dankeschön für die großzügige Bitspende. Für die die Notification einfach nicht kommt. Was ist denn los? Der Hypetrain ist gestartet. Level 3. Instant Level 3. Hypetrain Boost. Warum wurde das nicht abgespielt? Hey, aber danke dir. Vielen, vielen Dank. Hm. Ja, stimmt gerade leider was nicht. Ich sehe die hier nicht in den Notifications. Ich kann die auch nicht repeaten. Aber ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen und ich danke dir vielmals. 2.500. Vielleicht kommt es noch verspätet. Manchmal hängt es ein bisschen. Vorher hatten wir auch schon einen Sound, der nicht abgespielt wird gerade. Ne, ist irgendwo der Wurm drin. Aber dankeschön. Oh. JD on Twitch. Dankeschön auch für deinen Sub. Hypetrain Stufe 3 abgeschlossen. Da passiert was. Das kommt wieder durch. Ja, keine Ahnung, Digga. Aber passt schon. Dankeschön. JD on Twitch ist jetzt ein Birdrider. Level 4 Hypetrain. Tö, 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 tö. Dankeschön. Das war die Motten-Tür. Da kommen wir auch nicht durch. Vielleicht musst du es nochmal versuchen, Slender X. Nicht Spaß. Dankeschön. Beim zweiten Mal klappt es. Oh, da kann ich noch aufmachen und es ist nichts drin. Ja, ich gehe jetzt einfach nochmal zurück, ne. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine andere Abzweigung, die ich gehen könnte. Okay. Nee. Glaube ich nicht. Dammit. Hier ist irgendwie Sackgasse. Hä? Wo müssen wir denn dann jetzt lang? Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Hier habe ich die Map bekommen. Und die Map zeigt mir genau den Weg, an den ich jetzt gelaufen bin. Aber sonst nix. Die Türen sind alle verbarrikadiert. M-Tür. H-Tür. Habe ich irgendwelche Schlüssel-Items? Nee, habe ich gar nix, ne? Hm. Äh. Ich muss mal nochmal beim Ablaufen gucken, ob irgendwo eine Wand ist, die mal einschlagen könnte, die ich vielleicht übersehen habe. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, ne. Utility Room. Aber die sind schon recht auffällig. Das würde man sehen, glaube ich. Ja. Okay. Hier geht's auch nirgends weiter. Verschlossen. Die Motten-Tür. Muss ich irgendwas bei der Motten-Tür machen? Muss ich das Licht ausschießen? Aber was, wenn ich keine Munition an der Stelle hätte? Glaube ich nicht. Kann ich aber. Krass, dass das geht. Cool, dass ich das Licht ausschießen kann. Aber hab mir nix gebracht, außer dass es jetzt noch dunkler geworden ist. Na wunderbar. Na ja. Wenn ich mir die Details des Hypetrains anschaue, steht da, ich hätte null Bits gespendet. Seltsam. Komisch, ja. Ich sehe auch hier bei Streamlabs keine Notification. Ich sehe es nur auf Twitch direkt. Vor vier Minuten. 2.500 Bits. Vielleicht kommt noch. Keine Ahnung. Twitch hat's scheinbar irgendwie schon wahrgenommen. Aber, weil, ich meine, du hast ja auch den Hypetrain voll nach oben getrieben. Warum sollten null Bits den Hypetrain nach oben treiben? Das ist ein bisschen weird. Ach, keine Ahnung. Hier, wenn wir uns durchhauen könnten. Das wäre gut. Und in Chat steht's auch nicht, ja. Irgendwas ist schief gelaufen vielleicht. Ah, okay. Dafür brauchen wir das Uhrenrätsel. Aber da haben wir doch keine Zeiger, ne? Da brauchen wir erst die Zeiger. Dann können wir wahrscheinlich in den Raum da rüber. Oh, Hypetrain, Stufe 7 abgeschlossen. Dankeschön, Leute. Ich habe einen wunderschönen Bärchen-Emote bekommen. Slenderex, danke für die 30 Quacks. Wo ist denn mein Mauszeiger? Jetzt komme ich wieder rüber. Hier, guck mal. Ist das nicht toll? Mega-Mlep. Man sieht's jetzt nur auf Twitch. Nicht auf YouTube. Wo, was, wie, warum? Wo stehe ich auf dem Schlauch? Was ist los? Was muss ich tun? Warum steht hier ein H und jemand hämmert an die Tür? H wie hämmern! Oh. Hier gibt's keinen Weg nach unten. Hier gibt's keinen Weg nach unten. Nur weil wir den Fernseher hier nicht kaputt machen können, ich schwör's euch. Henry und Mildred vielleicht. Ja, aber ohne Zeiger. Also, keine Ahnung. Das ganze Rätsel bringt mir nix, wenn ich keinen Zeiger hab. Oh, das ist auch ein tolles Emote. Ein Hündchen, das den ersten Preis gewinnt. Sehr schön. Guck mal, alles voller Blut und dreckig. Nur die Taschentücher aus der Box, die sind blitzeblank. Schön. Sehr schön. Warum? Jetzt geh ich nochmal da raus. Wahrscheinlich hab ich irgendwas ganz offensichtliches übersehen, oder? Ist das eine Tür? Kann ich da rein? Nee, schade. Das wär's gewesen. Hm. Könnte auch eine Katze sein, da hast du recht. Oh, nein! Ich kann hier einfach hochklettern, ich trottel. Ja, okay. Machen wir ganz kurz Pause. Ich muss ganz dringend aufs Klo und dann klettern wir da durch. Ich hab's einfach nur nicht gesehen. Ah, bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, bin schon wieder da. Hinter meinem Bildschirm fängt meine Katze gerade eine Fliege. Kann sein, dass gleich alles umfällt und explodiert. Aber bis dahin spielen wir jetzt einfach weiter. So. Wir haben es geschafft. Wir haben des Rätsels Lösung gefunden. Genau, der alte Kisten und dann Fensterdurchgangstrick. Den habe ich nicht kommen sehen. Okay. Bingo. Dankeschön für die 100 Bits, Fuseli. Na ja, wenn hier überall so tote Monster liegen, dann wissen wir, was los ist, ne? Das kleine Mädchen war hier wieder unterwegs. Gelangweilt und frustriert. Kickt Schlüssel weg. Tötet Monster. Oder was kleine Mädchen halt so machen. Man kennt's. Okay, hier ist offensichtlich ein Durchgang. Aber jetzt will ich nochmal kurz da reingucken, wo das Monster rausgekrochen ist. Oh wow, das ist ja ein richtiger Flur hier. Ne, dann haue ich jetzt erst das Loch in die Wand. Heilung. Munition. Wie viele Kugeln haben wir jetzt mittlerweile wieder? Ah ja, haben wir wieder ein kleines Repertoire. Das ist sehr gut. Hier war aber jemand sehr fleißig, ne? Unglaublich. Alles, alles hier einfach mit toten Monstern zugekleistert. Wie viele waren denn hier bitte? Ich habe noch nie so viele Monster getroffen. Was höre ich da? Geräusche? Ich habe gerade ein bisschen mehr Angst vor meiner Katze und der Fliege als vor dem, was hier drin passiert. Was, warum? Was hat mich hier denn jetzt gerade getroffen? Hör doch auf. Nur weil es noch ein bisschen stinkt oder was? Gemeinheit. Hey, Seiter! Hallo und vielen, vielen Dank für den super Chat auf YouTube. Dankeschön. Hallo auch an dich. Hallo auch an dich. Ja, so Samara-mäßig, ne? Kinder können schon unheimlich sein in so Horrorfilmen. Aber, warte mal, was habe ich letztens gelesen? Die Schauspielerin von der Samara, diesem Mädchen aus The Ring, ist, glaube ich, synchronisiert, glaube ich, irgendeine total lustige Figur in irgendeinem Zeichentrick oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr sicher. Fand ich auf jeden Fall lustig, weil es so nicht zusammengepasst hat, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber es ist ein halber Funfact für euch. Die halbe Recherche müsst ihr selber übernehmen. Gut, gut. Ich finde das Spiel gut. Ich finde das so interessant, aber das ist ja auch klar, ne? Bei dem Spiel, das am Anfang so kontrovers auch beäugt wurde, dass jeder reinkommt und sagt, wie findest du es bis jetzt? Wie findest du es bis jetzt? Aber ich finde es tatsächlich auch gut. Und ich war bis gerade eben skeptisch. Was heißt bis gerade eben? Ich würde sagen, die erste halbe Stunde, Stunde im Spiel war ich noch sehr skeptisch. Ja, kann man schon sagen. Aber jetzt mittlerweile, muss ich sagen, hat es mich, glaube ich, schon überzeugt. Also da kann nicht mehr so viel so schief gehen, dass ich entrüstet bin und sage, oh mein Gott, schlechtestes Spiel ever. Das Feeling ist gut. Also, ne, ich kann es nur immer wieder sagen, Kampfsystem und so weiter ist alles wirklich furchtbar. Also wirklich scheiße. Aber ansonsten schon echt gut. 3-0-6. Tatsächlich könnte das sein, Slander Rex, aber ich kann das nicht sicher sagen. Aber es steht im Raum. Aber möchte ich jetzt noch nichts irgendwie. Was, wo, wer? Lange aufwärts. Dauernd wird mir hier bespuckt. Können wir das Rad nicht mitnehmen? Ich bräuchte das eigentlich an einer anderen Stelle. Ne, anscheinend nicht. Es gibt einige, die haten das Remake so oder so. Bestimmt, bestimmt. Also ich meine, ne, keine Ahnung. Geschmäcker sind immer verschieden, sind immer unterschiedlich und es gibt bestimmt auch Gründe, warum man das Remake nicht mögen könnte. Aber mir macht's bis jetzt schon Spaß. Es ist jetzt nicht so mein Spiel des Jahres. Da hab ich schon ganz andere Kandidaten bis jetzt. Aber es ist schon so, dass ich sage, doch, ja. Gut, das kann man empfehlen. Das macht Spaß. Mit Fuji ist auch alles gut. Der ist genauso frech wie immer. Monster, ich hör' Monster. Bist du's? Ne. Bist du's? Ja. Wusste ich's doch. Aber ich hör' noch mehr Monster. Hat sich der Nebel schon verzogen? Darf ich durch? Ich glaub' schon. Haha! Und wir kriegen einen Heiltrank. Ne, Pistolenmunition. Okay. Schade. Hä? Warum hab' ich die Tür? Warum ist die nicht? Ah ja, jetzt. Die wollte er vorher nicht auf der Karte einzeichnen irgendwie. Hinter der Tür ist anscheinend noch was. So, jetzt lass mich schnell gucken. Wo? Aha. In dem großen Raum 307. Da ist noch irgendein Rätsel mit einem Grammophon. Das hab' ich anscheinend komplett übersehen. Oh! Ja, die sind immer mies. Das ist aber cool. Das Kampfsystem ist zwar wirklich blöd, aber die Gegner sind gut, gut platziert. Oder gut eingesetzt. Äh. Weißt du, ich sage immer bei so nem Spiel, hey, wenn du Gegner hast in deinem Spiel, dann nutzt die auch. Dann möchte ich, dass die Gegner nen Sinn haben. Gute Gegner haben nen Sinn. Und in Silent Hill war der Sinn von den Gegnern eigentlich immer die Interpretation, die Story. Sonst hatten die nicht wirklich viel Sinn. Die standen da halt so ein kleines Hindernis, ne, damit's wirklich so ein, ein, äh, Fail-State in dem Spiel gibt, an dem er scheitern kann, aber im Großen und Ganzen waren die nur für die Story da. Und in Resident Evil 4 zum Beispiel sind die verschiedenen Gegnertypen spielerisch sehr wichtig, weil die unterschiedliche Strategien erfordern und in unterschiedlicher Kombination unterschiedliche Stärken und Schwächen haben und so weiter und so fort. Das find ich auch ganz interessant. Und Silent Hill macht jetzt aber hier, dass die die Gegner auch wirklich, also das Remake macht's wirklich besser als Original, dass die Gegner auch spielerisch eingesetzt werden. Und dass die unterschiedliche Funktionsweisen haben und, äh, cool in Szene gesetzt sind und manchmal auch in geskripteten Events irgendwie quasi für Überraschungen gut sind, für coole, stylische Szenen. Das ist wirklich toll. Muss ich schon sagen. Kann ich hier irgendwas machen jetzt? Nö. Eigentlich irgendwie nicht. Oder? Nö. Okay, ich hab aber den Schlüssel für 306. Auch gut. Dann schauen wir erstmal, dass wir nach 306 kommen, würde ich sagen. Auch sehr treu am Original. Ah ja, gut, das ist gut zu wissen, weil ich hab's vorher schon gesagt, da bin ich nicht mehr so... Es ist lange her, dass ich den zweiten Original gespielt hab. Das kann ich gar nicht mehr so beurteilen. Okay, ich schätze mal, ich bin da einfach, äh, rechts dem Flur weiter noch nicht gelaufen. Hey, Mr. Skyline, willkommen zurück. Naja. Ist nur ein bisschen Munition und ne Falle anscheinend. Schade. Hallöchen. Ja, das Spiel kommt auch, äh, erst morgen raus, aber... Das hat so diese Premium-Collector's Edition zwei Tage vorher Zugang-System-Dingens von Ubisoft übernommen. Bin ich auch kein Fan davon. Aber ist so. Warum kann ich das Rad nicht benutzen? Warum kann ich das Rad, das wir da woanders gefunden haben, nicht abnehmen und hierher mitnehmen? Brauch ich da erst ne Zange dafür oder sowas? Wo ist Zimmer 302? War's 302? Wenn ich ein besseres Gedächtnis für irgendwas hätte. 306. Aha, cool. Gehen wir da mal rein. Gehen wir da mal rein. Hallo, Lastronin. Ich hab's eigentlich nicht vor, dass ich öfter früher schon streame. Aber vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Die letzten beiden Male war das jetzt wirklich eher Zufall, dass das jetzt so gekommen ist, wie's gekommen ist. Aber ich denk schon drüber nach, ob man vielleicht die beiden Stream-Tage wieder zu einem langen Mal zusammenlegen könnte. Aber da müssen wir mal gucken. Schauen wir mal die nächsten Wochen. Werde ich noch ein bisschen rumexperimentieren, glaub ich. Komm her. Komm her. Komm her jetzt. Das lockt mich hier einfach in ne Falle. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Okay. Ich bin dem Ding grad so hinterher gelaufen, ich weiß gar nicht, von wo wir gekommen sind. Blutige Badewanne. Waren wir hier schon? Wo bin ich? Was ist das für ne Tür? Warum ist hier... Achso, das ist die normale Badezimmertür. Okay, alles klar. Okay. Das können wir jetzt mitnehmen. Ventil. Mit ein bisschen Pupi am Rad oder so. Keine Ahnung. Iiii. Okay. Oh, warum ist denn da so ne lange Kette? Haben wir die grad... Ach, müssen wir die Ventile drehen, damit sich die Ketten vom Gramophon lösen? Das hab ich überhaupt nicht gecheckt bis grad eben, aber I guess, das ist so. Arsch. Warum höre ich hier noch mehr Monster? Ist es nicht irgendwann mal genug? Müssen hier so viele Monster jetzt sein? Ist das wirklich notwendig? Anscheinend. Wenn die so am Boden droppen, ist es auch irgendwie ein bisschen lustig, oder? Ich find das eher ein bisschen albern als verstörend, wenn die so in ihrer gefesselten Animation überm Boden schrubbern. Aber gut. Ich bleib bei verlassen des Gebäudes, bevor es zusammenbricht. Ey, so schnell wie möglich bin ich hier wieder raus. Keine Frage. Ob jetzt, weil es zusammenbricht oder wegen den Monstern, aber es gibt viele gute Gründe, das Haus so schnell wie möglich zu verlassen. Hat glaube ich einen adaptiven Schwierigkeitsgrad. Ja. Nehme ich an. Also schon allein die Items in den Schubladen. Bin ich mir schon ziemlich sicher eigentlich. Okay. Jetzt kurbeln wir hier noch mit unserem Ventil. Und wir haben einen Zeiger. Den Stundenzeiger. Aber das ist irgendwie nur der erste, ne, von drei, die wir wahrscheinlich brauchen. I guess. Aber den Stundenzeiger haben wir jetzt schon mal. Und einen Weg nach unten. Ah, bei der H-Tür sind wir jetzt. H wie Hour. Und M wie Minute. Der Stundenzeiger öffnet die H-Tür. Und der Minutenzeiger die M-Tür. Ich bin so klug. Manchmal habe ich Angst vor mir selbst. Hahahaha. Aber wenn meine Theorie wirklich stimmt, dann... Wie schießen die drei? Scott. Ah ja, genau. Könnte auch die Mildred sein. Ne? Weil ansonsten wäre das im Deutschen echt ein bisschen schwierig. Okay. Wir haben jetzt den Stundenzeiger. K-L-U-K. Juhu. Der Stundenzeiger ist wahrscheinlich dann die Mildred oder so. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich muss das Gedicht nochmal lesen. Also. Henry. Ach, Henry. Genau. Henry ist dann H. H wie Stunde. Henry ist H wie Stunde. Henry hat Angst vor Scott. Er flieht und sucht das Weite. Er flieht ganz flink nach Westen. Auf die andere Seite. Dann schauen wir mal. Dann drehen wir den Henry mal in den Westen. Sachen passieren. Sachen passieren. Ich glaube, Henry ist schon mal richtig. Genau, ne? Aber das finde ich jetzt im Deutschen fast gemein. Weil da ist ja... Es müsste ja... Hätte man in der Übersetzung als Henry vielleicht... Und dann ist ja auch noch Scott, ne? Das ist... Naja, gut. Mein Gott. Lässt sich, glaube ich, auch so lösen. Aber mit den Anfangsbuchstaben macht es im Deutschen halt nicht viel Sinn. Eine kaputtbare Mauer. Das Apartment sieht seltsam in Ordnung aus, ne? Ich glaube, ich mache mal lieber den Fernseher kaputt. Das ist mir zu... Nein! Und zerstörbarer Fernseher auch noch. Dann nehmen wir das Katana. Oh, da gehört ein Vogel und ein Schwan hin. Warum sehe ich eigentlich, welche Objekte ich brauche? Das macht die Rätsel ja irgendwie noch trivialer irgendwie, ne? Aber gut. Wahrscheinlich, weil ich normalen Rätsel-Schwierigkeitsgrad gewählt habe. Also, ich habe mich schon gewundert, was das macht. Na doch, wollte ich gucken. Wir haben kein Schlüsselobjekt aktuell. Okay. So. Ein bisschen randalieren hier wenigstens. Wenn es nicht ganz so aufgeräumt aussieht. Furchtbar. Nein! Kaufs Glas! Gut gemacht, James. Gut gemacht. Jetzt haben wir noch ein Loch in die Wand. Ich muss aber sagen, der Knüppel, den er da hat, ist ganz schön robust auch. Den benutzen wir jetzt schon ganz schön lang für alles Mögliche. So, jetzt springt gleich was durch die Tür und beißt mich in den Arsch, wenn ich da ins Klo fasse. Tiefer! Such tiefer, James! Tauch mir im Kopf rein! Ne. Nicht mehr notwendig. Der Minutenzeiger. Und jetzt ist das hier gar nicht mehr so schön. Dankeschön für die Pits. Ich dachte gerade, das Monster hat so gelacht, als ich es erschossen habe. Das wäre so unpassend gewesen. Oh Gott, oh Gott. Ah, guck mal, der Fernseher ist kaputt. Yes! Ich habe es doch geschafft. Okay, und jetzt können wir hier den Vogel platzieren. Aber jetzt ist das Universum im Ungleichgewicht. Jetzt brauchen wir den Schwan. Oh, das war so der letzte Hafen Sicherheit in diesem Haus. Und ich habe es korrupiert jetzt. Ich habe das Böse hier reingelassen. Ich habe keinen Schwan. Wo soll ich den Schwan hernehmen? Habe ich nicht. Aber wir können mal in den Flur gehen und noch in die anderen Zimmer gucken. Da vorne gibt es definitiv noch das Zimmer 209, wo wir noch nicht waren. Ich schaue mal ans Ende noch des Flurs. Jetzt springt was aus dem Schrank, wenn ich das nehme. Bam! Ne, doch nicht. Puh. Hallo, Schatz. Ich bin zu Hause. Schatz, bist du's? Habt ihr das gehört? Ich habe mit dem Spiel geredet und der Spiel hat zurückgeredet. Oh Gott, oh Gott. Ui, 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 ui. Ein Herz. Aus Holz. Und das kann ich aber so... Ein halber Schwan. Ein halber Schwan. Oh, Entschuldigung. Ah! Das ist gemein jetzt. Guten Appetit, Saita. Hallo? Monster? Okay, dann gehe ich zum Monster. Wenn das Monster nicht zu mir kommt... Okay, cool. Okay, cool. Cool. Dann sind wir hier fertig. Glaube ich. Waren wir schon in der Küche? Haben wir schon Kästchen aufgemacht, in denen nichts drin ist? Ne, es gibt nicht mal... Können wir nicht mal was aufmachen. Ich frage mich, wie Videospielcharaktere entscheiden, welche Kästchen es wert sind, geöffnet zu werden und welche nicht. Es ist bestimmt nur Cthulhu, der dich in den Wahnsinn treibt. Ja, eben. Ich glaube auch. Also so ganz normal halt. Wie immer. Okay. Es gibt auf jeden Fall noch ein Zimmer, in das wir hier gehen können, da unten. Am Ende des Gangs in die Richtung. Ist das eine Einhauwand? Ich glaube schon. Wo hauen wir uns da rein? Ja, genau. Zimmer 211. Let's go. Wow. Wow. Hallo, Monster. Ich höre dich. Ah, guck mal. Hallo. Ich glaube, das Ding wollte sich verstecken, aber war sehr tollpatschig beim Verstecken. Das tut mir jetzt fast leid. Das war niedlich irgendwie. Wieso kennt ihr das Video, wo so ein Baby-Elefant auf so eine Gruppe von Menschen zuläuft und die so bedrohen will? Und dann merkt er aber, dass die gar keine Angst haben. Und dann läuft er ganz schnell weg und versteckt sich hinter so einem kleinen Schild. So eine, ich glaube, so ein dünner Baum oder ein Verkehrsschild, ich weiß es nicht, aber irgendwie so ein dünner Streifen. Dann steht der Baby-Elefant so dahinter und ist natürlich viel breiter als das Objekt, hinter dem er sich versteckt. Also an das hat mich gerade das Monster erinnert. Naja. Hilft ja nichts. Hier sollte ja auch gar keine Tür sein, ne? Wo soll die hinführen, die Tür? Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel für echte, große Silent Hill-Fans, weil das bin ich ja nicht. Ich finde den zweiten Teil vor allem, ich habe höchsten Respekt vor der Arbeit, die der zweite Teil war. Aber ich bin kein großer Silent Hill-Fan jetzt in dem Sinne. Ich kann mir vorstellen, wenn man großer Fan ist, gerade eben vom zweiten Teil, dass das schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis hier ist. Das einfach alles mal in so schön zu sehen auch, wisst ihr? Kann ich mir gut vorstellen. Okay, die Schwanfigur symbolisiert die Gespaltenheit der Welt und unserer Figur. Aber sie ist zu schwer. Wir müssen erst... Achso, das geht auch. Ich dachte, wir müssen erst den Bart entfernen von ihr, aber ich schätze, so geht es auch. Das perfekte Gleichgewicht offenbart den Schlüssel. Der Flügelschlüssel. Ist der jetzt für die Tür direkt hier? Ja, irgendwie ein bisschen lame, aber so cool. Ich bin eh kein Fan davon, wenn man immer ewig lang rumlaufen muss, um irgendwelche Schlüssellöcher zu finden. Na dann, James, ab ins Loch. Immer eine gute Idee, in Silent Hill nach unten zu springen. Heißt meistens Bossmonster. Oh, wir sind gerade im untersten Stockwerk angekommen. Da waren wir noch nicht. Shit. Oh, oh. Das ist der Rätsel. Ist das der Rätselschrank? Aus der echten Welt? Was macht der hier? Hm. Woher weiß er, dass die Tür verbarrikadiert ist? Waren wir da von innen schon gerade? Habe ich die Tür versucht wahrscheinlich? Aha. Creepy Teddy. Warum sind Kuscheltiere so gruselig manchmal? Was ist das? Was ist das, dass wir Kuscheltiere gruselig finden? Ich glaube, es ist so der Ort und das Setting, das Kuscheltiere gruselig macht. Blutverschmierte Kuscheltiere in so einem Gebäude sind einfach gruselig, weil da, ich habe da sogar mal ein Video dazu gesehen. Das war ganz interessant. Und dieses, das Horror im Endeffekt, das ist, wenn was da ist, was nicht reinpasst. Wenn es einfach unpassend ist. Wenn man es nicht erwartet. Wenn irgendwas nicht stimmt. Weil da, ne, weil das eigentlich in einem anderen Setting gewöhnt ist. Das empfindet man schon als Horror. Und ich glaube, das ist das mit Kinderlachen und so Kuscheltieren und so, an so dunklen Orten. Ja, wer weiß, Lecky. So ein bisschen ist es wahrscheinlich so. Ja, Puppen. Aber Puppen ist auch noch so ein bisschen Uncanny Welly, ne, dabei. Wirklich? Was ist das Problem? Es ist einfach nur zu gehen. Vielleicht ist es alles, was wir deserveieren. Wir? Wir. Wir. Wir sind alle das gleiche. Ich bin nicht wie wir. Wir. Wir sind nicht wie wir. Wir sind. Wir sind hier. Wir sind. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? Well, I just figured because this is where you're looking for her, how else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Not yet. She died three years ago. She's dead? Don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. We have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. I... Besides, I'd just slow you down. What about that? I... will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Don't... Don't... I'm sorry. I've been bad. Please don't. I'm sorry. I've been bad. I'm sorry. I'm sorry. So, Kater. Befürchtet, müssen wir weiterspielen, Katerchen. So. Nach erfolgreicher Fliegenjagd musste der Tiger ein bisschen kuscheln. Okay, wir haben jetzt ein Messer, ne? Ist das unsere neue... unsere neue Waffe? Können wir die benutzen? Ist das eine Waffe? Ich will wissen, ob das eine Waffe ist. Nee. Persönlich. Ah, okay, okay, okay. Das Messer hat Angela zurückgelassen. Es fühlt sich schwerer an, als es aussieht. Schade. Ich dachte, wir hätten jetzt ein schnelles... Oh. Schlüssel der Residenz. Wir hätten jetzt so eine schnelle Kurzreichweitenwaffe. Ich wäre eh beim Knüppel geblieben. Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Erstens... Erstaunlich, dass es hier tatsächlich eine Reflektion gibt, während die meisten, äh, Räume keine haben. Aber... Ähm... Es hat grad vollgeleckt, als ich da reinhauen wollte. Was? Merkels Messer? Warum Merkels? Achso, weil sie so ein Fünfer Haarschnitt und so. Ja, alles klar. Alles klar. Ich versteh schon. Oh! Wir sind zurück. Nee. Ich dachte grad kurz, wir wären wieder in der realen Welt, aber... Irgendwie nicht. Äh... Exodias, hey! Schön, dass du mit dabei bist. Danke fürs Folgen. Und weil sie Angela heißt. Ja, ja. Okay, 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 okay. Ich seh die... Ich seh die Überschneidungen. Ist James grad kleiner geworden? Ich steh auf ner Treppe. Achso, okay. Ich dachte, jetzt kommt der Alice im Wunderland Sequenz. Aha! Und hier ist die Sekundentür. Die hab ich schon gesucht. Die hab ich schon vermisst. Wird gleich auf der Karte notiert. Sehr vorbildlich. Früher musste man sowas noch selber machen, ne? Jetzt macht James das alles. Also ich meine so alten Adventures. Nicht früher in Silent Hill Original. Und ein kugelsichere Tücher. Was sind denn die? Sind das Kevlar-Tücher? Ah, noch ein Lied. Wir hatten schon mal eins. Vers la flue. Oder so. Ich kann kein Französisch. Vielleicht ist es auch Vers la flamme. Von Alexander Sgri... Sgri... Sgriabin. Kenn ich nicht... Kann ich nicht aussprechen. Spritze. Das Spiel ist so cool gemacht, bin ein bisschen weiter als du. Aber... Echt... Gut gemacht, ois. Ja. Finde ich bis jetzt auch. Ich sage immer bis jetzt dazu. Wisst ihr, ich traue dem Braten glaube ich immer noch nicht. Das mache ich ganz unterbewusst. Wahrscheinlich denke ich mir so irgendwie... Gleich kommt! Gleich kommt die eine Stelle, wo ich mir denke... Okay, jetzt ist alles ruiniert. Jetzt haben sie es geschafft. Kackspiel. Haha! Wer überrascht hier wen? Okay. So nämlich... James hat nämlich instinktiv seine Pistole gezogen. Der hat das im Gefühl, wenn Gegner in der Nähe sind. Und dadurch... Hat es ich auch im Gefühl. Okay, jetzt gehen wir nochmal in den Uhrenraum, oder? Joa. Und der Uhrenraum ist... Hier? Fragezeichen? Okay... Genau. Ja. Hi Malte! Was geht? Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Guckt mal. Warum sind denn die drei Save Games hier so dunkel? Und unten Ostteil von South Wales? Warum ist das so hell? Ah, jetzt ist es nicht mehr so, oder? Am Back anscheinend. Okay, ich verstehe. Alles cool. Okay, wir haben jetzt den Minutenzeiger. Jetzt muss ich nochmal kurz das Gedicht lesen. Also, Stundenzeiger... ...hat Angst vor dem Sekundenzeiger und geht in den Westen. Doch der Minutenzeiger kommt zu ihm. Leer ist ihr Gesicht. T-Bone! Vielen, vielen Dank für die Bits. Das Spendenglas wird aufgefüllt. Hurra! Schön. Sehe ich das auch mal wieder live. Habe ich schon lange nicht mehr drauf geachtet. Wie die ganzen Bits da rein rieseln. Ich liebe es. Dankeschön. Okay. Also, Minutenzeiger mit leerem Gesicht. Scott liegt ganz flach da. Sah ihren Abstieg nicht. Sah ihren Abstieg nicht. Nee, auch nicht. Hm. Hm. Muss ich nochmal gucken. Verstehe ich jetzt grad nicht. Okay. Warte, hier kommt Mildred. Oder warte mal. Habe ich hier den Sekundenzeiger? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder ist das der Minutenzeiger schon, oder? Ich glaube schon. Sonst ist alles gut bei mir, ja. Alles cool. Mildred kommt zu ihm. Leer ist ihr Gesicht. Scott liegt ganz flach da. Sah ihren Abstieg nicht. Also entweder haben wir jetzt hier den Sekundenzeiger und ich hab's verplant und der gehört hierhin. Nee. Oder... Der kommt zu ihr und dann der Abstieg. Minutenzeiger auf zwei? Ja, tatsächlich. Aber warum? Wie bist du jetzt darauf gekommen? Wegen dem hier? Wegen der Zeichnung hier. Aber das Gedicht hätte mir jetzt nicht gesagt, dass der Minutenzeiger auf zwei muss. Ganz im Gegenteil. Aber okay, gut. Aber okay, gut. Okay. Dann... Haben wir jetzt die Minutentür geöffnet. Die war da drüben. Die war da drüben. Tiba und nochmals danke für die Bits. Törtchen! Power! Genau die Zeichnung. Ja, okay. Auf die hab ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber das verstehe ich nicht. Was ist denn der Abstieg? Achso, wartet mal. So wie eine Uhr funktioniert, ne? Dann müsste die ja erst hochkommen, bevor die wieder... Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum auf zwei. Ja, ist komisch. Oh. M steht vielleicht wirklich doch auch für Motte. Und hier haben wir die größte Motte ever. Gibt's die wirklich? Ist das so ein Monarchenfalter? Ich kann damit leider nicht interagieren. Ich glaub so der größte Schmetterling, den es gibt, ist doch dieser Monarchenfalte, ne? Und der ist irgendwie so groß wie New York ungefähr. Oder so. Oder so ähnlich. Okay, warte mal. Mond... Minus... Blimsel. Tod plus Blimsel. Und Blimsel minus Tod. Jetzt muss ich nur rausfinden, was was ist. Und ich glaub... Wartet mal. Du bist der Tod. Warte mal. Was ist da auf dem Stuhl? Noch einer. Oh Gott. Boah, ich hätt so... Stellt euch vor, ey. Ich hätt so Schiss. Ich weiß, die tun einem nix. Aber ich würd mich so erschrecken, wenn so ein Ding vor mir wär. Oder um mich fliegen würde. Also so lebendig. Mond. Geht's um die Anzahl hier, meint ihr? Aber nicht spoilen, wenn ihr's schon wisst. Nicht spoilen, wenn ihr die Lösung schon kennt. Ist nur mal so eine Frage in den Raum gestellt. Ah, guck mal. Da ist nämlich noch einer. Jetzt haben wir's. Totenkopf ist zwei. Mond ist eins. Und der... Der andere. Blimsel. Blimsel wär auch zwei. Kann das sein? Oder fehlt mir ne ne... Ich hau mal da die Wand ein. Das sah nämlich so aus, als könnte man bei dem Totenkopfhalter noch was verschieben oder so. Und vielleicht offenbare ich dann die Wahrheit. Oh, Bitbombe! Wunderschön. Dankeschön, Tibauon. Das Glas ist ziemlich voll geblieben, ne? Auch cool. So, nämlich. Jetzt verschieben wir das Ganze hier nämlich. Und dann sehen wir, dass hier noch ein Mondfalter ist. Okay, ich glaube, ich weiß, dass Rätsels Lösung ist. Alles gut. Ich muss nur ne Strichliste schnell machen, damit ich auf die richtigen Zahlen komme. Ich mach mal hier, ich male einen wunderschönen Totenschädel. Äh, haben wir jetzt einmal auf jeden Fall. Und den Mond haben wir auch einmal. Ist das nicht ein toller Totenschädel? Na? Gruselig, ne? Spooky. Passt zum Oktober. Aber passt auf. Leeroy Jenkins! Danke, Tibauon. Das ist zu laut, das Leeroy Jenkins. Können wir uns darauf einigen, dass ihr das bitte nicht mehr benutzt? Jetzt hier. Weil das ist zu laut. Das will ich eigentlich wieder rausnehmen. Zu laut und zu billig. Aber danke. Es hat mich motiviert. Jetzt bin ich wieder bereit für den Kampf. Ich hab extra leise gedreht. Hinterhältig. Jo, viel Spaß beim Gassigehen. So. Danke, Slenderex. Okay, Blimsel haben wir einmal. Totenkopf nochmal. Mond nochmal. Auf der Couch liegt nochmal ein Blimsel. Game over. Stimmt doch gar nicht. Oder mache ich es falsch? Ich glaube nicht. Okay, wenn das stimmen sollte, wie ich es jetzt aufgeschrieben habe, fände ich es irgendwie komisch. Weil nach dem, was ich jetzt hier habe, wäre sowohl Mond als auch Blimsel 3. Und das kommt mir tatsächlich komisch vor. Aber es könnte schon stimmen, ne? Wer weiß. Außer ich habe irgendwo noch was übersehen. Aber ich versuche es jetzt einfach mal mit den Zahlen, die ich habe. Dann hätten wir Mond 3 minus 3. Null. Gibt es nicht. Dammit. Dann kann das schon mal nicht stimmen. Sollte ich mich vielleicht nochmal genauer umschauen. Ah, Flügel. 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 Hi, Bello. Oh, ganz gut. Alles bei mir. Flügel, Leute. Ich mache nochmal eine neue Liste mit Flügel. Weil dann haben wir hier zwei Totenkopfflügel und einen Mondflügel. Flügel. Und hier haben wir einen Blimselflügel, zwei Totenkopfflügel und einen Mondflügel. Hier haben wir zwei Blimselflügel. Es geht darum, welche, wie oft ich die Symbole sehe. Ganz einfach, ne? Nochmal zwei Blimsel. Und nochmal. Oh ja, warte mal. Oh, ich muss nochmal von vorn gucken. Monde sind viel mehr. Viel mehr Monde. Ich verstehe es jetzt. Jetzt wird mir alles bewusst. Ich bin der König der Rätselwelt. Ich muss die Symbole einfach zählen. Ah, ich muss nochmal von vorne anfangen. Alles falsch gemacht. Totenköpfe habe ich nur einmal. Das ist... Okay, alles gut. Aber ich glaube, jetzt weiß ich es. Also. Wenn ich es richtig gemacht habe, ist Totenkopf zwei, Mond acht und Blimsel fünf. Ne, warte mal. Ich muss nochmal Blimsel überprüfen. Doch, Blimsel stimmt. So, dann hätten wir jetzt Mond, also acht minus fünf haben wir drei. Dankeschön. Aber noch ist das Rätsel nicht gelöst. Noch ist das Rätsel nicht gelöst. Dann hätten wir zwei plus... Äh... Fünf ist sieben. Und... Fünf minus zwei ist drei. Und somit beende ich meinen Zug. Silberdrache im Angriffsmodus. Ich meine natürlich Drache mit dem Silberblick. Wie heißt der gleich nochmal? Let's go! Greifen wir ins dunkle Loch. Bingo? Wir haben schon so oft in Toiletten und dunkle Löcher gegriffen. Du brauchst gar nicht mehr so schauen, das kennen wir schon. Einen... Kundenzeiger. Ich... ich wollte gerade sagen eine Nadel. Nadel. Was ist los? Hammer. Pyramid. Hammer Pyramid. So heißt er. Wie heißt er eigentlich gleich nochmal? Weil Pyramid hätte es tatsächlich einen Namen, den er nachträglich bekommen hat. Von den Fans im Grunde. Von den Leuten, die es gespielt haben. Ich glaube, eigentlich sollte er irgendwie... Ah, ich weiß es nicht mehr. Weißer Drache mit eiskaltem Blick. Genau den meine ich. Aber Drache mit Silberblick ist auch gut, finde ich. Haha. Na gut. Oh, er ist hier durchgekommen. Seht ihr das? Schön. Das ist nice. Dankeschön Dark Aphrodite. Boom. Dankeschön an alle. Für alle Bits und so. Ihr seid die allerbestigsten überhaupt. Die allergutsten. Der schielende Drache mit dem Silberblick. Ja. Entschuldigung für den Ablesmus an der Stelle. Falls es... Falls sich jemand verletzt fühlt. Sekundenzeiger. Dankeschön. Ich... ich hör zu. Okay, Scott. Henry hat Angst vor Scott. Dann müsste Scott gegenüber von Henry sein. Eigentlich, ne? Ja. Das hat wieder Sinn gemacht. Sehr nice. Leute, ich würde sagen, machen wir noch mal ganz kurz fünf Minuten Pause. Und dann öffnen wir die Esstür. Und ich glaube, dann sind wir mit dem Hotel so ziemlich fertig. Dankeschön. Kurze Pinkelpause. Und dann bin ich gleich wieder da. Dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Tada. Puh, da bin ich wieder. Red Pyramid Thing, schreibt Saita gerade. Genau. Ich glaube, das war's. Aber ich glaube, da gab's sogar noch einen anderen Namen für den. Lass mich mal kurz gucken. Außer Atem. Puh. Genau. Red Pyramid Thing. Red Triangle Head. Genau. Oder einfach Triangle Head. White Hunter. Und so weiter. Triangle Head finde ich lustig. So, warte mal, warte mal, warte mal. Schnell wieder zurück. Es passieren Dinge, die nicht angezeigt werden. Ja. Steini unterstrich dir just resapt vor zwei Moons. Ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll, daher einfach nur. In die Augen und danke Bird Rider für deine Arbeit, die du dir machst mit deinen Videos schaue ich immer wieder gerne. Dankeschön, Steini. Dankeschön, Steini. Super nett von dir. Freut mich sehr. Danke für dein zweites Sub-Monat. Und danke an Leiter für die verschenkte Mitgliedschaft. Hurra. Dankeschön. Okay, let's go. Weiter geht's. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, ich wollte Pyramid Head kaputt hauen. Ich meine natürlich Triangle-Ding. Der kriegt's jetzt mit dem Nagelbrett. Habe ich gespeichert? Safe habe ich gespeichert. Wo ist gleich nochmal der kürzeste Weg nach unten? Ah ja, genau. Einfach einmal, alles klar. Du lagst vorher nicht hier. Die Dinger verstehe ich irgendwie nicht. Das macht das Spiel manchmal. Da kann ich Dinge anklicken und dann kriege ich so Kamerasequenzen. Aber ich verstehe nicht, was die mir eigentlich genau sagen wollen. Ach, hier unten gibt's noch so viele Räume. Sind wir wirklich fertig schon? Ich bin mir nicht sicher. Wo war denn der Essraum? Wie komme ich da hin? Wie bin ich denn das letzte Mal da hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir mal. Gruselige Geräusche hören wir hier. War der nicht hier einfach? Doch, ja, genau. Aber die Tür ist nicht offen. Ah, okay. Das sind Stellen, in denen original was passiert ist. Ah, ich hab mir das schon gedacht tatsächlich, aber ich wüsste es nicht. Tröt. Ist jetzt ein Bosskampf angesagt. Das war's. Ich bin nicht sicher, ob und wenn, wohin ich auf den schießen muss. Ich krieg nicht wirklich ein Feedback vom Spiel. Muss ich ihm in den Rücken schießen? Auf den Saftsack? Ja, genau. Hier in die Augen zielen ist wahrscheinlich nicht gut. Oder muss ich ihn nur aussitzen? Ja, vielleicht. Aber warum gibt mir das Spiel hier dann Munition? Das wäre sehr irreführend. Komm zurück, du Feigling! Oh Gott! Okay, 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 okay. Ja, 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 ist schon gut. Ist schon gut. Ich wollte nur Spaß machen. Das ist gewonnen. Ja, er war mal ein Abenteurer, so wie wir, aber dann hat er eine Kugel ins Knie bekommen. Ich hab manchmal ein paar Lags. Ich mein, ich spiel das Spiel jetzt auf Ultra-Settings und Stream gleichzeitig, aber mein Rechner sollte das eigentlich packen. Ich weiß nicht, vielleicht muss das dann noch ein bisschen gepatcht werden. Aber es ist nicht schlimm. Es ist nur ab und zu so ein bisschen ein Slowdown mal, gerade im Gebietswechsel. Keine Ahnung, ob das an mir liegt oder am Spiel. Okay, cool. Hätten wir das auch. Wo sind wir jetzt zur Hölle eigentlich? Ach, guck. Ganz woanders. Wie sind wir denn da jetzt eigentlich hingekommen? Ach so, wir sind einfach nur übers... Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt mal zum Rosewater Park. Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Aber ich fand's sehr cool, muss ich sagen, dass, als ich ihn von hinten nochmal angreifen wollte, dass er sich dann tatsächlich umgedreht hat und nochmal auf mich eingeschlagen hat. Ich dachte jetzt nämlich, okay, jetzt ist er gescriptet, ne? Jetzt ist die KI im... Yeah, zerstöre 50 Fenster! Ich wusste es. Wie auch immer die Achievements gemacht hat, der fühlt das genauso wie ich. Das ist das Beste im ganzen Spiel. Das Kampfsystem an sich ist nicht gut. Aber das Fenster kaputt machen. Das haben sie gut gemacht. Und guckt euch das an. Ich werd sogar mit Munition belohnt. Jetzt, Spiel! Schön langsam! Verstehst du mich? Verstehen wir uns? Ja! Ich will vernichten! Zerstörung! Hey! Du hast auf die ganzen Monster umgebracht, oder? Vielleicht habe ich das. Okay, klettern wir hinterher. Das Kind weiß was. Schnell über die Mülltonnen. Also manchmal, James. Manchmal glaube ich, du willst Mary gar nicht finden. Oder Mariah. Ja, oder wen auch immer. Hi Tiny Tina, was geht? Leon, das kenne sie, das großer Bruder. Haben auch schon viele die Ähnlichkeit festgestellt hier. Hallo? Ist hier jemand? Oder etwas? Lieber jemand, wenn ich es mir aussuchen kann, aber schauen wir mal. Ich finde das Spiel bis jetzt super. Ich klinge wie eine gebrochene Schallplatte, weil ich es immer wieder wiederhole, aber Kampfsystem, super lame. Trefferfeedback beim Schießen, die Waffen fühlen sich an wie Spritzpistolen, super lame. Aber Setting, Stimmung, Story, Cutscenes, alles großartig. Also wirklich gut. Willkommen in Silent Hill, einer ruhigen kleinen Stadt am See. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Es gibt keinen besseren Ort, um sich von der Hektik des Alltags zu befreien und endlich einen erholsamen Urlaub zu genießen. Erleben Sie die malerische Berglandschaft mit ihren rustikalen Häusern und die spiegelnde Oberfläche des Toluca Lakes, die in der Abenddämmerung einen traumhaften, in traumhaften, neuer Absatz, Farben erstrahlt. Silent Hill wird Ihr Herz berühren und mit Frieden erfüllen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und Erinnerungen, die Ihnen für immer erhalten bleiben. Ja, mit den Erinnerungen, die uns für immer erhalten bleiben, da könnten Sie definitiv recht haben. Besser als Resident Evil 4? Nee, auf keinen Fall. Das würde ich nicht sagen. Das würde ich absolut nicht sagen. Aber ich muss halt auch dazu sagen, ich bin halt ein Gameplay-Mensch, ne? Mir ist halt Gameplay, mir sind Progressionsmechaniken und so weiter super wichtig. Und da ist halt Resident Evil 4 Remake schon einfach verdammt, verdammt, verdammt gut. Und Silent Hill 2 Remake, genauso wie das Original, Silent Hill 2 setzt halt da auf ganz was anderes, ganz andere Richtung. Da geht's überhaupt nicht um Gameplay. Ein paar Rätsel sind schon ganz cool gewesen bis jetzt, aber im Großen und Ganzen geht's hier wirklich eher ums Feeling, ne? Um Setting und so weiter. Das ist ganz was anderes. Und weil ich eben viel Wert auf Gameplay lege, ist für mich Resident Evil 4 Remake sehr viel lustiger, besser, macht mir mehr Spaß. Aber, ja, kann man schwer vergleichen. Patrick Chester, Sohn von Edward. Er kämpft und starb für das Volk, die Freiheit und für unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Jetzt müssen wir wieder durch die ganze Stadt laufen, um eine Münze für die Automaten hier zu finden. Na, super. Oh, kopflose Statuen. Na dann. Nicht über Rezi anfangen, gucke abends die Lore über alles und jeden juckt schon in den Fingern. Das ist gut. Ja, also ich finde schon, Resident Evil 4 Remake ist das bessere Spiel, so. Na nun, na na. Angela. Mary? No. You're... not. Es ist die verschollene Zwillingsschwester. Wo gehst du? Ich muss mich marryieren. Und du sagst, sie stirbt. Oh. Ja, drei Jahre vorhin. Es ist einfach... Ich habe ein Buch von ihr. Ein Buch? Ich weiß, wie es aussieht. Ich bin nicht... Hey, es ist okay. Okay, also... Was sagst du? Sie sagte, sie wartet für mich. Und das ist hier? Anyway, ich habe es hier nicht gesehen. Ist das dein einzigen Ort? Ich... Was hast du denn? Ich... Was hast du denn? Ich weiß nicht mehr. Danke, Slender X. Es war... ... etwas... ... ich... ... ich kann nicht ganz... Hey! Ich denke, ich könnte wissen. Ich meine... ... da ist das eine Ort. Ich bin nicht weit von hier. Ich bin einfach mit dir. Was hast du denn? Was hast du denn? Ich bin nicht bekannt. Das ist egal für mich. Ich kann dir zeigen, wenn du willst. Miros stand die anderenien... Ich denke, dass du... ... was hast du... ... etwas anderes zu tun. Hey! Easy, da. Ich bin nur mit dir. Lenderex, danke schön. Bis oben hin voll das Glas. Mit 360 Auflösungen siehst du in der Facecam ein bisschen aus wie Magnum oder Bud Spencer. Das ist nice. Bud Spencer ist ein sehr cooles Kompliment. Ich glaube, Bud Spencer war immer so ein bisschen mein Vorbild. Als Jugendlicher. Ich wollte immer Bud Spencer sein. Und bei 350 P-Auflösungen ist es jetzt so. Das liegt am Hemd. So. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinlaufen. Alle ein bisschen steif, ne? Aber so ist das. Ja, gleich. Lass mich kurz gucken, ob hier Loot ist. Ne, ist kein Loot. Ja, dann, let's go. Los, ich bin bereit. Und jetzt? Jetzt muss ich den Weg vorgeben, oder was? Gehen wir da lang. Da haben sie Dame mit Munition gespielt, wie man das in den USA so macht. Sehr gut. Hallo, Fräulein Dunkelbunt. Jetzt musst du mir sagen, wo es lang geht. Bitte. Ich weiß es nicht. Du willst mir irgendwas zeigen. Da, wir können durch den Motel gehen. Durch den Motel. Okay. Jack's Motel. Jack's Inn. Jack's Out. Ist das die Maus? Ja, guck mal, deswegen. Dauernd war der unterste Safe-Slot markiert, ne? Ich hab mich schon gewundert. Da ist die unsichtbare Maus, die da schwebt. Es ist so, dass du für einen Sekunden schwebt hast. Nein. Nice. Die hat gerade darauf reagiert, dass wir gespeichert haben. Der MPC hat gerade gecheckt, dass wir gespeichert haben und hat gesagt, ist alles okay? Wirkt so, als wärst du gerade kurz eingefroren. Super cool. Dieses Raum. Es ist etwas falsch mit dem. Ich glaube, wir sollten weg. Oh, schau dich, James. Es ist sicher, dass wir uns mit diesen Monstern übernommen haben. Ich bin nicht so sicher. So, scheiß Fernseher. Weiter geht's. Ich frage mich, ob zu den 50 Scheiben, die ich da, das Achievement, das ich da bekommen habe, auch die Fernseher zählen. Ich habe das Gefühl, ich habe schon mehr als 50 Fernseher kaputt gemacht, aber keine Ahnung, ob es stimmt. Ich gehe jetzt, ich gehe alle Türen jetzt ab. Los, schauen wir mal alle Türen an. Nicht, dass wir hier was Wichtiges verpassen. Monster kill. Yeah, dankeschön. Für die Bits, Timon. So, vielleicht gibt es auch noch ein Achievement für 100 Scheiben. Ich sollte, ne? Ich sollte es nicht drauf ankommen lassen. Okay, wir haben meinen Code. Die 5 ist verrostet, aber das hilft uns erstmal nicht weiter. Finden wir irgendwo Hinweise? Da steht der Code. Nein, das ist wirklich so. Ich will... Was? Ne, nicht wirklich, oder? Wenn irgendjemand, danke, Timon, für die 30 Quacks. Äh, wenn jemand irgendwas braucht, ich repariere die, äh, äh, Rohre in 107. Okay, ne, das ist nicht der Code, das wäre lustig. Ich versuche ihn aber mal. Schauen wir mal. Nix, leider. Ich kaufe leider nix. Danke für die Bits, Timon. Ein Bitsägen. Bitte ein Bits. Ich höre. Dankeschön, Slenderex. The Bits. Matratze. Matratze vor der Tür. Kommen wir leider nicht durch. Ah. Slenderex. Dankeschön. Ein Game Over hatten wir tatsächlich noch gar nicht, ne? Sehr schön. Aber jetzt mache ich ihr mal die Tür auf, weil sie anscheinend nicht durch das kaputte Fenster gehen will. Ist okay. Sind auch Scherben und so. Ich verstehe das. Ist auch blöd. Ah, guckt mal. Da ist ihr Outfit aus dem Original. Lustig. Lustig. Tralalalala. Tralalala. Dankeschön. Für die Bits nochmal, T-Bone. Das ist erstens sehr lustig, dass ihr Outfit vom Original hier drin ist. Gefällt mir. Aber ich muss auch sagen, ihr neues Outfit ist ja viel besser, oder? Sehr schönes Redesign, finde ich. Komm, hau. Die Hindernisse in dem Spiel sind teilweise schon lustig, finde ich, weil da eine Matratze vor der Tür steht. Ach so, gut. Von innen ist sie wirklich verbarrikadiert. Okay, alles gut. Okay, one, one less, three, one more. Eight, three less, zero, one more. Danke nochmal, Just Smithy. Hast du nach dem Release von Resident Evil 4 Remake wieder die OG-Version angefasst? Nee, tatsächlich noch nicht. Da kommen wir jetzt aber demnächst dazu. Wir müssen jetzt dann die nächsten Wochen Resident Evil Outbreak 2 durchspielen. Und dann kommen wir endlich wieder zu Resident Evil 4 Original. Das wird das erste Mal sein, dass ich das Side-Remake spiele. Und da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie ich das jetzt wahrnehme im direkten Vergleich zum Remake so. Okay, also. Eins minus eins. Drei plus eins. Acht minus drei. Null plus eins. Ja, keine Ahnung. Nehme ich mal so mit. Hier, auf der Notiz steht das wirklich komisch übersetzt. So macht das überhaupt keinen Sinn, oder? Eins, drei, acht, null. Eins weniger, eins mehr. Drei weniger, eins mehr. Das ist ja verwirrend geschrieben. Meine Güte. Danke schön. Danke, Tipon. Danke. Halt, stopp. Heilung. Wir haben viel Heilung. Sie geht sogar drauf ein, nett. Ähm, sicher. Ich bin nicht der reingenden Endurz, aber hey, ich werde es nehmen. Safe, Trust Smithy. Ich habe sicher schon ein Video über Regenerator gemacht. Und wenn nicht, dann ist das in dem großen Resident Evil Monster Sammelvideo mit drin. Da habe ich ja auch kleinere Parts gemacht. Da kannst du auch das Sammelvideo extra für Resident Evil 4 raussuchen. Da wird sicher alles erwähnt, was über die Regenerator zu wissen gibt. Okay, gucken wir mal. Versuchen wir mal den Code. 0, 4, 5, 1. Ob es wirklich so einfach ist. 0, 4, 5, 1. Okay. Weirdestes Rätsel ever irgendwie. Oh. Das eskalierte schnell. Wo kommt das denn her? Aha, da kam das her. Im Schuppen eingesperrt. Alles klar. Du denkst, du hast meine Leben da hinten gescheitert. Ja, ich habe es. Ja. So bin ich. Okay, und hier haben wir jetzt den Torschlüssel. Ein Schlüssel, den du im Tresor gefunden hast. War da irgendwo ein verschlossenes Tor? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich speichere nochmal. Ja, aber wirklich, ne? Wie konnte das so schnell passieren? Aha. Ja, ich bin auch enttäuscht. Keine Schatzkiste. Wirklich wollen wir nicht da geradeaus reingehen. Ich meine, guck mal. Die Villa Baldwin lädt uns geradezu ein. Gehen wir in die Villa Baldwin. Wo sollen wir denn eigentlich hin? Ich weiß es nicht. Ab in die Villa Baldwin. Ball hat der Physik. Der Ball hat keine Physik. Ah, der ist auch ein bisschen deflated, glaube ich. Willkommen, Tipa. Und Dankeschön für die Bits. Oh, oh, das wird ein großer. Das Glas explodiert unter mir. Oh mein Gott. Hallo? Kommt er noch? Kommt der Bitbrocken? Er kommt nicht. Kein Bitbrocken. Naja, haben wir ja schon gesehen, dass heute manche Funktionen ein bisschen buggy sind. Aber danke, danke, nothing the less. Oder wie man sagt. Da kommt er. Slender Rex. Danke für die 100. Da, der kommt. Ach, guck mal. Wenn man Sounds nimmt, dann kommen gar keine Bitbrocken. Naja, das ist alles verwirrend. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was ich da eigentlich sehe. Da ist irgendwie eine Flasche explodiert. Aber was genau, was ist das da? Das sieht ehrlich gesagt aus wie Vogelmist oder so. Wie Vogelscheiße. War da ein Glas voller Vogelscheiße? Warum? Warum war da ein Glas voller Vogelscheiße in der Villa Baldwin? Naja, okay. Ich weiß es nicht. Gehen wir wieder. Frag mich nicht ständig, Rex. Wenn keine Sounds kommen, mach ich hab jetzt die Sounds einfach immer stellvertretend. Das ist eine gute Idee, oder? Near Far Wherever you are Das ist doch ein guter Kompromiss. Okay. Ich geh mal da lang. Kennst du das Spiel? Genau. Genau das meine ich. Dankeschön, T-Bone. Dankeschön für die Bits und die Urheberrechtsbeschwerde auf YouTube. Danke. 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 Kennst du das Spiel Crater Shadow oder so? Oh, over over Soulside. Crater Shadow over Soulside. Nee, das sagt mir gar nichts. Könnte was für dich sein? Eine Mischung aus Fallout 1, 2 und Diablo. Gibt's glaub ich für 1,50. Ich notier mir das mal und schau mir das auf jeden Fall an. Moment. Crater Shadow over Soul. Meine Steam-Wishlist explodiert. Explodiert. Aber ist eh gut. Ich kriege jeden Tag Notifications, dass wieder irgendwas von meiner Wishlist im Sale ist. Danke für den Quacks. Du alter Quacksalber. Oh Gott, der war so cringe. Ich schäme mich. James. Hm? 3 Jahre. Das ist ein langes Zeit. Was erzählst du ihr, wenn... wenn du sie findest? Ich... Ich liebe sie. Oh, dann... Schau sie sie. Was soll das sein? Nichts. Wie gesagt, 3 Jahre ist ein langes Zeit. Hm? Okay. Gehen wir überhaupt noch den richtigen Weg, Mary? Würdest du es mir sagen? Ich weiß wirklich nicht, wo du hin willst. Ah, anscheinend waren wir richtig. Strange. Das sollte nicht hier sein. Well, es ist. So, was jetzt? Jetzt schauen wir noch einen anderen Weg. was? Läuft da ein Automotor? Oh, Monster. Das sind nur 3. Wir haben schon irgendwie Schlimmeres bekämpft. Nein, nicht mein Nagelholz. Hau die 3 doch lieber mit deinem Nagelholz. Jetzt mach dir, jetzt mach dir mein Nagel... Achso, wir tauschen. The Big Cheese. Wir tauschen Nagelholz gegen Eisenstange. Das ist okay. Das ist ein guter Tausch. Ja, das hab ich mir schon gedacht. Das ist ganz schön gemein. Shit. Die dürfen da durch, aber ich nicht. Danke für die 100 Buying Bits. So, stopp, halt, stopp, stopp. Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Soll ich hier kämpfen oder laufen? Es ist ein bisschen viel los. Wir laufen. Ich glaub, das ist wieder so eine Laubpassage. Was, wo? Oh! Oh, du Arschner. through the fence. Das find ich eigentlich ganz nett. Ich find das cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Original oder überhaupt im ersten auch schon, aber in Silent Hill 2 gab's ja wirklich auch so die Passagen, wo man durch die Stadt rennt, wo einfach überall ganz viele nervige Monster sind. Und im Endeffekt war das Klügste immer durchlaufen und das hat wahrscheinlich auch jeder gemacht, weil kämpfen hätte gar keinen Sinn gemacht. Und dass die hier wirklich so kleine eben Sprintpassagen gemacht haben, wo Monster aus den Gassen brechen, durch Fenster und so, ist cool. Ist eine coole Interpretation von dem, wie es sowieso schon immer war. Nur eben anders umgesetzt. Nagelholz gegen Big Cheese, ne? Das ist auch ihre Schmetterlingstür, ne? Da war ein Schmetterlingsticker drauf. Danke für die 30 Quacks, die bauen. Ich finde das Quack immer wieder lustig. Freue ich mich jedes Mal. Sie haben es geschafft. Sie sind doch eine Tür gegangen. Okay, ein Zapfhahn und viele Plastikbecher. Ich hätte auch gedacht, ne? Ich dachte, sie haut jetzt die Tür hinter uns zu und dann verhungern wir hier drin. It's a trap. Ein Ritual für den für den äh, 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 wie ist er gleich nochmal? Oh! Jetzt hat sie's wirklich gemacht. Für den Red Triangle Guy. Ready to kill. Eine Pole Dance Stange. Ready to kill it. Bereit zum Durchstarten. Zerwölf. Ich hab keine Ahnung, was das bedeutet, aber irgendwo hab ich mir schon die 4 aufgeschrieben. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Ist auch egal, ich hab die Fotos eh. Aber wir haben 4 und 12 auf den Fotos. Der hat uns wirklich die Tür zugesperrt. Hallo? Oh, was haben wir denn hier für Retro-Klassiker? Defender Horizon und Trample. Trample klingt nach einem tollen Spiel. Spielt man da Godzilla und muss Leute zertrampeln? Genau, das ist ein anderer Name für Pyramid Head. Paradise. Guys. Was? Maria? Was? Komm schon, gib mir keinen Blick. Wartfalsche Zeit, weißt du? Ja, was ist das? Das ist wirklich... ...ein Moment. 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 ...ei aviation. Das ist eine schöner Art, wie ich es in den Spielen kenne. Hier. Was machst du da? Was, was den Weg abzunehmen. Man darf es halt nicht übertreiben, aber ich glaube, in so einer Monsterstadt würde ich auch ein bisschen was trinken. Ich glaube, dann fällt es ein bisschen leichter, sich zu verteidigen. Bist du sicher? Okay. Sei da. Hier sind zwei. Um zu hoffen, dass ich sterbe. Wir sollten wahrscheinlich gehen. Okay. Bereit, wenn du bist. Und da finde ich ein Geldbeutel mit einem Foto. Schau dir das Foto an. Da ist ein Ehering. Ist das unser Ehering? Was ist das? Verloren und gefunden. Wir können da nicht reinschauen. Das ist bestimmt wieder irgendein Easter Egg, das ich nicht verstehe, oder? Mit der Sonnenbrille und dem Bild und dem Geldbeutel und dem Ehering. Ist das wieder irgendwas aus dem Original Silent Hill 2, das hier... ...das hier angespielt wird? Du warst fast ein Jill-Sandwich. Ein köstliches Jill-Sandwich. Da steht Bye auf dem Bild. Sieht ein bisschen aus wie Lady Dimitrescu, ne? Wenn das weiße so ein Hut wäre, der hier so runterschlappt. Ah, da ist was. Ach so, ein Speicherzettel. Na gut. Überschreiben wir mal. Ein altes Savegame. Weskers Sonnenbrille. Eindeutig. Weskers Sonnenbrille und... Barry Burtons Geldbeutel mit Bildern von seinen Töchtern. War das da ein Symbol auf dem Geldbeutel? Irgendwie schon, aber ich kann es nicht erkennen, ne? Ne, kann ich nichts damit anfangen. Ist vielleicht nur... ...nur so eine Referenz, dass hier jemand in den Strip-Club kommt und dann irgendwie seinen Ehering abnimmt. und dann irgendwie verliert oder was weiß ich was. Danke, Tybaun, für die Bits. Der Geldbeutel wurde im Klo gefunden im Original. Aha, okay, okay, okay. Hat Bethesda sich eine Art Multiversum erschaffen? Elder Scrolls in Niren, auf Mundus, dem Wolfenstein in Doom. Ich hab die Theorie... Ja, ja, weil alle Spiele so Referenzen zueinander haben. Da kann man die Connections ziehen, wenn man will. Genau. Dass beide Gänse im gleichen Universum spielen. Dass der Wolfenstein-Held der Vorfahre vom Doom-Marine ist. Und dann Fallout. Auf jeden Fall ist... Commander Keen. Commander Keen. Wie war das gleich nochmal? Ich glaub, Commander Keen ist ein Vorfahre vom Doom-Guy, oder? Irgendwie so. Ich weiß nicht mehr. Ja, von mir aus können wir, glaub ich, gehen. Ich bin ready. War ich da hinten schon? Ich schau da hinten nochmal kurz. Doch, doch. Von da sind wir gekommen. Alles gut. Dann hauen wir ab. Let's go. Alright then. Come on. Ach, aber guck mal, ihr Rock, wenn da die Taschenlampe draufläutet, hat schon noch so ein bisschen dieses Leoparden-Muster. Heaven's Night. Nee, warte mal. Was ist das? Achso, das ist nochmal dieses andere Spiel. Das kennen wir schon. Okay, und was machen wir jetzt? Das war ein interessanter Abstecher. Und jetzt lauf ich einfach mal grad aus, bis mir jemand was anderes sagt. Los geht's. Okay, Spiel sagt nein. Dann gehen wir woanders hin. Eine Tür verschlossener als die andere. Mal. Aber der Scheibe habe ich's gezeigt. Hallöchen, Matanpro, danke fürs Reinfallen. 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 Okay. Guck mal schnell in die Sackgasse hier. Ob da noch was Spannendes ist. Nein. Hau ich nach oben. Hau ich nach oben. Monster Kill. Danke, die Bohnen. Scheiben-Monster-Kill. Das macht schon Spaß. So. Also. Äh. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, guck mal. Vor lauter blöd Scheiben einkleistern, ne? Habe ich hier den Geheimgang gefunden. Meint ihr, die wissen, wie viel Spaß das Scheiben einschlagen macht und haben deswegen das Auto so platziert, dass man, wenn man die Scheiben einschlägt, den richtigen Weg findet? Ich. Für mich hat's funktioniert. Danke, Slender Rex. Wherever you are. Komm und finde es heraus. Was soll ich herausfinden? Gerade aus Köln wiedergekommen und Lansquid zockt immer noch. Oh, oh. Monster. Käfer. Nur. Ja. Dann schauen wir mal in den Mondlichtpark, oder? Ja. Gab's nicht so'n Darkshold-Boss, der Mondlichtschmetterling oder so? Der war gar nicht so schwer, wenn man wusste, wie. Wenn man Fernwaffen hatte. Ohne Fernwaffen voll nervig. War, glaub ich, auch optional. Nein. Okay. Müde bin ich, Känguru. Schließe deinen Beutel zu. Nach der Cutscene, nach der Cutscene, Moment, beantworte ich deine Fragen. Schließe deinen Beutel. Schließe deinen Beutel und die Beutelung. Danke für das Verlangen. Schließe deinen Beutelung. 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 Schließe du hier sonst? Oh, oh. Komm her. Ähm. Also ja, Jolly Jumper, ich mag Resident Evil definitiv lieber als Reihe. Silent Hill war schon immer cleverer und narrativ besser, aber ich bin halt ein Gameplay-Mensch und da war der Fokus von Resident Evil schon immer mehr drauf. Das hat mir schon immer mehr gefallen und das ist bis heute eigentlich immer noch so geblieben. Jetzt auch Silent Hill 2 Remake finde ich gut, aber Resident Evil 4 Remake ist genial. So, ne? Ungefähr. Ja. Und nee, leider immer noch nichts gehört von dem neuen Resident Evil. Ich würde mich aber bei Capcom auch gar nicht auf so große Events wie jetzt eben zum Beispiel die Tokyo Game Show stürzen oder verlassen, weil die sehr gerne einfach so aus dem Nix ihre eigenen Shows machen, wo die dann wirklich auch ihre Ankündigung machen. So nach ihrem eigenen Zeitplan, so ein bisschen wie Nintendo oder Sony mittlerweile auch das machen. Jo. Ich werde gerade wirklich ein bisschen müde. Ich glaube, ich brauche, ich muss mir jetzt wirklich nochmal einen Energy Drink dann machen. Genau. Abonnieren, Glocke aktivieren und Holy inhalieren. Ganz genau. Das ist gut. Gut. Das ist gut. So machen wir das. Okay, ich will da rein. Was läuft denn eigentlich Gutes? Art, 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 Artificial, Artificial, mein Lieblingsfilm. Perfekt. Den schauen wir uns an. Guck mal, mit Edmund Laheim. Wow. Bester Schauspieler. Agatha Ralston und Murdoch Taylor auch noch. Krass. Krasses Line-up. Was haben wir hier? Old Creek Bridge. Return to Old Creek Bridge. Boah, Leute, ich habe mal vor kurzem geguckt. Das war voll der Mindfuck. Jetzt passt mal auf. Haltet euch fest. Resident Evil 1 ist jetzt, glaube ich, vor nicht ganz 30 Jahren erschienen, ne? Und jetzt haltet euch fest. Als Resident Evil erschienen ist, war für eine Handvoll Dollar so alt, wie Resident Evil heute ist. Resident Evil 1 ist so ein alter Schinken, wie damals, als wir Resident Evil gespielt haben, diese alten Italo-Western waren. Das ist crazy, oder? Ah, da ist es wieder. Die Box mit dem Fenster. Oh, ich hasse es. Okay, let's go. Okay, danke fürs folgende Hideo. Ja. Ja. Gibt's das gar nicht für die Xbox? Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da ist irgendwie Microsoft ein bisschen hinterher, ne? Die Resident Evil-Spiele haben auch immer so ein bisschen Sony-Kooperation. Die gucken den langweiligsten Film ever. Final-Tal 2 kommt nächstes Jahr für die Xbox. Okay, alles klar. Sie haben mich gehört. Das Killermädchen hat mich gehört. Deine Resident Evil-Law sind legendär. Danke schön, Herbimon. Sehr nett von dir. Ich hoffe, dass wir schon langsam Nachschub kriegen. Schon langsam wird's Zeit für neue Resident Evil-Law-Videos. Aber ich brauch neuen Stoff. Der Stoff, aus dem Albträume sind. Was hat denn der in seiner Hand? Kaugummi. James? Wir haben uns in der Apartment-Bildung Ja, ich erinnere mich. Ich sehe, dass du es noch nicht ausgerufen hast. Ja. Ich habe es noch nicht umgekehrt. Oh, at least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? Um, no. What the hell? That's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. Are you coming? How do you want me to come with you? Never mind. Mein Favorit von Holly ist Fruity Frog aktuell. Find ich auch gut. Aber... Dieser... Oh, wie heißt der? Damn it. Ich und mein Namensgedächtnis. Dieser Erdbeer-Cocktail-Energy-Drink. Den find ich sehr, sehr lecker. Oder Wassermelone, dieser Blauwal. Watermelon Whale wahrscheinlich. Den mag ich vielleicht am liebsten. All I know is her name. I swear. Ah, reden wir immer noch so lang, bis es nicht mehr geht, ne? Äh... Didn't you want to go after her? Better hurry. Laura can be pretty quick when she wants to. Hm. Suit yourself. Na gut. Und du guckst währenddessen die... Äh... In die Dunkelheit mittlerweile, ne? Dann viel Spaß. Peacock Punch meine ich nicht, aber Peacock Punch mag ich auch gerne. Dol... Äh, ein Delfin ist es. Ein Erdbeerdelfin. Heißt wie ein Cocktail. Die Cheery oder so. Ich habe... Ich kann mich nicht erinnern. Non-Existence. Die Geschichte von einem Riesengeist. I was here. Hier, das ist die Geschichte von... Silent Hill im Endeffekt. I was here, das ist James. Das sind wir, der nach Silent Hill kommt. Und dann geht's weiter mit der Erkenntnis Non-Existence. Sie existiert überhaupt nicht. Und dann geht's weiter in Old Creek Bridge. Die Return to Old Creek Bridge. Dann werden wir zum Cowboy. Das passiert dann nach... Äh... Nach dem... Nach dem Spiel. Das sehen wir dann nicht mehr. Nachdem wir es durchgespielt haben... ...wird James zu einem alten Cowboy. Das in der Extended Silent Hill Lore. ... Ha! Hab ich dich Munition! Dachtest wohl, du könntest dich vor mir verstecken. Nix da. Äh... Okay. Sag mal, wie kommt denn das Popcorn in jeder Ecke des Kinos? Im Saal kann ich es noch verstehen, aber am Empfang... Ich denke, guck dir die Popcorn-Maschine an. Die ist explodiert. Bam! Riesen-Popcorn-Explosion. Die Popokalypse. Nennt man das im Kino-Fach-Jargon. Nicht zu verwechseln mit der Popokalypse. Äh... Äh... Der war schlecht. Ich brauche wirklich einen Energy Drink. Gehen wir... Gehen wir raus hier. Oh, wir kommen ja gar nicht raus. Dann weiß ich es jetzt auch nicht. Da sind wir noch nicht lang gegangen, oder? Aha. Moment, von da sind wir gekommen, oder? Ja, definitiv sind wir von da gekommen. Da kommen wir auch nicht mehr raus. Kleines Mädchen. Wo bist du? Ich bin gekommen, um dich zu holen. Lauf solange du noch kannst. Ah, hier haben wir noch... Ah, Artificial Sky. Das war der Film, der draußen beworben wurde. Ja, genau. Der... Äh... James reitet dann zusammen mit dem Shiba Inu, der das ganze... Die Stadt kontrolliert auf einem UFO in den Sonnenuntergang. Oh, was? Hier kommt man von einem Kinosaal direkt in den anderen Kinosaal? Crazy. Da geht es nicht weiter. Okay. Dann gehen wir von Kinosaal A nach Kinosaal B. Oh, oh. Jetzt geht's los. Was läuft? Laura. So heißt die Lichtmaschine da oben. Die kennt er persönlich. Laura Lichtmaschine. Oh, hab ich mich... Ich dachte echt... Keine Ahnung. Da steht irgendwas Großes Weißes. Ich mein, ist ja auch so. Da steht auch irgendwas Großes Weißes. Aber es will mich nicht fressen. Laura, die Lichtmaschine. Was geht? Okay. Hüpfen wir mal rüber. Hier können wir uns durchquetschen. Da hat nämlich der Kantenschneider seine Lappen drum gewickelt. Nitterweise. Nitterweise. Dankeschön. Was kennst du nicht? Apple Alligator? Oh, das ist einer von den OGs, ne? Das ist ein Original Holy Gangster. Den habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Aber ich weiß noch, dass ich den auch mochte. Ich finde es mal ganz angenehm, dass wir hier nicht alle zwei Meter ein Monster kloppen müssen. Genießen wir es, solange es anhält. Lange wird es nicht mehr gut gehen. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt sind wir durch die Tür wieder... Wir laufen hier im Kreis. Ah, da ist Laura. Laura? Es ist dangerous. Zumindest für uns. Für sie nicht. Aber das wissen wir nicht. Hi, Svenny. Willkommen zurück. Okay. Schauen wir mal, ob wir sie noch catchen können. Laura? Im Auto ist sie nicht. Laura? Wo laufen wir eigentlich gerade hin? Oh! Sie ist ins Krankenhaus gegangen. Ich spüre es förmlich. James. Schau. Ja. Da ist sie. Das Brookhaven Hospital. Ei, 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 ei. Erreiche das Krankenhaus Brookhaven. Done. Aber leider ohne Gang. Ja. Ja. Aber leider ohne Gang. Links und rechts abmetzeln. Von wegen Pyramid Head. Das ist alles sie. Äh, Sicherheitsvorschriften für Schrobflinten. Sichere Richtung. Hä? Sichern Sie Ihre Waffe in eine ungefährliche Richtung, damit eine versehentliche Entladung keine Verletzungsgefahr darstellt. Finger weg vom Abzug. Legen Sie den Finger erst dann an dem Abzug, wenn Sie bereit sind, auf Ihr Ziel zu schießen. Waffe ungeladen lassen. Lassen Sie Ihre Waffe während der Aufbewahrung ungeladen. Laden Sie Ihre Waffe erst, wenn Sie sie benutzen möchten. Hoffentlich kommt bald wieder Bubblegum Butterfly. Ich liebe Bubblegum Butterfly. Ohne Scheiß. Ich habe leider auch keinen mehr. Ich habe den neuen Energy. Die neue Energy Eel. Geschmacksrichtung noch. Die schmeckt ein bisschen ähnlich, finde ich, wie Bubblegum. Aber Bubblegum ist schon mega geil. Finde ich auch sehr schade, dass der limitiert wird. Ich hoffe auch, der kommt zurück. Das reimt sich. Where did she go? I don't know. I don't know. Where did she, did she go? Da wiederholte Schlüssel verlegt wurden, müssen sie ab jetzt am Ende jeder Schicht in den Schlüsselkasten zurückgebracht werden. Alle Mitarbeiter müssen sich die Schlosskombination einprägen und dürfen sie unter keinen Umständen an unautorisiertes Personal weitergeben. Beim Problemen wenden Sie sich bitte an die Oberschwester in Untersuchungszimmer 3. Okay, Untersuchungszimmer 3. Der Direktor hat die Akten der drei kritischen Patienten angefordert. Du weißt ja, welche das sind. Könntest du sie bitte ins Büro bringen? Das Spiel macht mich schon komplett fertig. Ich dachte gerade, das wäre eine tote Ratte in dem Koffer. Keine Ahnung, wie mein Hirn daraus eine tote Ratte gemacht hat. Aber ja, so ist das eben. Oh. Ein Windstoß weht die Blätter auf. Schön. Das Spiel hat so viele schöne, kleine, gescriptete Szenen. Das kann halt Blooper Team, ne? Das kann Blooper Team. Da habe ich auch nie dran gezweifelt. Ich dachte nur, das ganze drumherum kriegen sie nicht hin. Aber? Nicht schlecht. Ich glaube, die Kombination ist 2, 8, 5. Es wäre so geil, wenn das einfach gestimmt hätte. Naja. Halt, stopp. Wir haben immer noch keine Karte von dem Laden hier. Das sieht jetzt schon aus wie eine Anderswelt Tür hier, ne? Naja. Oh. Schönes Foto. Dr. Huggles. Hugg... Hugglers. Ich kann es nicht lesen. Und Dr. Ach, ich könnte hier auf Lesen drücken, ne? Dr. Hughes. Und Dr. Actinson im Garten. Huggles. Ich finde, Huggles ist ein besserer Name. Ach, guck mal. Netterweise hat irgendjemand auch schon unsere Informationen da reingekritzelt in die Karte. Das ist ja praktisch. So. Gut. Ja, dann erkunden wir mal ein bisschen. Oh Leute, wie machen wir denn weiter? Ich will heute nicht mehr ewig streamen. Ich will nicht mehr ewig streamen. Aber ich will auch ehrlich gesagt nicht aufhören. Es macht mir grad schon ziemlich Spaß. Aber gleichzeitig wollte ich morgen eigentlich nicht nochmal streamen. Weil ich eigentlich noch sehr viel andere Sachen erledigen muss. Und jetzt bin ich voll zwiegespalten. Ich würde sogar sagen tri-gespalten. Wenn es reicht. Spielen wir einfach weiter die ganze Nacht. Warten wir bis nächste Woche. Und spielen es dann weiter nochmal den ganzen Tag Hardcore. Ich weiß es nicht. Danke für die Bits. Ist das dein Vote dafür, dass wir jetzt aufhören? Oder? Krankenhaus Brookhaven. Ca. 1920. Dann musst du jetzt durchspielen. Tippa und sagt Game Over. Na gut. Jolly Jampa sagt jetzt durchspielen. Das ist aber grundsätzlich gut, dass es dir Spaß macht. Auch wenn du zwiegespalten bist. Auf X, auf X, auf X. Ich bin für Feierabend. Ja, schauen wir mal. Wir machen jetzt definitiv noch ein bisschen weiter. Aber ob ich es wirklich durchspielen kann. Ich meine... Krankenhaus ist ja noch nicht das Ende. Finden wir schon? Muss ich mal ganz kurz gucken. Moment. Dankeschön. Dankeschön. Finden wir schon Einträge auf How Long To Beat? Wie lange das Spiel ist? Würde mich gerade interessieren. How Long To Beat? Silent Hill 2 Remake. Quack. Zehn bis zwölf Stunden. Nee, warte mal, das stimmt so nicht. Danke nochmal für die Bits. Guckt euch das Spendenglas an. Es eskaliert. Es geht über ganz viele Fuchis. 15 Stunden. Krankenhaus ist nicht das Ende. Danach kommt die Pathologie. Badumt. Ja. Anscheinend hat es auf How Long To Beat noch keinen Eintrag. Zumindest das Remake nicht. Ja, spielen wir jetzt weiter. Let's go. Wurscht. Oh Gott, ich bin ehrlich gesagt froh, dass der Aufzug nicht funktioniert. Der hätte das ganze Dungeon sonst so viel größer gemacht. Also jetzt schon. Es gibt jetzt schon so viele Zimmer, die wir untersuchen müssen. Okay, da geht's erstmal nicht weiter. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Nee, da müssen wir jetzt tatsächlich aber die Treppe nehmen, wenn das geht. Hier. Hi Lex. Goddammit. Weil wir in der Zeichnung der Wolf sind. Gehen wir erstmal in den Keller. Das Spiel will, dass wir nach oben gehen, also gehen wir nach unten. Leere Schublade. Pistolenmunition in Schublade. Ist das Addon von damals mit dem Remake? Das wurde ich vorher schon gefragt und ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich glaube nicht. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich bei Erfolg des Spiels als DLC nachgereicht wird. Aber ich weiß überhaupt nichts drüber. Ist nur meine reine Spekulation. Moment mal. Hier ist auch verschlossen? Ist wieder irgendwo eine Kiste? Ist wieder irgendwo eine Kiste und ein Durchgang? Oder was ist los? Hier ist zu. Da kommen wir nicht rein. Aber unten geht's auch nicht weiter. Haben wir irgendwie einen Schlüssel gefunden? Warum ist denn da so eine Tür umkreist? Ja. Hoffe ich auch. Danke für die Bits. Danke für die Bits. Ist die jetzt offen oder was? Nee, nee. Die ist nur eingekreist, weil wir da hinten durch müssen. Rezeption. Bla bla bla. Woher geht's? Woher geht's? Bingo? Dankeschön. T-Bone. Bei Bingo. Das verbindet zwei Welten, ne? Meine zwei Welten. Wenn Leon sagt, woher geht's? Bingo, muss ich immer an den Fallout Song denken. Bingo, bingo, bongo. I don't wanna leave the Congo. Ich hau jetzt mal die Scheibe ein. Schade. Wo, wie, warum, wann, müssen wir hingehen? Und wo ist sie hin? Wo hat sie sich wieder hin teleportiert, das Mädchen? Muss ich noch mal im Erdgeschoss gucken. Geht jetzt der Aufzug vielleicht doch oder was ist los? Nee, Aufzug funktioniert nicht. Na gut. Warte mal. Achso, bis zur Toilette komme ich nicht. Muss ich noch mal alle Türen, alle Türen probieren. No, 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 no. Genau. Where's everyone going? Where's everyone going? Das wär auch ein guter, das wär ein guter Mix, oder? Where's everyone going? Where's everyone going? Bingo, bingo, bongo. I don't wanna leave the Congo. Könnte man gut zusammenschneiden vielleicht. Nicht vergessen! Wenn sie an unseren folgenden, an unseren, wenn sie an unter folgenden Symptomen leiden. Das ist, das ist nicht deutsch, oder? Das sagt man nicht so. Entweder oder. Da war so, weißt, der hat erst angeschrieben und der dachte, nee, unter ist besser. Aber dann hat er vergessen, das an wegzulöschen. Weil so macht das keinen Sinn. Oder spinne ich jetzt? Wenn sie an unter folgenden Symptomen leiden. Verminderter Appetit, starke Gewichtsverlust, Schlaflosigkeit und Hypersomnie. Ist das nicht das Gleiche? Verlust von Interesse oder Freude an gewohnten Aktivitäten, Gefühl von Wertlosigkeit, verminderter Denk- und Konzentrationsfähigkeit. Dann kontaktieren sie bitte sofort einen Arzt. Aber es steht nicht drauf, was das ist dann, was man dann hat. Einfach normale Depression oder so, würde ich sagen. Genau, ne? Schwenny, würde ich auch sagen. Basic Depression einfach. Ja, gut. Ich meine, ist richtig, ist richtig. Kontaktiert euren Arzt, wenn ihr darunter leidet. Absolut richtig, aber... Warum machen die da so ein Mysterium draus? Ist Hypersomnie nicht das Gegenteil? Also ständig schlafen? Ah, ja, das könnte sein. Okay, ja. Das macht Sinn. Ich verstehe es nicht. Müsste ich den Code schon irgendwie kennen für das Schloss hier? Da sind die beiden Doktor wieder. Die Dökter. I'll give you stars. War ich hier schon? Wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann ist es anscheinend auch wurscht. Okay, wartet mal. Dann lasst mich nochmal schnell das Dokument finden, erlesen, das wir jetzt schon gefunden haben. Da wiederholt Schlüssel verlegt wurden. Ab jetzt alle Schlüssel und alle Mitarbeiter, bla bla bla. Bei Problemen wenden sie sich an die Oberschwester in Untersuchungszimmer 3. Untersuchungszimmer 3. Untersuchungszimmer 2. Untersuchungszimmer 3 ist da oben. Kommen wir nicht rein. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ich geh mal da lang. Kann man einfach den Code von damals nehmen? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht können wir irgendwo... Ah, guck mal. Einfach durchs Fenster springen. Manchmal ist es so einfach. Ich habe wieder nicht genug Scheiben eingeschlagen. Das habe ich jetzt davon. Da hört man einmal auf Scheiben einzuschlagen und schon bestraft einem das Spiel. Heute schon genug Scheiben eingeschlagen? Nein, dann wird es aber Zeit. Jeden Tag eine gute Scheibe. Ah, ein Zettel. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, damit du es dir endlich merkst. Schau dich einfach um, wenn du in der Eingangshalle bist. Denk daran, Schwestern, Ärzte, Bäume. Okay. Schw... Ärzte... Bäume. Kommen wieder Lore-Videos, wie bei Rezi. Hätte ich richtig Bock drauf. Äh, mal für Silent Hill jetzt meinst du? Äh, ich... Ich hätte... Ich hätte Interesse daran und Bock drauf, dass ich tatsächlich auch zu Silent Hill 2 Remake... Also gerade jetzt speziell zu Silent Hill 2, aber vielleicht Silent Hill allgemein ein paar Lore-Videos zumindest mache. Ich glaube, jetzt gerade würde es sich anbieten, ne? So sehr wie seit sehr langer Zeit nicht mehr. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und I guess das, äh, sollten wir machen. Ach, der hat es auch aufgeschrieben. Schwestern, Ärzte, Bäume. Sehr gut. Gerade so irgendwie die Story erklärt und die Enten erklärt und Silent Hill erklärt, ne? Ihr wisst schon, die ganzen Sachen... Das wird sich anbieten. Aber dafür müsste sich das Spiel so schnell wie möglich durchspielen. Damit es... damit es Sinn macht. Okay, jetzt schauen wir mal. In der Eingangshalle oben sehen Schwestern, Ärzte, Bäume. Hier haben wir ein Bild mit einer Milliarde Geisterschwestern. Warum sind die so ein bisschen transparent? Was zur Hölle? Seht ihr das auch? Geisterschwestern, und zwar Millionen von Geisterschwestern. Okay, wir haben hier vier Bäume auf dem Bild. Bäume, vier. Ich hoffe, ich muss nicht die Schwestern auf dem Bild zählen. Hier haben wir zwei Ärzte. Jep, mach ich tatsächlich nach Zahlen. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwas mit Schwestern. Die habe ich ganz übersehen. Nurse, Nurse is in Training. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben, zwei, vier. Let's go. Sieben, zwei. Ja. Und da zerbröselt der Keks nun mal. Basement. Of course. Ich bin auch kein Fan. Ich bin auch kein Fan. Bin auch kein Fan vom Basement. Ich bin auch kein Fan. Kellerkarte. Danke. Hast du mich erschrocken? Wir finden hier bestimmt den Aufzugsgenerator und dann wird alles wieder gut. Keller sind gruselig. Warum sind Keller immer so gruselig? Kann man Keller nicht auch ungruselig machen? Bestimmt. Okay, wir brauchen Benzin oder irgendwas. Wo? Wer? They're coming. They're coming. They're here. Have no feel. Oder so. Oh, du Arschloch. Die Dinger sind immer super. Immer wieder gut für einen kleinen Schrecken. Kleine Arschbatzen. Alles gut. Hey, weißt du was? Willst du irgendwie die Pistole haben und ich nehme die Stange oder so? Wir wären so effektiv. Die hätten überhaupt keine Chance. Wir könnten die Stadt einfach ausräumen. Oh, guck mal. Das sieht so aus, als hätte das jemand aufgebogen. einfach. Oh, ja. Wow, indeed. Wo? Was? Wo? Oh. Du Arsch, du. Unverschämtheit. In den dunkelsten Winkel. Waren im zweiten Teil, im alten Teil tatsächlich hier noch Marionetten? Äh, weißt du, ihr wisst schon, Mannequins? Im Krankenhaus? Kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ah, das ist ungünstig jetzt irgendwie, ne? Der Arschloch. Okay. Sehr gut. Ne, ich muss sagen, ich hab schon zwei unserer Kellerräume frisch gestrichen und renoviert und alles schön gemacht und dann sind die gar nicht mehr so gruselig. Dieses alte Verfallene, das, das, äh, das, äh, trägt schon dazu bei, dass es so gruselig ist. Ah, leerer Benzinkanister. Ich dachte mir schon, da sind noch so viele Räume zu erkunden. Aber ich hab mir gedacht, ich mach erstmal Licht an. Naja, schön wär's. Wo schieb ich das jetzt hin? Wo schieb ich den hin? Für was brauch ich den? Muss ich den da durchschieben? Ja. Ich finde, wir sollten James und Isaac in einer Arena gegeneinander antreten lassen, wer stärker ist. Meinst du der von... ...Dead Space? Darf, darf Isaac seinen Spacesuit benutzen? Weil ich glaub, dann sieht's schlecht für James aus. Bingo. N bueno. Bes이나. Wie soll man? Ich will, drab sich das nicht einmal coordinated. Beinander gehen Sie aber, uns voll Zitzen, keine tweeteden. Beinander? Okay. Wie soll man die dicheln, dann dogmeinen Sie! Okay Hier ist anscheinend noch mal ne Karte Falls man die andere nicht gefunden hätte Oder so Das ist mal ein ordentlicher Bolz Oh Gott erschreckt mich doch nicht so Oh Mann Okay jetzt aber in den Generatorraum zurück Und wahrscheinlich noch einmal erschreckt werden Von der Marionette Ja sag ich doch Wo denn Ich weiß nicht wo Mary Gefor Da Ich hab's gesehen Ich hab's noch gesehen Ich hab's noch so Im Augenwinkel gesehen Und dachte mir so Oh Gott Geil Das ist sehr Die Gegner sind super positioniert Und schön in Szene gesetzt Richtig toll Macht Spaß Macht Sinn dass der Schlauch so weit oben ist Müsste der nicht unten sein Ich mein mit Luftdruck und Oberflächenspannung Kann man faszinierende Sachen mit Flüssigkeit machen Oh Gott der Rauch hat mich erschrocken Da kenne ich mich nicht gut genug aus mit Physik Aber ja Wahrscheinlich wäre es eigentlich sinnvoller wenn er unten ist Außer der ist eigentlich zum Befüllen Und nicht zum Rauszutzeln Hast du die Tür gerade aufgemacht? Waren wir da schon mal drin im Technikraum? Scheint nicht Okay Aufzug Hier we go Äh Ich fahr mal in den ersten Stock Aber ich glaub da hat sich Nix geändert Oder? Für was ist der Schlüssel Den wir gefunden haben? Ich weiß es nicht mehr Aber wir könnten kurz speichern gehen Auf jeden Fall Wartet mal schnell Ah der Schlüssel war für den Keller Na klar Von der Kombi Haha Dann gehe ich schnell speichern Und dann fahren wir in den zweiten Stock Okay Cool Dann würde ich sagen Legen wir nochmal kurz ne Pause ein Dann machen wir heute auf jeden Fall Ein bisschen länger Ich weiß nicht Ob wir es durchspielen können heute noch Wäre eigentlich echt gut ne Eigentlich würde ich schon gern Aber dann machen wir jetzt mal kurz nochmal Pause Ich hole mir nochmal einen Energie Ein Energiegetränk Von Heilig Und dann bin ich gleich wieder da Fünf bis zehn Minuten Sagen wir mal Bis gleich Bis gleich Bis gleich Ta-ta! Da sind wir wieder. Diesmal bin ich nicht am Löffel gescheitert. Controller, wo bist du? Let's go. Achso, warte mal. Let's go. Wo waren wir stehen geblieben? In den zweiten Stock fahren. Willkommen zurück, auch an euch. Also, ich hab jetzt währenddessen ein bisschen nachgedacht. Und, äh, ich meine, es ist vielleicht am klügsten, wenn wir es folgender... Was passiert, wenn ich Emergency drücke? Geht nicht schade. Ich meine, wir machen es folgendermaßen. Wir spielen jetzt heute schon noch ein bisschen, bis ich entweder wirklich zu müde werde oder zu keinen Bock mehr habe. Und dann kommt der Rest möglichst zügig wahrscheinlich noch diese Woche zack, zack, zack als Let's Play auf dem Let's Play Kanal hinterher. Aber wir schaffen jetzt heute noch so viel, wie wir schaffen. Kennst du die Resident Evil 2 Animation Lyons 69. Play? Nee, kenn ich nicht. Ich hab grad Spekulatius-Kiekse gegessen. Köstlich. Ich mag Spekulatius. Hey. You okay? I'm sorry. That's fine. What's going on? Are you sure? It's nothing. Probably just a hangover. Okay. Maybe you should rest. Yeah. Okay. Meine Frau ruft aus dem Off der Geil. Ja, ist auch so. Bald ist Weihnachten. Das stimmt. Ich freue mich auf den Holy Adventskalender. Ja. Ich werde ihn mir auch aufheben. Bis Dezember. Eine Aufgabe, die dich wachschocken sollte. Positive Dinge über die Resident Evil Filme. Oder Resident Evil 6. Okay. What if you can't find Mary? What will you do? I haven't really thought about that. Get back soon, okay? Okay. Genau, ne? Es ist eigentlich... ...irgendwie schon die Vorweihnachtszeit. Ich sehe das auch so. Aber... Eigentlich ist jetzt erst mal... ...Halloween. Danke für die Bits, T-Bown. Ich würde auf der Matratze nicht schlafen wollen. Und wenn ich noch so müde wäre. Ohne Scheiß. Hi, Männer. Guckt euch das Spendenglas an. Es ist wunderschön. Na gut. Soll ich dir noch einen Nachttopf hinstellen? Oder... Wie machen wir es? Ja, positiv. Sie gehören nicht zum Kanon. Und sie sind kurz. Muss man auch wertschätzen. Danke, T-Bown, nochmals. Für die Hündchen. Sind wir jetzt schon im Anderswelt-Krankenhaus? Ich glaube nicht, oder? Nochmals danke, T-Bown. Für die Kätzchen. Wir sind noch in der echten Welt. Manchmal kann man sie gar nicht unterscheiden. Weil es schon so dunkel und rustig alles ist. Warte. Ne, ich dachte, das ist ein Käfer. Ist aber nur eine Pflanze. Fast das gleiche. Ich hoffe, im New Game Plus kann ich Mariah eine Minigun geben. Zum Support. Schön. Schön. Die brechen tatsächlich da, wo ich hinhau. Und beim zweiten Schlag... Und beim zweiten Schlag... Bam. Hau ich sie voll aus dem Bild. Nice. Ja. Slanderex. Auch dir danke für die Bits. Das waren gar keine Katzen, das von Shiba Inus, ne? Na ja. Shiba Inus werden nicht umsonst dir als die Katzen der Hundewelt bezeichnet. Wobei es da in der Regel um ihr Verhalten geht. Monster Kill. Jeder einzelne Kill in dem Spiel ist technisch gesehen Monster Kill. Versteht ihr, weil alle Monster sind? Haha. Okay. Schublade, öffne dich. Komm schon. Das ist manchmal wirklich ein bisschen tricky. Das dürfen die nochmal patchen irgendwie. Danke, T-Bone. Ah, die Bits kommen. Die Bits kommen so rein. Von allen Seiten. Slanderex-Bombe. Hunde-Bombe. Puh. Da fliegen sie. Wunderschön. Dankeschön. Ich danke euch. Ihr seid die coolsten. Müsst ihr nicht schon langsam mal ein zweiter Hypetrain starten? Ich glaube, die können doch alle... Alle paar... Was weiß ich was starten, ne? Die Hypetrains. Der letzte ist ja schon wieder so lange her eigentlich. Hallo, Zombie-Piraten-Kollegen. Egal, was geht. Schön, dass du mit dabei bist. Ich brauche ein größeres Windglas. We need a bigger boat. Aber das Übergehen ist ja gerade das Schöne dran. Danke, T-Bone. Okay. Kümmern Sie sich um das, was wirklich zählt. Überlassen Sie den Rest uns. Palliativmedizinisches Zentrum Toluca. Geben wir mal ein L2. Oder auch nicht. Oh, oh. Monster. Wo? Wo? Ist das Monster near? Ist es far? Monster. Wherever you are. Komm raus. Oder ich schieße dir ins Herz. Und dann gehe ich weiter. Yes. Guckt. Guckt mal. Cool. Krankenschwester. Legendär, ne? Sind schon die legendärsten Silent Hill-Monster. Abgesehen natürlich von, äh, von Red Triangle-Person. Langweilig. Von wegen. Dankeschön, T-Bone. Jetzt muss ich mal gucken, weil ich hab mal so ein Modell in Nahaufnahme gesehen von den alten Krankenschwestern. Und das ist mir im Spiel nie aufgefallen. Aber die haben anscheinend unten an ihrem Gesicht, danke nochmals, T-Bone, so ein Baby-Embryo-Gesicht. Aber das kann ich jetzt hier zumindest auch nicht sehen. Was man hier jetzt aber schön sieht, sind die roten Markierungen an den Mündern, die genauso aussehen wie die Speicher, ähm, Dinger. Ne? Dass du deinen Hypetrain... Oh, du hast recht. Level 1 Hypetrain. Gerade sag ich noch, dass mal wieder einer kommen müsste. Guckt. Und schon ist er da. Krankenschwester Hypetrain. Nice. Gut gemacht, Leute. Die erste Krankenschwester, die mein King nicht bedient. Naja. Oh, guck mal, Schreibmaschine. Können wir speichern. Dankeschön, Flenderrecks. Okay, come on, ich hab 70 Schusspistole. Jetzt wird hier... Das ist wirklich so eine schöne Szene im Original Resident Evil, wenn Wesker einfach das Herz gebrochen wird von Chris. Da will er ihm seinen ganzen Stolz zeigen und wird ausgelacht. Oh, ich hab dich genau gesehen. Guck, guck. Ist das nicht lustig? Wie die sich verstecken? J.D. J.D., dankeschön. Super Twitch-Spitbombe. Und T-Bone nochmal. Oh mein Gott, das Spendenglas wird so hart bombardiert jetzt. Oh nee, der hat gar nicht gebombt. Aber danke. Sehr cool von euch. Ihr seid die Besten. Oh, ich hör mein... Mein... Mein Radio. Was? Wo? Ah. Oh nein. Ich glaub, ein Controller hat den Geist aufgegeben. Come on. Stimmt wirklich, Slenderrecks. Was soll das? Irgendwie passend. Dankeschön. Danke alle, die jetzt noch gebittet haben. Für was sind diese Flacker-Sequenzen, während du zum Beispiel eine Tür anschaust? Weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst mit Flacker-Sequenzen. Die Taschenlampe flackert, wenn Monster in der Nähe sind. Dankeschön, T-Bone. Für die Witz nochmal. Sehr gut. Sehr gut, find ich's. Sehr gut. Okay. Geht wieder weiter. Zum Glück waren alle schon tot jetzt, ne? Das wär ja wirklich blöd gewesen. Zum Glück ist der Controller gerade ausgefallen, als beide tot waren hier. Oh, Schrotkugeln. Aber nach kein Schrotgewehr. Oh, Slenderrecks. Danke nochmal. Oh, der Hype-Train ist auf 99%. 99%. Da muss jetzt aber der eine Prozent noch kommen. Da ist er. Da ist er. Oder? Das muss er sein. Dankeschön, T-Bone. Nö. Das reicht anscheinend nicht. Arsch Hype-Train. Ohne Scheiß. Will wieder eine Extra-Burst. Kann das sein, dass so ein gewisser Mindestbetrag sein muss? Ah! Danke, Slenderrecks. Dein Fail hat den Hype-Train auf Level 2 gebracht. Wo, was? Ich hör die ganze Zeit Monster, aber ich seh sie nicht. Wahrscheinlich, wenn ich da durchkrieche, ne? Oh, T-Bone. Wow! Dankeschön für die riesen Bit-Bombe nochmal. Ihr seid ja heute sehr großzügig. Das ist wirklich mega nice von euch. Vielen, vielen Dank. Was? Wo? Oh, come on. Mega nice. Ich danke euch wirklich. Sehr cool. Vielen Dank, Exodias, für deinen Sub. Super nett von dir. Danke, Slenderrecks, auch an dich für deinen super, super Bit-Bomben-Beitrag. Damit sind wir jetzt schon wieder auf Hype-Train-Stufe 3 angekommen. Dankeschön. Mega, mega nice von euch. Oh, come on. Okay, was ist das? Ah, das geht, weil das Monster in der Nähe ist, ist hier die Sprechanlage losgegangen. Geile Details. Das Spiel hat viele kleine geile Details. Ohne Scheiß. Sowohl in der Gestaltung der Objekte und der Räume als eben auch sowas, ne? Das ist einfach wirklich cool. Super cool. Her Drawings. Sieht aus wie Dübel in der Wand einfach, ne? Ihre Bilder. Neun. Okay. Hi, Mr. Sir von Horn. Würde es sagen, sobald du einer Flacker-Sequenz begegnet, ist schwierig zu beschreiben. Ja, ist mir vielleicht irgendwie noch gar nicht bewusst aufgefallen, so eine Flacker-Sequenz. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Oh, Slanderex, komm nochmal rein mit dem Witz. Dankeschön. Das Glas muss wieder aufgefüllt werden, ne? Jetzt wurde es zerbombt. Sieht auch nicht gut aus. Hm. Warum waren wir jetzt hier drin? Haben wir hier irgendwas Wichtiges gefunden? Nee, oder? Irgendwie funktionieren deine... Deine Sounds immer nicht, Slanderex, ne? Was ist das? Was soll das? Barry! Where is Barry? I'm sorry, but he's probably the most advanced biological weapon in the world. Oder the deadliest? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie's geht. Ja, ja, der erste Playthrough. Ich spiel's hier blind quasi. Wie stehst du zu Auberginen? Entweder werden... Endlich werden mal die wichtigen Fragen gestellt. Ich find Auberginen okay, I guess. Ich hab ehrlich gesagt schon lang keine Auberginen mehr gegessen. Aber nicht, weil ich irgendwas gegen Auberginen hätte. Auberginen sind so okay. Ich nehm Auberginen. Bin mega happy, kann endlich mein erstes Silent Hill ever spielen. Bis gestern, ohne Scheiß, bis bevor ich jetzt hier angefangen hab zu spielen, hätte ich gesagt, oh, spiel unbedingt das Original, nicht das Remake, bla bla bla. Aber jetzt, wo ich's spiele, muss ich sagen, ist cool. Spielt das Remake von Silent Hill 2, ist ein sehr gutes Remake, ist ein sehr guter Einstieg in die Reihe. Der Code wurde auf die Zahlen zurückgesetzt, die wir gestern in Aufenthaltszimmer der Ärzte besprochen haben. Wie gesagt, hört bitte euch auf, die Codes auf kleinen Zettelchen zu schreiben. Bitte geht verantwortungsvoll damit um. Jetzt müssen wir nur noch kleine Zettelchen mit Codes finden. Ähm, die haben halt jetzt mit dem Zweiten angefangen, weil der Zweite schon irgendwie so am populärsten ist, ne, so den besten Ruf hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die den ersten, wenn der erfolgreich genug wird, auch noch machen werden. Björn hat viel über gewisse Aspekte am Remake gemeckert. Ist, ist, Björn, ist Speckobst, level up. Ist der ein großer Silent Hill 2 Fan? Das weiß ich nämlich gar nicht, weil ich eben Silent Hill 2 schon lang nicht mehr gespielt habe und ich mag das Spiel, aber ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Silent Hill Fan. Aus Fansicht kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf hat. Ja, ich meine, ne, und das Kampfsystem ist absolut beschissen. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das Trefferfeedback ist scheiße, aber die, die guten Sachen überwiegen hier, finde ich ganz eindeutig. Also definitiv kann man viel kritisieren. Das will ich gar nicht leugnen. Es würde Sinn machen, Teil 2 steht ja so ein bisschen für sich selbst. Von der Geschichte her auch. Wenn die noch mehr Remakes machen würden, würde es Sinn machen, dass man dann den zweiten und den dritten danach macht, weil der dritte halt ein direkter Nachfolger vom ersten ist. Das, äh, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, der Hypetrain ist eingefahren. Chuchu, was habe ich denn? Ah, das ist, okay. What? Ein interessantes Emoji habe ich hier bekommen im Twitch-Chat. Das ist irgendwie geil. Danger Dance. So ein kleines Soldatenmännchen, das lauter Kugeln und Explosionen ausweicht, während es rumtanzt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie detailreich manchmal so Emojis sein können. So, so krasse kleine Details in so einem winzigen Bildchen. Mega cool. Ich kann die Expertise von Leuten zu Silent Hill nicht einschätzen. Kenne mich selber gar nicht mit der Reihe aus. In der Shadow Drop erste und zweite Remake. Vor allem darf man ja noch. Dritter meinst du, ja. In jedem Silent Hill eine andere Hauptperson. Ja, das stimmt. Resi 1 Remake im Stil von Resident Evil 2 wird, wird kommen. Trau ich mich wetten. Aber wann ist halt die Frage. Das Gesicht von James sagt so, ich habe kein Lebensmitteln mehr. Aber das ist auch ganz gut. Also das trifft es ganz gut, glaube ich. Da sind wir im Büro vom Oberchief. Oh, der hat einen Speicherzettel. Der ist, das ist nett. Hey, für den Fall, dass unsere Realität mal Silent Hill wird, ne? Sollten wir alle viereckige rote Zettel überall verteilen. Könnten wir das machen? Jeder hängt überall bei sich in jedem Zimmer einen viereckigen roten Zettel auf oder lässt ihn liegen. Dann kann man immer und überall speichern. Dann sind wir safe, nämlich. Okay, gucken wir mal. Patient 0050. Kennzeichnung 301,3. Zimmer C1 Symptome. Plötzliches aggressives Verhalten. Optische und akustische Halluzinationen. Derzeitige Diagnose. Therapie ist effektiv. Nope. Nicht provozierte Gewaltausbrüche sind zurückgegangen. Nein. Verbesserung sozialer Interaktion. Nein. Was habe ich übersehen? Empfehlung. Derzeitige Therapie fortsetzen. Wasser wirkt beruhigend. Nicht mehr. Achso, nicht. Das Wasser wirkt nicht mehr beruhigend. Ich verstehe. Okay. Patientenakte 2. Achso, mach ich mal hier. Patient 0090. Kennzeichnung 298.0. Zimmer D1. Symptome. Halluzinationen. Derzeitige Diagnose. Schlafstörung. G47,9. Verweigerung von Nahrung und Flüssigkeit. R63,6. Halluzinationen. Dauernd an Empfehlung. Zwangsernährung und Flüssigkeitszufuhr. Patient muss gebadet werden. Bitte Behandlungszimmer nutzen. 100 Milligramm auf Pro D. Keine Ahnung. Benzodiazepin gegen Schlafstörung. Ständige Überwachung. Okay, das sind wahrscheinlich Informationen, die wir später noch irgendwie brauchen. Aber ich verstehe gerade nicht, warum. Patient 0130. Kennzeichnung 295,3. Zimmer S3. Durchgestrichen. Verlegt nach L1. Da waren wir schon. Symptome. Starke und anhaltende Angst. Derzeitige Diagnose Paranoide Schizophrenie F20. Optische Halluzinationen R44.1. Empfehlung. Medikamente erhöhen. Patient darf nicht alleingelassen werden. Zur genaueren Überwachung nach L1 verlegen. Okay. Ein Schlüssel. Und wir brauchen drei Patientenbänder. Und das sind die drei Patientenbänder von den drei Akten, die wir gerade haben. Open. That's what they keep telling me. My three patients. My three hopeless cases. But I do not believe it to be a matter of hope. It is a matter of diligence. Discipline. Trial and error. Of being as bold as one can be. To go as far as one needs to. I will find what it is that truly addlesen. And I will cure them. Ja genau Ich würde auch sagen, dass Resident Evil Realistischer ist als Silent Hill Wenn man es so sehen will Weil Resident Evil halt einfach Basically versucht Science Fiction Mehr oder weniger zu sein oder Wie soll man es bezeichnen, so Medizin Punk Oder sowas Und Silent Hill ist halt einfach Fantasy, ist halt einfach übernatürlich Wenn man es sich genau anguckt Ist Resident Evil auch sehr übernatürlich Aber ne, es ist alles so ein bisschen Gefußt auf Wissenschaft Da fehlt leider ein Knopf Ich glaube die ganzen Bits und Subs gerade Und der Hypetrain haben mich jetzt wacher gerüttelt Als jeder Holy Drink es gemacht hätte Jetzt habe ich wieder Energie Also ohne Spaß Sehr cool Okay, dann müssen wir jetzt In die verschiedenen Zimmer Nein, L1 waren wir noch gar nicht Wir waren in L2 und L3 Und müssen uns die Schlüsselbänder holen Dead Space ist unangenehmer Weil Äh, weise am wahrscheinlichsten Ich meine Wenn das Universum wirklich Unendlich groß ist Oder annähernd groß Dann würde in dem Universum Tatsächlich alles existieren Was theoretisch existieren kann Und irgendwas Dead Space artiges Könnte theoretisch existieren So ein bisschen in der Art Also wird es existieren Patientengespräch Abschrift Anmerkung Das folgende Interview wurde mit Geschwärzt Als Reaktion auf den Vorfall 071 geführt Ich weiß noch Dass ich im Wasser lag Schön leer Und dann spürte ich ihn Spürte, wie er mich anstarrte Spürte, wie es wuchs Ich musste raus Musste fliehen Aber er verfolgte mich Starrte mich weiter an Ich musste es rauslassen Jetzt bin ich wieder leer Schön leer Können wir wieder zum Schwimmbad? Hm Okay I guess der ist überhaupt nicht hier Sondern im Schwimmbad, oder? Und irgendwo habe ich tatsächlich einen Pool gesehen Aber das war in einem anderen Stockwerk Ey, Seiter Vielen, vielen Dank für den Superchat Hurra Dankeschön Sehr nett von dir Verzeihung Schwimmbad Ist da etwas? Mir fällt jetzt erst auf, dass der auf Deutsch Auf die Karte schreibt Ha Lustig Okay Dann gucken wir Was Ich meine Schön, dass da die Fragezeichen sind Und so Aber ich werde ja alles abklappern Was abklapperbar ist Also let's go Oh Schön Was waren denn die Kritikpunkte von Björn? Würde mich interessieren Stell dir vor Der Pilt entwickelt sich Und wir sind dann auch in Gefahr Ja, The Last of Us Tatsächlich auch ein Ein Theoretisch vielleicht denkbares Szenario Es ist ziemlich unwahrscheinlich Weil so ein Nervensystem von einem Menschen Einfach way komplexer ist Wie von so einer Ameise oder Schnecke Da tun sich Parasiten oder Pilze Sehr viel schwerer Da wirklich Ernstzunehmende Kontrolle auszuüben Aber theoretisch Eine sehr spezielle plötzliche Mutation Aber theoretisch nicht undenkbar Ich erwarte hinter jeder Tür So eine So eine Marionette Moment Er hat gerade so an die Decke geguckt Warum? Da ist tatsächlich so ein Lappen Als hätte den Aber das ist so ein Vorhang Ich dachte schon Das hätte da Kanten Kantenschneider dahin gehängt Woher hast eigentlich immer eine Karte Mit den Zimmern des aktuellen Hauses Immer im Eingangsbereich Vielleicht sind das die Regeln In Silent Hill früher gewesen Jedes Gebäude muss einen Lageplan Im Erdgeschoss aushängen haben Also so ein Mold oder das Plagger Wäre schon ziemlich furchterregend Das stimmt Hätte ich auch keinen Bock drauf In Real Life Björn hat vor allem das Kampfsystem Ist auch Gegner Placement Gegner Placement finde ich teilweise echt gut Alles was Blooper selbst gemacht hat Und Aspekte am Visuellen kritisiert Also zum Beispiel Rostige Türen Die aber auch shiny sind Und die schlechten Reflektionen Pfützen Ist mir jetzt auch nicht negativ aufgefallen Die Pfützenreflektionen eigentlich Aber gut Äh Ich habe aber den Großteil des Streams verpasst Weil er arbeitet Ja okay Ne Ich hätte mich nur so ein bisschen interessiert Aber ich glaube beim Kampfsystem Na da Ja Ich glaube da sind sich alle einig An dem hätte man ein bisschen arbeiten können Vielleicht noch Was war denn das hier für ein Krankenhaus bitte Und wann kriege ich meine Pumpgun Für eine Zombie Apokalypse muss eigentlich nur sowas wie der Tollwuterreger mutieren Ja Stellt euch mal vor Das wäre schon Ich finde das wäre schon beängstigend genug Wenn der Tollwuterreger so mutiert Dass er sehr ansteckend wird Und vielleicht noch ein bisschen aggressiver macht Und dann muss der finde ich nicht mal auf Menschen übergehen Stellt euch einfach vor Die gesamte Tierwelt wird absolut aggressiv Und stirbt innerhalb von zwei Wochen aus Aber in den zwei Wochen versucht es alles zu fressen was es gibt Vögel Igel Bienen Weiß ich nicht ob Bienen Aber alles was so Was so rumpfleucht und kreucht Hätte ich auch keinen Bock drauf Mäuse Kommt plötzlich ein Schwarm Mäuse in dein Haus Und versuch dich zu fressen Alles sehr unangenehm Das meinte ich mit Flackersequenz Ey ich hab's wieder nicht gesehen Ach das mit der Kette eben Das hab ich auch nicht verstanden Aber im Chat wurde mir gesagt Dass das Äh Bereiche sind Die irgendwie im Original wichtig waren Und so ein bisschen Easter Egg mäßig Haben die die quasi hier so eingebaut Das wusste ich aber auch nicht Oh guck mal Einfach so Schuttgewehr Ah ich verstehe James ist auch kein Ähm Die Nachbarn renovieren Ich hab grad ein sehr lautes Weirdes Geräusch gehört Hat jemand irgendwas geflext draußen Oder so Alles gut James ist auch kein Kampfexperte So wie Chris Redfield Und eine Biowaffe wie Ethan Winters Es ist Absicht Das ist voll in Ordnung Seid da Das ist voll in Ordnung Dass James vielleicht ein bisschen Schwerfällig ist Und unbeholfen Und so weiter Das ist voll cool Und so weiter Aber man könnte trotzdem Ein Kampfsystem machen Das sich irgendwie besser Und befriedigender anfühlt Das hat ja damit nichts zu tun Da geht's auch um so Sachen Wie dass die Waffen Äh Sich besser anfühlen Ne So Ja Schalte 75 Feinde Mit Nahkampfwaffen aus 75 So viele schon Äh Genau Es kann ja trotzdem Ein sparsiges Kampfsystem sein Auch mit nem langsamen Und schwerfälligen Hauptcharakter Ich hab da gesehen Wie sich was bewegt Okay Einfach rein da Los Go 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 Dammit Ich wollte cool sein Und hab's ganz schön vermasselt Scheiß Fernseher Oh was haben wir denn hier Ein Schlüssel für L1 Sehr gut Shotgun ohne Ohne Chill Sandwich Ja Ich bin auch schockiert Dass das Spiel mir ne Shotgun gibt Ohne dass irgendwas versucht Mich zu zerquetschen Geht aber gar nicht Achtung Ich mach den Spiegel kaputt Achtet mal genau drauf Wo er einschlägt Ah Weiß ich jetzt grad nicht War das wirklich Ich meine Wir haben ein bisschen weiter rechts Den Spiegel getroffen Oder Hm Vielleicht gibt es so ein paar Sollbruchstellen Die je nachdem wo man hinhaut Am So weißt du So den nächstmöglichen Punkt dann Hm 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 Trotzdem schön Manche Geräusche hier klingen einfach wie die Ringgeister Auenland Beutlin Ähm Da seid ihr hier im falschen Universum Tut mir leid Oh Treppenhaus Nach oben Es gibt noch ein oben Es gibt noch ein oben Es gibt noch ein darüber Oh Gott Und hier haben wir wieder eine Zeichnung von dem Kind Vogel Ich weiß nicht warum ich grad so husten hab Raubvogel ist Kaninchen Also verspeist Nicht ist gleich Roter Zettel Wusste es das im neueren Resident Evil wenn man schnell zwischen Pistole und Gewehrwechsel Ethan drei Arme hat Ja ja Das weiß ich Da ist wirklich irgendwas bei der Animation ein bisschen kaputt gegangen Da muss man nicht mal so schnell wechseln Das passiert oft dass Ethan drei Arme hat Aber hey Vielleicht hat er einfach drei Arme Weißt du ganz unterbewusst Lässt er sich schnell einen dritten wachsen wenn es notwendig ist Könnte sein Soweit wir wissen Schreibmaschine können wir speichern Oh ich hab kein Farbband Dammit Beobachtungsnotizen Patient 0090 Tag 1 Patient wurde zur Beobachtung verlegt Unterernährt Flache Atmung Vermeidet Augenkontakt Unruhig in Gegenwart von Personal Panik bei dem Gedanken an Berührung Tag 2 Patient verweigert feste Nahrung Zwangsernährung mittels Nasogastrischer Sonde Erforderlich Serotonin Antagonisten Verabreicht Um Übelkeit und Erbrechen zu reduzieren Patient wird zum Baden und Füttern fixiert Behandlungszimmer bitte entsprechend vorbereiten Fortschreitende Unterernährung Sauerstoffmangel Verdacht auf Selbstverletzung Nicht bestätigt Irgendetwas stimmt nie Irgendetwas stimmt nie Das ist wahr Irgendwas ist immer Könnte man auch sagen Oh okay Rein da Aha F1 Innerer Ward Innenhof So quasi Dr. Andrews Wir haben die Röntgenbilder Die Sie angefordert haben Es scheint als wäre Die Datei unvollständig Eines der Bilder fehlt Wir schicken es Ihnen Sobald wir es finden Lassen Sie mich wissen Wenn wir noch etwas für Sie tun können Aha Ein Becken Resident Evil Ein Resident Evil Knochen Sehe ich da irgendwas Spezielles? Sieht ein bisschen weird aus Aber ich bin jetzt auch kein Röntgenbildexperte Hier haben wir einen Schädel Ja Warte Wie drehe ich? Drehen hier Das gehört definitiv hier hin Ne Selber Quack Danke für die 30 Quack Slanderacks Und wie kann ich jetzt das andere? Ah hier Jep Vier Wir haben schon mal eine Vier Aber wahrscheinlich fehlt da noch was Ich nehme die Dry Okay Mehr Röntgenbilder Mehr Röntgenbilder Ne es ist schon cool Es ist schon cool Wisst ihr meine Befürchtung war Dass es atmosphärisch und storytechnisch cool wird Aber dass das Gameplay mich nervt Und dass ich keinen Bock habe Das Spiel zu spielen Wie es halt leider öfter bei so Bei so narrativ getriebenen Horrorspielen für mich ist Aber das ist zum Glück nicht so Es hat nicht die Motivationsmechaniken Die ich gern hätte Es hat nicht das Kampfsystem Das ich gern hätte Aber es nervt nicht Es hat einen guten Flow Man kann schön vor sich hinspielen Es ist cool Äh Ich bin da sehr positiv überrascht Man kann sagen Die Bar war da bei mir low schon Aber ja Und die Kämpfe gegen die Krankenschwestern Machen fast sogar Spaß Tatsächlich Zum ersten Mal jetzt Habt ihr schon mal Disco Elysium gespielt Ja Sehr coole Spiele Aber ich habe es tatsächlich auch nie durchgespielt Ich habe es so oft angefangen Aber nie beendet Wie das oft in so komplexen Rollenspielen ist Wo man sich denkt Na jetzt fange ich aber nochmal von vorne an Und versuche mal das und das Ich habe auch Baldur's Gate 3 nie durchgespielt Ich habe aber schon dreimal Reicht nicht mehr Das erste Kapitel wahrscheinlich fünfmal Und das zweite Kapitel dreimal gespielt Immer wieder mit neuen Experimenten und Klassen und so Aber irgendwann Jetzt ist es ja mittlerweile vollständig Irgendwann starte ich nochmal einen neuen Playthrough Und Äh Ich spiele es nochmal durch Nervt nicht ist ein komisches Kompliment Ja Aber tatsächlich ist es ein Kompliment Weil das schaffen viele Horrorspiele nicht leider Viele Horrorspiele schaffen es nicht Dass sie mich nicht mit ihrem aufgezwungenen Scheiß Gameplay nerven Das sind so Spiele Die wollen eigentlich kein Gameplay Die wollen eigentlich Eine Geschichte erzählen Oder atmosphärisch sein oder so Und das Gameplay ist so Ja machen wir halt irgendwie was Muss hier sein Haben wir gar keinen Bock drauf So wirkt es oft Das ist hier zum Glück nicht so Ich weiß schon Das klingt nicht sehr positiv Aber Macht fast ein bisschen Spaß Ist tatsächlich so viel mehr Als ich erwartet habe Okay ich gehe mal die Treppe wieder runter Für was haben wir jetzt den Schlüssel Ah ja genau da unten L1 Deswegen mag ich solche Walking Simulator überhaupt nicht Ja ich bin eben auch kein Also wenn sie dann wirklich Walking Simulator machen Dann finde ich es sogar gut Das ist eine gute Entscheidung für solche Spiele Aber viele Spiele sind dann eben leider keine Walking Simulator Sondern wollen dann immer zwanghaft irgendwie noch Gameplay einbauen Und das stört einfach nur Und das ist scheiße Und das war eben wirklich meine Befürchtung auch für Silent Hill 2 Remake Dass ich die ganze Zeit durchlaufe und mir denke Ach hättet ihr doch nur das Gameplay weggelassen Hättet ihr doch nur ein Walking Simulator draus gemacht Oder die Kämpfe ganz stark in den Hintergrund geschoben Aber so ist es zum Glück gar nicht Überhaupt nicht Das ist echt cool Wo schiebe ich denn Ach ja Ja okay Ja wo denn Wo hab ich denn was geweckt Komm schon Ich höre es rumkrabbeln Oh ich hasse dich Scheiß Ding Ich kenne das Soma hat so furchtbare Wegrennpassagen Ja Oh Gott Ich hab's auch gehasst Diese ganzen unsterblichen Gegner Wo man die ganze Zeit so durchsneaken muss und sowas Wäre so ein gutes Spiel aber ich hasse ich hasse sowas Das Mädchen wurde heute eingewiesen Armes Ding Hat äh es hat kein Wort gesagt Sie sitzt einfach nur da Den Kopf in den Händen schluchzend und zitternd Ne Schluchzt und zittert Ich habe sie ins Bett in der Ecke gebracht Sieht so aus als hätte sie sich ein bisschen beruhigt Sie hat mich sogar angelächelt Glaube ich Vielleicht hat sie dich auch ausgelacht Hast du da mal drüber nachgedacht Warum sind Krankenhäuser so gruselig Ich meine wirklich In Krankenhäusern fühlt man sich selten wohl oder Dabei sollte man das eigentlich Das ist doch wichtig Das ist doch wichtig für den Genesungsprozess Weiß man doch eigentlich Wo denn? Wo denn? Wahrscheinlich da unten rein oder? Ja okay Liegt da die ganzen Kranken dort? Ja es hilft nicht Das stimmt Ich muss ja mal eingestehen Fallout New Vegas nie durchgespielt zu haben Ja ich kann es in so komplexen Rollenspielen verstehen Ohne Scheiß So eng eingezwängt In irgendeinem Abgrund oder so festzustecken Das ist für mich ein Horror Das ist für mich der absolute Albtraum In so einem Kamin oder sowas Wisst ihr irgendwie so Oh ne ey Gar kein Bock drauf Bei Amnesia fand ich das erste damals noch cool Vielleicht weil es was Neues war ne Aber Die Nachfolger von Amnesia Haben wir dann alle auch nicht mehr gefallen Aber der erste war irgendwie Der hat so Eventcharakter Ich kann mich noch erinnern Dass wir da irgendwie zu dritt Viert irgendwie Zusammensaßen Als wir das gespielt haben Und Uns angefeuert haben Und die ganzen Ideen Mit dem unsichtbaren Monster im Wasser Und so weiter Das alles schon sehr gefeiert haben So Was haben wir denn da Noch so ein Zettelchen Sieht vollkommen okay aus Ich sehe hier keine Probleme Warum helfen sie mir nicht Warum sperren sie mich hier ein Lasst mich raus Lasst mich raus Lasst mich raus Und so weiter und so fort Schreibmaschine Ja Das ist wieder irgendeine Erinnerung Bingo Bongo I don't wanna leave the Congo No 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 Ah Unser erstes Armband Was wo Oh Ich bin vielleicht zu oldschool Was Survival Horror angeht Wieso was meinst du Wie zu oldschool Für Soma Achso ne Amnesia Okay Was für Schlüssel Haben wir denn jetzt Eigentlich noch F1 Inner Ward Und wir haben so Ein Spritzending Ich weiß gar nicht Für was wir das brauchen Garten Ist wahrscheinlich Der Inner Ward Oder Weiß ich nicht Aber da müssten wir Erstmal da oben durch Und ich glaube Das geht noch nicht Wobei Könnten wir mal versuchen Vielleicht ist Inner Ward auch Ich Warte mal Der Schlüssel hat doch Immer auch einen Deutschen Namen Doch Innenhof Schlüssel Hm Ist das ein Innenhof Vielleicht Ich schau mal Geben wir mal da hoch Meine Güte Bist du Tough Oh Gott Oh Teleportation Oder was Das haben wir Gerne Cheater Gegner Oder was habt ihr das Gesehen Was war denn das Bitte Das finde ich Nicht nett Ich speicher das Nochmal Zwei tote Gegner Sind zwei tote Gegner Ohne Gegentreffe Und alles Das kann man speichern Okay Gucken wir mal Ah doch Tatsächlich Inner Ward Okay Na dann Schlüssel Ich hab mir Über den Hof Innenhof Irgendwie Was anderes Vorgestellt Als das Hier Aber okay Vielleicht ist aber Innenhof auch Falsch übersetzt Und es sollte Eher so Der Der innere Ring Oder sowas Sein Vom Krankenhaus Keine Ahnung Hallo Scheibe Ach, guck mal. Heilung. Innerer Bereich eher. Ja, genau. Eben. Ach, guck mal. Wieder ein Loch. Wollen wir unser Spritzennadel näher? Müssen wir erst noch irgendwas kombinieren. Damit wir eine Angel draus machen wahrscheinlich. Warte mal. War da gerade eine Tür? Ja. Ist definitiv irgendwo ein Monster. Ich kann das nicht in Ruhe lesen. Aber ich mach's jetzt trotzdem. Lesen wir schnell. Schon wieder ein Zwischenfall bei 0050. Es ist aus dem Schwimmbad in den Garten geraten. Er ist aus dem Schwimmbad in den Garten gerannt und hat sich dabei geschnitten. Gott sei Dank war ich noch hier. Er war völlig manisch und hat geschrien. Ich habe die Pfleger gerufen, um ihn festzuhalten. Wir haben es gerade so geschafft, die Wunde zu nähen. Er ist jetzt sediert und wird in seinem Zimmer wieder. Ja, okay. Was passiert, wenn ich versuche, schnell zu lesen? Brauchen wir doppelt so lang. Okay, dann springen wir mal in den Garten raus. Hurra! Ich sehe auch schon Monster. Hä, aber man muss fairerweise sagen, jetzt auch mal, ne, um um auf Blooper Team zurückzukommen, ähm, das ist definitiv bis jetzt der beste Spiel mit deren besten Gameplay auch. Die haben sich gemacht. Die haben sich sogar viel gemacht, wenn man sich die vorherigen Spiele anguckt. Und wenn die das weiterhin steigern können, dann sehe ich in ein, zwei Teilen, dass die wirklich auch gutes Gameplay hinkriegen. Hallo CDG, hallo lieber Lensquid, schaut deine Videos super gerne. Aua! Dankeschön! Freut mich sehr. Sehr nett von dir. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Puh! Layers of 4 fand ich damals langweilig. Das war ja so der Urvater der Walking Simulator. Und das hat mich irgendwie nicht abgeholt. Ne, warte mal. Ich denke hier an dir, Esther. Layers of 4 habe ich gespielt auch. Und das fand ich auch ganz nett. Aber die hatten halt, das meine ich ja, die hatten noch kein Gameplay in Layers of 4. Und das funktioniert. Das konnten die schon immer. Also, mit Gameplay meine ich jetzt irgendeine Mechanik. Ne, da ist man halt einfach rumgegangen und hat sich Sachen angeguckt. Das haben die schon immer gut hinbekommen. Aber immer, wenn die versucht haben, Mechaniken einzubauen, Kampfsysteme, Schleichsysteme, ne, und so weiter, das hat meiner Meinung nach nie gut funktioniert. Das war immer so ein bisschen ungeholfen und weiß ich nicht. Einfach nicht gut. Und da ist jetzt, äh, wie hieß das, wo man zwischen den Welten wechseln kann und sowas? Da ist, äh, Silent Hill 2 Remake definitiv eine starke Verbesserung. Kann man gar nicht vergleichen. Nee, die Woche gibt's jetzt sonst kein Stream. Das ist jetzt heute der, der Stream, der Streamstag. Ich, ich muss so viel andere Sachen erledigen. Ich hätt auch gar keine Zeit, leider. Lords of the Fallen. Nee, 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 nee. Medium. Genau. Medium. The Medium. Das hab ich auch durchgespielt. Das fand ich auch ganz nett. Aber diese ganzen Schleich- und Weglaufpassagen fand ich furchtbar. Das war eins von diesen Spielen, wo ich mir die ganze Zeit gedacht hab, ach, hättet ihr doch einfach einen Walking Simulator gemacht. Und ein paar Rätsel auch gerne. Ist ja cool, aber dieses ganze komische Dämon-Ding da, ach, das war super nervig. War kein Fan. Au, du Arsch. Lensquid ist gleichzeitig Botschafter von Madagaskar und er kann nicht immer streamen. Versteh ich nicht. Aber, dass mich durchschaut. Halt, stopp. Wir müssen, glaube ich, kämpfen. Arschloch. Lustig. Lustig, lustig, tralalalala. Wenn man hier jetzt aufschließen kann, kann man, dann laufe ich aber zurück und speichere kurz. Haben wir eine coole Abkürzung freigeschaltet. Ich habe mich verlaufen. Ja. Ich habe irgendwie einfach ein Land auf dem Globus gewählt. Ach so, na gut. dass ich buchstabieren kann, ja. Also, ob es ein Remake vom Ersten gibt, hängt, glaube ich, wirklich safe nur von den Verkaufszahlen vom Zweiten hier jetzt ab. Ich glaube, wenn der sich gut verkauft, dann wird es definitiv ein Remake vom Ersten geben. Wüsste nicht, warum nicht zumindest, ne? Das wäre eigentlich komisch, wenn die es nicht machen würden. Dieser Fall weist eine beunruhigende Ähnlichkeit mit der Situation auf, die sich vor ein paar Jahren in unserer Einrichtung ereignet hat. Damals wurde der Patient auf richterliche Anordnung, aber mit dem Einverständnis seiner Familie eingewiesen. In den ersten Wochen schien sich sein Zustand zu verbessern. Die verabreichten Medikamente kombiniert mit Einzelsitzungen bei den Psychologen und Kunsttherapie halfen ihm bei der Antriebslosigkeit seiner Anhedonie und seinem sozialen Rückzug. Es gab kein Grund zur Beunruhigung. Wir wussten nicht einmal, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Bis der Nachtwächter den Verlust seines Schlüssels meldete. Als wir ihn fanden, war es schon zu spät. Okay, ich schreibe mir das mal hier auf meinen Notizzettel. Blub, 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 blub. Noch ein Kreis und noch einer und noch einer und dann einmal so und einmal so. Irgendein Türschloss-Code, ne? Ich kann mich erinnern, Tastenfelde. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, weiter oben irgendwo, ne? Egal. Werden wir schon wieder vorbeikommen. Nein! Nein, er schafft es nicht. Der unzerstörbare Spiegel. Cheaterspiegel. Ja. Gut. Gut. Jetzt komme ich hier schon wieder zurück und kann gleich nochmal speichern. Guckt euch das an. Warum ist die mit der Eisenstange durchbohrt? Ich habe die Eisenstange doch noch. Ach, das ist ihre eigene... Ach, die ist... Die ist wirklich ungünstig auf ihre eigene Eisenstange gefallen. Damn. Aha. Cool. Ich habe die Tür, ich habe die Tür da oben nie probiert. Schauen wir da mal noch. Ach. Na guck. Neues Gebiet. Wo? Von wo kommen die Monster? Treppenhaus oder... Da vorne. Ah, ich dachte, da steht eine Leiter. Eine Heizung. Oh, ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Ein Schimmel-Entferner. Ich habe keine Ahnung, für was wir den jetzt brauchen. Aber gut. Es sitzt in den Wänden. Tief im Inneren. Der Schimmel-Entferner vertreibt es für eine Weile. Aber dann taucht das Ding an genau derselben Stelle wieder auf. Wir müssen die Wand aufmachen. Sie einreißen, wenn es sein muss. Und es ausratten. Okay. Cool bleiben. Cool bleiben, Hausmeister. Wie schlimm kann der Schimmelfleck sein? Ich würde einfach mal den Putz abkratzen und neu verputzen. Und dann gucken wir mal. Und dann muss man vielleicht mal schauen, wo das Wasser reinkommt. Aber das ist jetzt ein bisschen überdramatisch. Hey, es fängt echt an, dass mir die Kämpfe Spaß machen. Ohne Witz. Das hätte ich am Anfang die ersten paar Stunden nicht gedacht. Ich weiß nicht, was sich verändert hat. Aber ich kann leider die Munition nicht aufheben. Ah, da war es kurz. Kurz hätte ich sie nehmen können. Dammit. Komm, komm schon. James, wir schaffen es gemeinsam. Können... Ja! Munition aufgehoben. Dafür sollte es ein Achievement geben. Das hätte ich ja mal wirklich nicht für möglich gehalten, dass ich beim Silent Hill 2 Remake vom Blooper Team sage, dass mir das Kampfsystem teilweise echt Spaß macht. Werd ich. Un... Also, unmöglich. Unmöglich. Hätte mich jemand gefragt. Hätte ich gesagt, du spinnst. Nach acht Stunden macht's... Genau, nach acht... Kaum acht Stunden und bam, macht's ein bisschen Spaß. Wow. Not bad. Well played, Blooper Team. Da oben sind noch Toiletten. Sagt der eigentlich Toiletten? So wie man's auch schreibt? Weil ich sag mein Leben lang... Wie sag ich denn? Toiletten. Einfach nur Toiletten. Genau, ohne I. Aber man schreibt so eigentlich Toi. Aber ich hab noch nie in meinem Leben Toiletten gesagt. Ich find außerdem Toiletten klingt was... Wie war's das mal? Essen? Oder vielleicht... Weiß ich nicht. Entweder essen oder am Fuß anziehen sollte. Ist eigentlich noch ein Podcast mit Screamfire Germany geplant. Nix Konkretes. Nee. Clou. Ja, hast du recht. Die einzige richtige Antwort. Oh Gott. Ne Erfindung der Franzosen, um uns zu ärgern. Haha, da haben wir schon wieder. Ne, ihr sagt auch Toilette. Scheiß Haus. Okay. Ah, genau. Tastenbedienfeld. Aber warte mal. Nein. Hier ist alles abgeschlossen. Muss ich seriously einmal jetzt komplett rumlaufen? Kann ich das überhaupt? Könnte ich ja. Na, machen wir. Ist ja eh nicht so weit. Wenn wir keine Monster treffen, sind wir dann nullkommix. Warte mal. Was hab ich jetzt grad entriegelt? Ach, ne Abkürzung. Okay, cool. Oh oh, ich hör da irgendwas näher an mir dran als das da, oder? Ja, komm her. Will irgendwie nicht. Oh oh, oh shit. Oh Gott. Kater, das ist so ungünstig. Puh. Das war knapp. Jetzt nicht, Kater. Okay, was war's gleich nochmal? Genau. Drei, fünf, sieben, acht. Hört sich fast an wie ein Beabwungsgerät hier gerade. Oder Darth Vader kommt jetzt gleich. Ich hoffe, er ist auf meiner Seite. James wäre damit viel fertig, aber ich glaub, bei Vader ist Schluss mit lustig. Sie füttern mich mit Abfall und verwesendem Fleisch voller Maden, voller Sehnen. Das klingt ein bisschen wie Gollum. Ja, sie fressen mich. Garstiger Hobbit. Füttert mich mit Abfall, verwesendem Fleisch voller Maden. Sie zwingen mich, die Säfte zu schlucken. Rot und Gelb schließen sie in meinem Hals hinunter. Fliesen, fliesen sie. Ich huste und würge und übergebe mich. Bis mir der Hals weh tut. Ein schmerzendes, pochendes Rohr aus Fleisch. Ich würge alles hoch, aber ich schmecke es immer noch. Wer ist stärker, Darth Vader oder Frank Corrigan? Darth Vader. Darth Vader wird mit Frank Corrigan den Boden wischen. Auf. Und ab. Oh oh. Die Kakerlaken fliehen. Die wissen, was das ich nicht weiß. Wo waren die, wo waren die, die Röntgenbilder? Lansquid als Synchronsprecher, könnte ich mir auch vorstellen. Wegen der, wegen der Kommentare immer. Wegen der Kommentare hatte ich heute Nacht den Rezo Traum. Von dem ich am Anfang erzählt habe. Dass Rezo mich als Synchronsprecher rekrutieren wollte. Und mir professionelles Stimmtraining angeboten hat. Ich mach's, Rezo. Wenn du das hier siehst, ich bin dabei. Der Traum hat mich den Weg gewiesen. Oder so. Genau, der, der blauhaarige Rezo-YouTuber. Äh, Kombinationsschloss Röntgen. Röntgen, 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 Sichtgrät. Grät. Da müssen wir hin. Du bleibst liegen. Danke. Schimmeln. Ah, schimmelndes Röntgenbild. Wartet mal einen Moment. Wie wär's denn, wenn ich das hier kombiniere mit Antischimmelspray? Dann haben wir nämlich ein blitzeblankes, sauberes Röntgengerät-Bild. Und dieses werde ich nun drehen und hierhin pflanzen. Und dann haben wir vier... Was ist das? 37, 31? Weiß ich nicht. Vier. Ich sage mal 31. Aber ich mach dahinter in Klammern eine 7-Fragezeichen. Und 12. Okay. Ich weiß... Ich weiß nicht für was. Irgendwo war ein Safe oder sowas, ne? Hat er das auf die Karte geschrieben? Er sagt 37. Ja, okay. Alles klar. Kombinationsschloss. Ach, direkt da durch. Na, dann kommt bestimmt jetzt ein Monster im Durchgangsraum oder so. Kein Monster? Glaube ich fast gar nicht. Naja, von mir aus. So. Vier. 37. Äh, hierhin. Und 12. Und es zerfällt zu Brösel. Aha, hier sind die Kakerlaken hin. Die sind gar nicht vor mir geflohen. Die wollen mir den Weg weisen. Oder die mögen einfach Schimmel. Lege ich mich jetzt hin und schlafe ein bisschen. Okay. So. Wir haben zwei, zwei von drei Armbändern. Aber was jetzt? Jetzt ist meine, meine Schnitzeljagd am Ende. Sagt ihr eigentlich Schnipsel oder Schnitzeljagd? Da diskutiere ich oft mit Merlin. Sie sagt nämlich Schnipsel. Aber ich sage, ne, es heißt Schnitzel. Auch wenn es komisch klingt. Aber ich glaube, es geht in Wirklichkeit beides. Ich meine, ich habe das mal gegoogelt und es ist beides. Erlaubt. Erlaubt. Ne, ich wollte eigentlich die Stockwerke durchschauen. Weil, äh, wo war gleich nochmal dieses kleine Objekt zum Rausangeln? Hand, Tresor. Abfluss. In der Apotheke. Übern Garten. Also wieder runter ins unterste Stockwerk. Schnitzeljagd. Schnitzeljagd. Ne, genau. Wie das, wie das Panierte. Würde ich auch sagen. Schnitzel heißt es. Schnitzel. Alle sagen Schnitzel. Ha. Ich weiß nicht, ob Merlin gerade noch da ist oder zuhört. Aber du wurdest überstimmt. Alle sagen Schnitzel. Äh, noch eins runter. Oh, damn. Ah, doch. Gut. Ich wollte schon sagen, hier komme ich nicht raus. Aber passt schon. Aber von hier kommen wir leider nicht in die Apotheke. Dann müssen wir außen rum gehen. Oh. Und jetzt nehmen wir unsere tolle, selber gebastelte Angel. Cool. Jetzt passiert gleich was Schlimmes. Wartungsschlüssel. Vielleicht kommt es von Jägerschnitzel. Ne, ich glaube Schnitzel ist einfach nur ein nicht mehr so gebräuchliches Wort für kleine Teile. Genauso wie Schnipsel eben auch. Ich glaube deswegen heißt auch das Schnitzel Schnitzel, weil es halt kleingeschnittene Teile sind. Einfach. Okay. Jetzt pass auf. Wir haben einen Wartungsschlüssel. Für was brauchen wir einen Wartungsschlüssel? Ah, für den Pool. Für die Poolpumpe. Für die Poolpul... Pumpe. Poolipumpig. Oder? Denke ich mal. Oh oh. Oh, der hat sich irgendwie bewegt. Ist wahrscheinlich nur beim Leichen wieder neu reinladen passiert. Leinraden. Ich bin die ganze Zeit so von wegen, okay jetzt bis zum nächsten Mal speichern, aber dann hören wir auf. Und jetzt denke ich mir so, ah komm jetzt gehen wir aber noch zur Poolpumpe. Aber dann beim nächsten Speicherpunkt hören wir auf. Und das mache ich jetzt schon seit einer Stunde oder sowas. Okay, jetzt kommt's. Sveni hat nachgeguckt. Laut Google eine Schnitzeljagd, manchmal auch Schnipseljagd. Ja, so habe ich es eben auch gelesen, dass beides geht. Ist ein Gelegenheitsspiel, bei dem eine Gruppe von Personen Hinweise folgt? Ja, ja, genau. Entweder die zwei Gruppenbelohnung. Ja. Schnitzel und Schnipsel geht beides. Glaube ich auch. Weil ich eben glaube, dass früher Schnitzel und Schnipsel auch eigentlich synonymer waren. Das ist mein Glaube. Das ist mein Glaubenssatz. In meiner Religion glaubt nur daran, dass früher Schnitzel und Schnitzel das gleiche waren. Sonst ist eigentlich alles wurscht. Aber wer das nicht glaubt, der wird gesteinigt. Da sind wir knallhart. Mit wir meine ich mich. Ich bin der Einzige in der Religion. Aber sonst ist es ganz cool eigentlich. Kann ich empfehlen. Die Schnitzelana heißen wir. Manchmal auch Schnipselaner genannt. Okay. Und jetzt kann ich irgendwas machen. Lassen wir das Wasser ab. Und raus kommen eine Million Gegner. Der ganze Pool war. Da sind 100 Milliliter Wasser drin. Ansonsten nur Gegner. Na fast. Um die Wand zu durchbrechen. Ach so. Gut, dass das da stand. Da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht. Aber somit haben wir alle drei Schnitzel. Wo war jetzt die Hand gleich nochmal? War die wieder in einem anderen Stockwerk? Ich dachte, die war hier. Büro des Direktors. Ein Stockwerk nach oben. Okay. Möge das Schnitzel mit dir sein. Manchmal auch Schnipsel. Das muss man immer dazu sagen in dieser Religion. Möge das Schnitzel manchmal auch Schnipsel mit dir sein. Oder wenn man im Restaurant sitzt und man sagt, ich hätte gerne Schnitzel. Manchmal auch Schnipsel mit Pommes. Das ist wichtig. Okay. Jetzt passt auf. Wie ist der schnellste Weg? Wenn ich jetzt die Treppe da vorne am Ende des Ganges nehme, dann müssen wir einen Umweg laufen. Aber ich glaube, den nehme ich. Hier? Nee, eins weiter. Genau. Die lebt noch. Oder auch nicht. Ich habe die Blutpfütze nicht gesehen. Deswegen. So, Hand. So treffen wir uns wieder. Ich speichere mal nochmal. Da gibt es gar keinen Safe-Counter, oder? Ich glaube, das ist jetzt der tausendste Spielstand. Gleich kriege ich das Achievement für 10.000 Mal speichern in einem Playthrough. Hand. Ja, genau. Müssen wir eh zur Hand. Achso, welches wohin? Na, das weiß ich nicht. Ah, und drehen muss ich es auch noch. Und dann kommt irgendeine Kombination dabei raus, oder was? Ja, die Kombination kenne ich nicht. Aber ehrlich gesagt ist das das Einzige, was irgendwie gut aussieht, ne? Aber, hm. Mist. Ich dachte, wir hätten es schon. Aber da wüsste ich jetzt gerade nicht. Haben wir da schon was? Meine Unterlagen sagen nein. Nein. Ich höre mir das dann mal nochmal an. Drei Fallakten müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, du hast recht. Ja, schade. Hat keine Hitbox. Okay. Äh, lass mich mal kurz gucken. 130, 90, 50. Ist es vielleicht das schon? Einfach. 130, 90, 50. Aber 71 gibt es nicht. 0, 9 sieht so aus, ne? Das sind so viele Zahlen. Ich, ich fische im Dunkeln. 60. Man kann die auch überhaupt nicht lesen irgendwie. Es ist alles so verschmiert. Was will? Spiel. Was möchtest du von mir? Sprich. Das ist doch. Das ist wirklich. Okay. Da ist überall nur gekritzelt. Also, come on. Das sind die einzigen lesbaren Zahlen. Das muss stimmen. Oder? Habe ich alle Kombinationen durchprobiert, die wir machen können? Ah, ich habe einfach nicht alle Kombinationen durchprobiert, die wir machen können. Ja, scheiße, scheißegal. Und jetzt haben wir den Schlüssel zum Lagerraum des Direktors. Speichere ich nochmal schnell. Genau, ich habe die Rätselstufe auf Mittel. Und wir haben einen Tresorknopf. Aber ich weiß noch nicht, was ich beim Tresor eigentlich eingeben muss. Sortieren wir mal. Aha! Und da haben wir schon unsere Lösung für den Tresor. Ich muss nur die Bilder richtig sortieren. Aber das kann eigentlich schon mal nicht stimmen. Ich fange mal hier an. Okay, das muss ich jetzt aufzeichnen. Wünscht mir Glück, dass ich das ungefähr so wiedergeben kann. Also, wir haben Kreis mit Unterhose, seitlich. Wir haben einen Zentauren. Wir haben 21. Wir haben männlich. Wir haben Wuchsel-Ei. Auch Kaulquappenei. Ihr wisst schon, Froschleich. Wir haben weiblich. Wir haben böse weiblich. Wir haben den Mond. Und wir haben das Triforce. Nur anders. Okay, cool. Ja, sag bloß, du hast das jetzt auf deine fucking Karte gezeichnet. Und ich mache mir immer voll umsonst Notizen hier. Du Arschloch. Lässt mich immer absichtlich dumm aussehen hier. Aber gut, ich kann ja hier jetzt gar nicht auf meine Notizen gucken. Alles gut. So, jetzt passt auf. Unterhose, seitliche Unterhose. Bam. Minotaurus. Ich meine Zentaure. Bam. 21. Sind das irgendwie Sternzeichen oder sowas? Ja, nicht ganz. Männlich. Moment mal. Das sind mehr als ich... Shit. So viel... Ich kann nicht so viel... Das stimmt irgendwas nicht. Ja, schade, ne? Ich habe mir schon gedacht. Das sind mehr Zeichen, als ich eingeben kann. Muss ich nochmal kurz zurückgucken. Sagt das Zauberwort Und du hast die Macht Was ist los hier, yo? Wie geht das? Wir können es tun. Oh, Jamesy Moon. Warum sind da mehr Symbole und mehr Zahlen, als ich eingeben kann? Und warum frisst da ein Löwe eigentlich die Sonne? Können wir da mal drüber reden? Was? Nehme ich nur jedes Zweite? Oder? Brauche ich eine Zahlenkombination? Ich brauche irgendwie wieder eine Zahlenkombination Und die Zahlenkombination muss ich dann übersetzen Oder irgendwie so ein Scheiß wieder Oh, du gehst mir auf den Sack, Chefarzt Was haben wir denn hier? Vielleicht ist es die Zahlenkombination Ich versuch's mal Ja, das ist es Wir haben's, glaube ich Wir brauchen 9-2 4-5 7-1 So ist es nämlich Und Die 9 1 Ich nummeriere das bei mir mal schnell 1, 2, 3, 4 Da muss ich nicht mehr zurückgehen 5 6, 7, 8, 9 Dann haben wir nämlich Triforce Und Zentaure Männlich Und Kaulquappenei Böseweiblich Und Unterhose Seitlich falsch angezogen Bam Easy Schönes Rätsel Eigentlich Fand ich ganz nett Also Triforce Zentaure Männlich Froschleich Böseweiblich Böseweiblich Und Unterhose Seitlich Falsch angezogen Tada Rooftop So viele Schlüssel Können wir nicht endlich mal ins Ende kommen So viele Schnitzel Manchmal auch Schnipsel Die Bilder wurden unscharf Verschmolzen Miteinander Ich konnte sie nicht mehr erkennen Ich weiß nicht ob ich es schaffe Aber vielleicht kannst du es Das bringt dich ans Ziel Aber Wahrscheinlich Nicht so wie du willst Okay Der Weg Könnte etwas Unangenehm Und sicher auch Schmerzhaft Werden Das ist er Immer Okay Wie komme ich aufs Dach Hier ist eine Treppe Die hintere Treppe Wahrscheinlich Okay Jetzt gehen wir noch aufs Dach Aber dann hören wir dann wirklich auf Es ist wirklich schlimm Es ist dieses Ah komm noch One more One more round Noch einmal Noch einmal hier Jetzt weiter Das Rätsel gelöst Jetzt machen wir hier Aber auch noch schnell Okay Dachschlüssel Und jetzt lassen wir uns endlich vom Hubschrauber abholen Brad Ich bin hier Ich brauche nicht mal nen Raketenwerfer Kannst mich einfach abholen Okay, ein Tagebuch 9. Mai, Regen Den ganzen Tag aus dem Fenster starren Friedlich hier, nichts zu tun Darf immer noch nicht nach draußen 10. Mai, regnet immer noch Hab kurz mit dem Arzt gesprochen Hätten, boah, hätten sie mich gerettet Wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte Ich weiß, dass ich ja bärmlich bin Schwach Nicht jeder kann stark sein 11. Mai, wieder Regen Die Medikamente machen mich krank Wenn's mir nur unter Drogen besser geht Wer bin ich dann überhaupt? Das geht schon sehr viel um Ich weiß nicht War das im Original Silent Hill 2 auch schon so Dass es in Dokumenten und sowas Sehr viel einfach auch um Depressionen und so geht 12. Mai, wie immer Regen Ich sollte froh darüber sein Aber ich habe auch Angst So große Angst Ich spüre, dass bald irgendetwas passiert Wie der letzte Atemzug vor dem Sprung ins kalte Wasser Aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist Umzukehren Weil irgendwie ist das ja so eine ganz andere Ebene Als das, was Silent Hill 2 eigentlich so erzählt Aber okay Ich störe jetzt auch nicht oder so Oh Eiskalt erwischt Weiß wenn Aber hat James wirklich so eine Depression? Habe ich bei James nie so Gefühlt James hat mit ganz anderen inneren Dämonen zu kämpfen Hey ich finde es super Pixel Paddy Ich finde es wirklich gut Ich bin mittlerweile an dem Punkt wo ich sage Wenn man noch nie Silent Hill gespielt hat Kann man auch das spielen Und muss nicht das Original spielen Weil es ein bisschen moderner und komfortabler ist Ich glaube viele OG Silent Hill 2 Fans Finden die Aussage vielleicht kritisch von mir Aber ich sage es euch Wie es ist Wie ich es wahrnehme Und ich glaube das Silent Hill 2 Remake Ist ein guter Einstieg in die Reihe Man muss sich nicht unbedingt mehr Mit dem alten Zeugs ab Ärgern teilweise auch einfach Aber das Original Silent Hill 2 ist schon nochmal ein anderes Erlebnis Schon allein wegen der technischen Limitation ist die Stimmung schon nochmal eine ganz andere finde ich Aber auch ein bisschen Klobig Nicht so Ja 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 Oh James Bleiben wir einfach hier oder Ohne Scheiß Gib mir einfach irgendwie meine Switch Oder mein Steam Deck Und eine Steckdose mit Ladekabel Und dann will ich hier einfach bitte ein, zwei Wochen sein Das wäre voller cool Gerade denke ich mir so Ich habe, ich, gerade ist es irgendwie Viel bei mir stressig Und ich denke mir so einfach mal Einfach mal auf alle Scheißen Das wäre schon irgendwie nice Ich hätte Bock Naja, okay Sind das Dinosaurier Oben die zwei Dinosaurier in einem Tal In einem Land vor unserer Zeit Aus Blut Das wäre, das wäre mal ein interessanter Interessanter Horrorfilm Cooler Plot Twist So in, 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 in unserem Land vor unserer Zeit Äh, Remake Aber das heißt dann in einem Land vor unserer Zeit Aus Blut Und dann ist das voll der Hardcore Splatter Film Mit Dinosaurier Danke für die 30 Quackslander Acts Hau die Scheibe an Yes Hier oben auch Komm, die oben auch bitte Oh nein Oh, er kann die oberen Oh, ich muss sie zerschießen Oh Das wäre nicht gegangen Das hätte Das hätte meine Mein innerer Zwang nicht zugelassen Dass wir nur die unteren kaputt machen In solchen Räumen darfst du aber nichts mitnehmen Ja, nee, nee Ich möchte dann, wenn schon Natürlich, ne Mit Entertainment da drin sein Eldin, danke fürs Folgen Hi Schön, dass du dabei bist Gunplay ist scheiße Gunplay ist scheiße Kampfsystem ist scheiße Alles andere ist gut Warum stehst du mir aus? Warum stehst du mir aus? Warum stehst du mir aus? Und wie du wissen über Mary? Ich muss wissen, was ich. Mary ist meine Freundin. Wir haben uns im Krankenhaus gesehen. Stop lying! Laura, ich bin sorry. Fine, ich glaube nicht! See if I care! Hey! Let's go! Sorry, Laura, but I can't let you run around this place, you might get hurt. Hurt by what? Just stay with me, okay? This is no place for kids. Fine. But... There is something I have to get. It's important. What is it? That... I'm here. I hit it. In there. Aber gut. Das wäre so ein bisschen die Aufgabe von dem Remake, vielleicht auch die Schwächen vom Original zu verbessern. Da hätte man wirklich mehr machen können. Jo, mach's gut, Sven. You sure, this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Eine Note für das Spiel von eins bis sechs. Also nach dem, was ich bis jetzt gespielt habe, würde ich sagen, drei plus. Vielleicht auch sogar zwei minus. Und bei mir wäre eine vier so, passt schon. Also drei, drei plus ist schon ganz gut. Aber halt jetzt nicht überragend. Ja. Laura, du kannst mich nicht einfach Pupsgesicht nennen. Okay. Until Dawn habe ich damals das Original gespielt. Aber das hat mir nicht gefallen. Na, kommst du jetzt runter oder was ist los? Also irgendwann geht ihm die Decke aus, ne? Muss ich überhaupt auf den schießen? Irgendwie prallen alle Schüsse ab, ne? Ich finde den Bosskampf ehrlich gesagt ein bisschen albern, wie der so durch die Decke immer wieder bricht. Weiß ich jetzt nicht. Weird dargestellt. Hi, da ist der Drell Gun. Hi, da ist der Drell Gun. Überragend, das würde ich sagen. Es ist gut, aber es ist jetzt nicht so in meiner Top Ten dieses Jahr. Naja. Na. In der Top Ten dieses Jahr könnte es sogar landen. Aber wenn, dann unten. Müssen wir immer noch abwarten. Das ist ja alles noch lang. Also. Ja. Bisschen. Ah, guck mal. Die Beine, die bluten. Die Beine bluten, also können wir sie töten. Aber nur die Beine, dann schlafen die Beine ein. Hat er die ganze Zeit so ein unangenehmes Kribbeln in den Beinen. Was hat er denn davon? Ah, aber ich mach schon auf den Kasten kaputt, ne? Hm. Ja, dafür habe ich mir die Schrubflinte aufgehoben die ganze Zeit. Ja, also let's go. Na komm, Baumelbärt. Ah, bleib doch mal hier. Chill doch ein bisschen mit mir hier unten. Baumelbärt, der, der Hängebaron. Ah. Ah. Er hat die nächste Digitationsstufe erreicht. Er wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen, während er da oben war. Super. Ach, das ist ja nett. Können wir jetzt weitermachen? Können wir jetzt gehen? Ne. Au. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass der jetzt so eine Spinnstufe hat. Ich mein, keine Ahnung. Hallo. Ist noch irgendwie alles gut hier? Super. Meine Güte. Ah, wir haben ihn. Der wollte jetzt aber auch wirklich meine ganze Munition fressen, ne? Ich mein, es blutet. Wenn, wenn es blutet, dann kann man es töten. Game over. Ein Albtraum wird wahr. Besiege die Fleischlippe. James. James. Ich will nicht in die andere Welt. Ich will in der echten Welt bleiben. Sie ist schon schlimm genug. Aber ich befürchte, wir haben keine andere Wahl. So. So. Erstmal einen Schluck. So. Geht schon besser. Ein paar Vitamine und schon sind wir wieder fit. Wie sieht's aus? Fünf Schusspistole noch. Sonst nix mehr, ne? Pumpgun leer. Böse. Der Boss hat uns böse, böse ausgezutzelt. Wir hatten echt guten Vorrat. Patient 3141, Kennzeichen 298, neunzimmer. Mysteriös. Symptome? Hyperfokus. Derzeitige Diagnose. Gute Heilungschancen. Empfehlung. Schrecken Sie vor nichts zurück. Okay. Ja. Trinken nicht vergessen. Wichtig und richtig. Danke. Das Tollen Munition ist auch wichtig und richtig. So, speichern. Jetzt ist die Frage. Machen wir jetzt für heute Schluss oder machen wir noch ein bisschen weiter? Was sagt ihr? Machen wir noch ein bisschen weiter? Oder hören wir auf? Wie lang ist das Spiel noch? Eine Stunde? Tausend Stunden? Irgendwas dazwischen? Ich weiß es nicht. Ich schau mal noch eben kurz, wo es weitergeht. Proberunde geht nach genau eben. Das ist immer das. Einmal kurz gucken, wie es weitergeht, aber dann hat man irgendwie schon zu viel geschafft, um aufzuhören, ne? Dann muss man doch nochmal speichern. Und dann kann man eigentlich nochmal schnell gucken, wie es weitergeht. So ist das. Ja, ich muss schon sagen, ne? Wir haben ja jetzt auch... Wir haben ja jetzt auch, äh, dieses Hollow Body gespielt vor kurzem, das ja auch sehr Silent Hill mäßig ist. Und da gefällt mir tatsächlich das Silent Hill 2 Remake sehr viel besser als Hollow Body. I guess wir spielen Hollow Body auch noch durch, weil es wahrscheinlich nicht mehr lang ist. Aber da habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so Böcke drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich nicht so sehr überzeugt. Vielleicht auch, weil ich es nicht verstehe. Ich habe bei Hollow Body nie so wirklich so die Interpretationsebene erfasst. Das ist ja irgendwie so ein... So ein Moment, wo irgendwie klar wurde, worum es eigentlich geht. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ich weiß schon, wir sind da... Die offensichtliche Story verstehe ich schon. Wir sind da in dieser Quarantäne-Zone und da ist irgendein Nanobot amok gelaufen und wir suchen da unsere Freundin, bla bla bla. Aber da gibt es ja offensichtlich so eine Horror, so eine Psycho-Horror-Ebene. Und die checke ich einfach nicht. Ich weiß nicht genau, was das Spiel mir eigentlich sagen will. Und ich denke mir die ganze Zeit, irgendwas will mir das Spiel sagen. Aber was eigentlich? Ich checke es nicht. Und das ist blöd. Monster-Geräusche. Kommen jetzt die Underwelt kranken Schwestern? Wo? Wo wäre was wie? Ah! Ah! Solange ich nicht unbedingt in den Nahkampf mit denen muss, vermeide ich es. Ah! Ha, Arschloch! Die Arschloch-Gegner Nummer eins. Da ist noch irgendwas. Ich höre noch was. Wir sind noch nicht fertig hier. Oder war das gerade noch ein sterbender Gegner? Oder das überlaufende Schleimklo? Vielleicht war es nur das Schleimklo. Schleimklo! Okay. ... ... ... ... ... Ja, bei Videospielverfilmungen bin ich sehr kritisch. Da braucht ihr mich nicht fragen. Ich glaube, ich finde irgendwie fast alles scheiße. So 90% davon. Ein paar kleine Ausnahmen gibt es. Ich meine, es gibt natürlich sehr viele Abstufungen von Scheiße. Das muss ich schon auch sagen. Aber letztendlich gefällt mir nichts. Eben auch der erste Silent Hill und der erste Tomb Raider, die gehören ja so zu den besseren Videospielverfilmungen, muss man schon sagen. Aber auch die finde ich halt nicht gut. Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Oh, wie wir tanzten, die Arme in der Luft, die Körper in perfekter Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen. Und die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd, durchdringend. Und dann blieb nur noch Stille. Ketten. Hammer. Gewaltinstrument. Ich brauche anscheinend mehr Gewaltinstrumente. Eigentlich habe ich hier ein sehr gutes Gewaltinstrument, aber das ist anscheinend nicht musikalisch genug. Wo denn? Das macht mich schon immer fertig, wenn man hört, dass sie irgendwo sein müssen, aber man sieht sie noch nicht. Man weiß nicht, was genau, wie viele, wo. Oh, das ist immer Gott, oh Gott. Ah, haha, ich sehe dich ganz genau. Aber cool. Gefällt mir wirklich, wie die die gemacht haben. Also das sind schon meine Lieblingsgegner, muss ich sagen. Die Krankenschwestern macht Spaß, gegen die zu kämpfen, tatsächlich ein bisschen. Aber die sich ständig versteckenden Schaufensterpuppengegner, die sind schon irgendwie gut. Die mag ich. Ich habe kein einziges der neuen Tomb Raider-Spiele gespielt. Das interessiert mich irgendwie alles nicht mehr so. Das ist aber auch nicht so mein Genre. Wenn ich noch einmal irgendwo im Gebüsch rumschleichen muss und von da aus mit Pfeilen heimlich Leute Stealth kille oder so, dann schreie ich. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann solche Spiele nicht mehr spielen. Arschloch. Wie oft sich die Gegner... Die Gegner verhalten sich aber auch wie Arschlöcher. Es sind Arschlochgegner hier. Das sind schon besondere Arschlöcher. Wo denn schon wieder? Ah, es kommt auch nicht zu. Oh! Oh! Ah! Oh, shit, okay. Oh, ich wollte eigentlich den Schrank einhauen. Oh, ich seh dich doch ganz genau, du Arsch. Hier ist aber echt viel gegnermäßig los, ne? Also, holy shit. Die sparen hier wirklich nicht mit Gegnerplatzierungen. Ein bisschen viel für meinen Geschmack. Bisschen viel Kampf und schießen hier gerade. Ah, wir haben ein Zerstörungsapparat, einen neuen. Wo müssen wir jetzt gleich nochmal hin damit? OP-Stuhl, müssen wir wieder hoch. Oh. 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 Na guck, wir haben den Schlüssel-Lapis-Auge. Natürlich. Warum auch nicht? Und damit können wir jetzt was machen? Weiß niemand. Das ist jetzt das erste Mal in dem Spiel, dass ich so ein bisschen planlos rumlaufe. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich es jetzt einfach schon seit neun Stunden straight spiele und mein Hirn ein bisschen matschig wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es an mir liegt oder am Spiel. Ich speichere jetzt mal. Und dann schauen wir noch kurz. Aber guck mal, hier steht überall Manuela-Speicher und sowas. Das heißt, es gibt auch Autosaves wahrscheinlich. Sonst würde das nicht Manuela-Speicher heißen. Wir haben hier wieder mehrere Ketten, ne? Aber ich habe das Tuch noch gar nicht enthüllt. Was verschließen die Ketten denn hier eigentlich? Eine kleine, eine kleine, eine Brotzeit. Eine Brotzeit. Wir brauchen einen Schlüssel. Wahrscheinlich den Lapis-Lazuli-Schlüssel. Tatsächlich. Die erste Kette ist gefallen. Und jetzt brauchen wir noch einen Code und eine Zahlenkombination. Ich verstehe. Ach, guck mal. Hier gibt es auch... Ja, okay. Ich muss einfach den Ketten nachlaufen, ne? Hier gibt es mehrere Wege von hier aus. Ach, mach ich das jetzt noch? Ach, ich bin tatsächlich ein bisschen erledigt. Andererseits bin ich froh, wenn wir es noch machen. Ich weiß es nicht. Aschloch. Okay, ich werde jetzt ein bisschen... Wir haben gerade gespeichert. Ich werde jetzt ein bisschen durchramboen hier. Jetzt wird durchgeramboot. Ich habe keinen Nerv mehr für Versteckspielchen. Kommt her jetzt, ihr Monster. Ihr Kreaturen der Finsternis. Ich bin der Hüter der Flamme von Silent Hill. Du kannst nicht. Vorbei! Einmal im Kreis gelaufen. Sehr gut. Du Krambon! Wo sind denn jetzt die Monster? Jetzt bin ich in... Weißt du... Vorher unglaublich viel Kämpfe. Und jetzt will ich hier ein bisschen durchramboen. Und jetzt... Jetzt kommen keine mehr, oder was? Jetzt, wo ich ready wäre. Let's go! Ich habe keine Angst mehr. Irgendwas ist gerade in mir gestorben. Ich spüre gar nichts mehr. Watch it go dark. Okay. Ist das ein Morsekohl oder so? Zweimal. Es blinkt zweimal hintereinander. Pillen. Ah, ein Buch. Schauen wir mal. Ein Jahr lang haben sie mich beobachtet. Haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zittere ich wie Espenlau. Ah, das ist irgendwie ein Rätsel der Zahlenschlosskombinationsdingens da oben. Das ist das Zahlenschloss. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Ich verstehe alles. Ein Jahr haben sie mich beobachtet. Unzählige, unzählige Pillen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Es ist sechs. Es sind sechs Pillen. Aber okay. Unzählige Pillen. Was haben wir noch? Wenn die laute Stunde kommt. Die laute Stunde ist das zwölf oder was? Und die Finsternis hereinbricht, zittere ich. Was die laute Stunde ist, weiß ich leider nicht. Ah, da ist eine Uhr. Müssen wir mal noch hingehen. Aber die Dunkelheit ist vielleicht zwei, oder? Weil die Lampe immer zweimal blinkt. Ich warte auf einen Jumpscare, aber er kommt nicht. Okay. Soll ich da irgendwas erkennen können, oder so? Da ist so ein bisschen was unter der Mitte, ne? Ich würde sagen, die laute Stunde müsste zwölf sein. Aber zwölf macht keinen Sinn. Das muss eine einstellige Zahl sein. Aber da sind keine Zeiger und nix. Das mit der lauten Stunde verstehe ich nicht. Aber wisst ihr was? Wenn wir, wenn wir, wenn wir, äh... Wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt halt einfach drei von vier möglichen Zahlen. Die letzte finden wir raus. Eins. Sechs. Ich schaue lieber nochmal zu den Pillen. Und die Finsternis hereinbricht. Ich hoffe, das ist zwei. Vielleicht null statt zwölf. Oh, das ist eine gute Idee. Ich mach... Das mach ich mal. Null Fragezeichen. Hab ich gar nicht dran gedacht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs stimmt. Okay, cool. Wie bin ich hierher gekommen? Und wie kommen wir hier wieder raus? Das ist jetzt die Frage. Ach, guck mal. Ich kann hier auch zur Uhr gehen. Oh, die laute Stunde ist sieben. Schätze ich, oder? Ich kann den... Doch, ich kann den drehen. Zwei. Oh, shit. So. So nämlich. Will noch wer? Ah, okay. Danke für den Follow. Freut mich, dass du mit dabei bist. Metin Forrester. Schluck. Ein Schluck aus der Pulle. Und schon geht's wieder weiter. Also, die laute Stunde ist jetzt entweder sieben oder zwei oder so. Ich hab keine Ahnung. Wir finden's raus. Wer findet was denn alles? Ah, du Arschler. Oh, Gott. Wisst ihr was? Vielleicht spielen wir's heute durch. Vielleicht spielen wir's heute einfach durch, verdammt nochmal. Aber ich glaube, ich brauch ne kurze Pause, weil ich grad wirklich ein bisschen matschig im Kopf werde. Und wenn's jetzt noch allzu lange dauert, dann... Mach ich nur noch Blödsinn. Okay. Ich schätze mal, ich muss den Weg zurück, den wir gekommen sind. Sind wir von hier gekommen? Weil wenn ja, dann haben wir ein Problem. Ah, shit. Das ist ne Einbahnstraße gewesen. Nee, okay. Dann können wir so nicht zurück. Dann... Ist guter Rat teuer. Shit. Dann... Muss ich nochmal gucken, wo wir jetzt lang gehen können. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ich schick keinen Weg. Gute Nacht, Holy. Mach's gut. Ich versteh's eh. Ist schon spät. Ich weiß nicht mehr, wie wir hier reingekommen sind, aber zurück kommen wir nicht mehr. Okay, dann müssen wir was ganz anderes versuchen. Ach, guck mal. Das klappt. Ach, ich bin blöd. Okay, cool. Na nu. Monster. Hier. Oh, weiß ich nicht. Erstmal speichern. Okay, das war das Schloss hier. Jetzt passt mal auf. Da hätte ich jetzt im Angebot eins, sechs, I guess zwei und nochmal zwei. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Okay, ich schätze, wir müssen der Kette folgen. Eine Expedition noch hier durchs Krankenhaus. Okay, aber machen wir eine kurze Pause. Brauche ich schnell. Frische Luft schnappen. Und dann machen wir, ich weiß nicht, ob wir es durchdurchspielen. Ich kann's euch wirklich nicht sagen. Aber wir machen das Rätsel hier noch fertig. Definitiv. Und dann schauen wir, was danach kommt. Und dann schauen wir weiter. Bis gleich. Okay. Bisschen die Puppen machen wir nicht mehr. Aber das machen wir jetzt noch. Aber dann ist schön langsam wirklich Schluss. Dann ist schön langsam wirklich Schluss. Okay. Bevor sie überhaupt weiß, was passiert. Okay. Gutes Kampfsystem einfach. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Na, wo ist es denn, das Monster? Ich höre es doch rumschl- da rumschl- Aha! Arsch! Okay. Ihr Scheißviecher. Ich bin ein bisschen aggro gerade jetzt. Auf das Spiel. Auf die Kreaturen. Auf die dunkle Welt. Ich hab die Schnauze voll. Ich will hier raus. Ich will aus dieser Ander- Ander-Welt-Krankenhaus-Situation. Ich will raus hier. Hm. Und ich will ganz kurz niesen. Geschafft. Puh. Das hätten wir schon mal erledigt. Erfolgreich genießt. Dankeschön. Ich muss gucken. Wirklich, entscheide das spontan. Irgendwann sage ich, jetzt ist Schluss und dann ist Schluss. Und bis dahin ist nicht Schluss. Das ist der Plan. Mann. Weil bis jetzt hat das wirklich sehr gut funktioniert mit diesem Na, jetzt schauen wir noch schnell, was passiert, ne? Und dann schauen wir da noch mal, was passiert. Und so kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Und das ist auch okay. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich sage, so, ne, jetzt reicht's dann auch. Ach, guck mal, hier. Na, genau. Warum eigentlich? Warum kann ich den Schrank hier nicht verschieben oder drüber klettern oder was weiß ich was? Auch nervig. Ich denke, es sind noch gut vier bis fünf Stunden eben. Ich glaube auch, dass es noch zu lange ist. Durchspielen werden wir es heute eben nicht mehr. Ah, hier können wir die Wand einschlagen. Aber das Krankenhaus würde ich ganz gern vielleicht hinter uns bringen, irgendwie hier. Also so diese Passage hier. Das, was ich weiß, es ist noch nicht. Dass das nicht so sicher ist. Was ist das? Nein! Nein! Geh! Geh! Ach! 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 Weißt du noch, was ich mit PT-Flashbacks gemeint habe? Hm. Bis jetzt hatte ich die noch nicht. Das Krankenhaus haben sie aufgemöbelt. Das war kürzer im Original. Slenderex, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank für all die Bits und Subs und alles. Super nice. Okay, jetzt sind wir endlich hier reingekommen. Aber was machen wir jetzt hier eigentlich? Hier ist jetzt der Weg, die Abkürzung frei. Alles schön und gut. Aber hier muss doch irgendwo jetzt ein weiterer Weg oder ein Hinweis sein. Wir sind ja hier nicht zum Spaß reingekrabbelt, oder? Muss ich zum Büro des Direktors? Aber das... Hier sind wir reingekommen, oder? Nee, da muss doch hier irgendwas sein. Ah, den Wagen da drüben, ne? Den brauchen wir wahrscheinlich. Ah, okay, alles klar. Wo war jetzt der Wagen? Haha, dammit. Irgendwo hier parkt der Eier da. Ah, okay. Ah! Ah! Ach komm, gibt's ja nicht. Was hält die aus? Come on! Die war grad ganz schön tankig für so eine normale Krankenschwester. Die hab ich grad überhaupt nicht ernst genommen. Ich dachte mir, sie ist ja nicht mal ne super Krankenschwester und dann ist das irgendwie der Kampf des Jahrtausends. Wir hatten schon Bossgegner, die nicht so krass waren wie die Krankenschwester gerade. Naja, okay. Er ist wieder hier. Schaut mich an. Start. Er sagt, er wird mich dorthin bringen. Ich will nicht. Ich lass nicht zu, dass er mich mitnimmt. Jo, gute Nacht, Svenny. Mach's gut. Oh oh. Monster? Monster? Aber wo? Hä? Jetzt muss ich noch mal gucken, hab ich was übersehen. Ah ja, ich hab was übersehen. Schlüssel fürs Büro des Direktors. Okay, auf ins Büro des Direktors. Äh, aber nicht da lang. Tschau, Sonntagmorgen. Ach ja, ja, ich merk schon, auch für euch wird schon langsam Zeit, Schluss zu machen, ne? Es ist spät und so. Morgen müssen alle raus. Ich auch. Also es passt schon. Aber, wie gesagt, das Rätsel machen wir jetzt noch. Bald ist der Schmerz vorbei. Kein Schmerz, kein Schmerz, kein Schmerz. Okay. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Und warum will ich hier nicht sein? Ich hab mal ein gutes Gefühl mit dem Raum. Ob man den Bereich super gut speedrunnen kann, wenn man die Codes einfach weiß, ne? Da muss man theoretisch nur den Schlüssel holen, oder? Okay. Ich hab den Schlüssel, Schon langsam sind wir einfach James Rambo Fixierbett, aber wir müssen irgendwo den Strom für das Fixierbett einschalten Waren wir da schon drin? Ich glaub nämlich nicht, oder? Aha, 9, 6, 5, 9 9, 6, 5, 9 Äh, Leon S. Kennedy braucht kein Eisenrohr, der hat einfach Roundhouse-Kicks Der verteilt einfach Roundhouse-Kicks und Suplex Der würde die kranken Schwestern einfach so in den Boden suplexen Okay Leute Jetzt speichern wir Jetzt speichern wir Und dann geben wir den Code ein 9, 6, 5, 9 Äh, hallo? Ja Ich kann nix machen Aha, jetzt Nix Alles warm sonst Oder etwa nicht Der Vorhang ist gefallen Und die Frau hat eine Münze im Mund Ah, Aufzugknopf Oh mein Gott, hätten wir einfach unter dem Vorhang geguckt Wir hätten uns das alles sparen können James Minus eins Ja wunderbar Ah, okay, gut Das heißt, wir müssten jetzt zurück zum Aufzug Können wir von hier in den Aufzug rein eigentlich? Hallo Und dann können wir hier die Minus 1 einsetzen Und in den Keller fahren Äh, hallo? Welcome to another exciting edition of Trick or Treat Treason Oh, das bin ich Okay, los geht's Easy In the early 1800s A terrible disease spread across Silent Hill Resulting in the death of many of its inhabitants Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85 Shit, ich hab keine Ahnung Ich weiß nicht, was der gesagt hat Ich muss mitschreiben Ich hab keine Ahnung, was der ausgesucht, was der 저ht ihr in den waited vor Ort? Ich kann euch das um den Tod Und wenn ihr das umhörtert Dann Pfann 2, Pfann Pfann 3, Pfann Pfann Wiltze Ich verstehe das? Ich glaube, das sicher, das und für THEIR Und für eine dritte und final question Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. Me brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Lokay, but what was the name of the other victim? Billy's sister. One, Miriam. Two, Heather. Three, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? If so, fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful, if you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye bye. Haha, der Aufzug ist nicht der schnellste. Ich glaube, wir sind noch gar nicht losgefahren. so, wo sind wir denn jetzt schönes gelandet? In der Hölle. Nice. Nice. der absoluten Hölle. Käfer, ach so. Ich dachte, da versteckt sich wieder so eine Mannequin. Oh! Hier versteckt sie sich. Okay. Müllschacht. Munition. Mehr Munition. Nehme ich gerne. Ist cool. Okay, jetzt wartet mal kurz. Darf ich die Karte von Silent Hill irgendwie hier aufrufen? Neh, oder? Weil ich weiß auswendig nicht mehr, wie die Straße hieß, über die wir reingekommen sind in die Stadt leider. Das Dokument über die Kinder müsste man auch nochmal suchen. Irgendwo hatten wir das, ne? Hm, keine Ahnung. Alle Karten aufrufen. Über das Menü geht's. Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, super. Da können wir dann nachschauen. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht an ein Dokument erinnern, das uns irgendwann mal erzählt hat, wann, äh, wie viele Leute in Silent Hill an der Pest gestorben sind. Wenn's denn die Pest war, ich nehm's mal an. Wir haben jetzt nicht aufgefallen, dass wir das gelesen hätten. Ja, genau. Was war denn das grad? Was ist das für ein Soundtrack? Das war grad ganz neue Musik irgendwie. Das ist ja helle. Wow. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was jetzt gerade unser Ziel ist, ne? Wir hatten irgendein komisches Rätsel und jetzt kämpfe ich nicht durch den Keller. Aber warum eigentlich? Wo wollen wir hin und was ist überhaupt los hier? Keine Ahnung. Na, ich mache einfach mal weiter. Ich habe gerade im Apartment gewesen. Im Original habe ich immer genug Zeug, aber im Remake laufe ich die meiste Zeit chronisch halt tot durch. Ey, ich habe gleich von Anfang an die Kämpfe auf Leicht gestellt, weil ich im Vorfeld schon gehört habe, dass die Kämpfe nicht gut sind und frustrierend. Und ich wollte einfach, ne? Das hätte mich, glaube ich, dann genervt. Deswegen habe ich das gleich gelassen. Ah, guck mal. James, Mary. Oh, Maria, ich dachte... Sorry. Anyway, ich bin glücklich, dass du hier bist. Anyway? Was bedeutet, anyway? Ich wurde fast getötet, da hinten. Ich habe nie so Angst, in meinem ganzen Leben. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, ich... Aber bleiben mit mir. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I... I... So, what about Laura? You found her? Ja, aber sie rief. Was? Wir müssen sie finden. Ja, du... Du glaubst wirklich an die Frau. Kennst du sie? Ich... Ich habe sie nie gesehen. Ich fühle mich einfach für sie. Sie ist allein und... Ich weiß nicht, für einen Grund, ich fühle mich zu mir, um sie zu schützen. Komm, wir schauen uns für sie. Okay, ich schätze mal, wir sind richtig. Ja, ne? Voice acting ist gut. Voll. Überhaupt, ich finde auch die Cutscenes allgemein ganz gut so. Was zur Hölle ist das? Ja. Der Pool. Der Dunkelheit. Das ist irgendwie nice gemacht. Gefriertruhe. Ein paar Pommes vielleicht. Ich könnte ein paar Pommes vertragen. Gute Nacht, Starinator. Schnitzelige Träume. Oder auch Schnitzelige manchmal. Ja auch. Ich bin gut. Ich bin gut. Oh Gott. Hm. Was ist das? Nicht sehr schön, oder? Hier. Warum nicht du es? Danke. Also? Wo geht's jetzt? Komm schon. Ich glaube, ich weiß, wo die Ränge gehört. Weißt du das? Dann weißt du mehr als ich, James. Ich hab keine Ahnung, wo die Ringe hingehören. Die Patienten bekommen die Diagnose, wenn sie wieder gesund sind. Denn ich habe immer das gesamte Personal im Blick. Vor allem, wenn die Symptome dank der effektiven Behandlung zurückgehen. Hä? Ja, die Figuren wirken ein bisschen steif und alles. Aber alles in allem finde ich die Inszenierung schon okay. Das würde noch neun Minuten fehlen, dann hätten wir einen 10-Stunden-Stream. Das wäre schon gut. Machen wir die 10 Stunden voll. Aber wo muss ich jetzt mit dem Ring hin, James? Kannst du es mir bitte verraten? Weil ich weiß es nicht. Er verrät es mir leider nicht. Oh, was haben wir denn hier? Ja, Q1. Ah! Die Antworten auf die Fragen. Shit. Das dürfen wir jetzt nicht vermasseln. Ja, mit Fuji ist es so blöd, weil unser Hund will nicht rausgehen, wenn es nass ist. Und geht wirklich erst, wenn er so richtig, 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 richtig dringend muss. Das ist immer ein Kampf. Also die erste Frage kann ich leider nur raten. Ich habe keine Ahnung. Bei der zweiten können wir nochmal nachschauen. Es gab tatsächlich mal, das ist aber schon lang her, früher habe ich manchmal 24 Stunden Streams gemacht. Aber das ist wirklich schon lang her. Behandlung. Tagebuchseite. Nee, ich glaube, die Notiz über die getöteten Kinder ist schon viel älter. Das war, glaube ich, ein Zeitungsbericht, oder? Hm. Vielleicht konnten wir den gar nicht mitnehmen. מ�ín Kazi und Kamri. Und den richtigen Film? Ich komme zum Beispiel mit einem Unfall. Ich bin Philipp vonstag. Wann Püren. Ich bin mir sehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin ich. In Sanders. Und dann würde uns mich aufnıld … Ich bin einfach. Ich bin. Oh, ich bin einfach. Ich bin. Wann bin ich. Okay, wir können auf jeden Fall mal die Karte von Silent Hill anschauen. Die Straße von der ersten Frage müsste die Nathan Avenue sein. Scheiße. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge der fragt. Scheiße. Oh, Mann. Kann ich es jetzt nicht nochmal versuchen? Ich will, dass das... Ne. Ne. So nicht. Hau ab. Wir lösen das jetzt. Wenn es schon 10 sind, können wir gleich auf 20 aufrunden. Ich konnte die Fragen nicht so schnell mitschreiben, wie er die gestellt hat. Damn it. Okay, Leute. Ich muss schnell irgendwo nachschauen, dass ich die Fragen nochmal höre. Weil ich will, was da drin ist. Können mich mal. Weißt du? Pascha. Pascha. Ha. Elevator Quiz. Passt da mal auf. Kann ich bestimmt so machen, dass ich mich nicht gleich vollspoile und die Fragen beantworte. Also. Also. Ach so. Hier ist die Antwort. Na, von mir aus. Dann nehmen wir einfach die Antwort. Ist auch okay. Machen wir 2, 3, 1. Scheiß drauf. So. Sehr gut. Gut, dass wir so gut aufgepasst haben, ne? Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da machen die so ein Mordsquiz irgendwie. Weißt du? So große Nummer. Super mysteriös. Und dann geben sie mir ein bisschen Tropenmunition und Heilung. Ich habe jetzt vielleicht mit einer Minigun gerechnet oder so. Bin ich jetzt leicht enttäuscht. Okay. Vom Map-Design her müssen wir wahrscheinlich irgendwie mit dem Aufzug fahren. Aber die Ringe müssen die an die Hand. Aber gab es die Hand überhaupt im Büro des Direktors in der anderen Welt? In der Dunkelwelt? Der Loot ist grundsätzlich gut. Aber das war ein bisschen lame. Ich weiß wirklich nicht, wo wir mit dem Ring hin sollen. Was meinte denn unsere Hauptfigur auch, als er gesagt hat, na, ich weiß schon, wohin mit den Ringen. Was, 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 wo? Sag es mir doch. Ich müsste doch wissen, was du weißt. Und andersrum. Habe ich irgendwo nicht aufgepasst? Wisst ihr, was er mit den Ringen meint? Wo die hingehören? An die Dame mit der Aufzugtaste im Mund? Hm. Wahrscheinlich. Du hast schon recht, ne? Das macht, aber das, das Spiel hat mir da, also, keine Ahnung. Hat uns das Spiel da Hinweise dazu gegeben? Ich hab Sven dann nicht überrissen. Hat er dir nicht den Finger komisch gehalten? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Ist eine kurze Fahrt. Könnte von der, vom Map-Design her passen. Ja, genau, du hast recht. Was ist falsch? Lass uns einfach raus aus, okay? Was ist falsch? Ich dachte, du wolltest du weg von hier rauskriegst. Ich weiß. Es ist einfach... etwas nicht fühlt sich gut. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich feines Die haben das Spiel aber ordentlich verlängert, ne Wie gesagt, länger her, dass ich es gespielt habe Aber Das Krankenhaus ist so viel länger Also alles bisher ist irgendwie so viel länger Oder ich erinnere mich komplett falsch Aber das Original Silent Hill 2 hätte man doch locker in 10 Stunden durchgespielt, oder? Komplett Und jetzt sind wir erst hier am Ende vom Krankenhaus How long to beat Silent Hill 2 Acht Stunden, neuneinhalb Stunden Wenn man es wirklich ausführlich spielt, 15 Ja Silent Hill 2 ist da schon deutlich länger Okay Machen wir noch bis zum nächsten Save-Punkt Aber dann ist wirklich Schluss Ach guck mal Ich glaube jetzt hat es eigentlich Auto gesaved Aber ich will mich jetzt nicht drauf verlassen Es ist vollbracht Keine Krankheit mehr Okay Das ging schnell So Leute, sehr schön 10 Stunden Da machen wir jetzt für heute hier Schluss An der Stelle Freut mich sehr, dass ihr mit dabei wart Danke für die vielen, vielen Bits und Subs und alles Das war ziemlich awesome Und wir sehen uns nächste Woche wieder Ich glaube wir streamen einfach nächste Woche fertig, oder? Das läuft uns jetzt nicht davon Ich schätze mal nächsten Dienstag Machen wir dann nochmal einen längeren Silent Hill Bonus Tag Und dann beenden wir das Ganze Ja, ich denke so machen wir es Danke fürs dabei sein Habt mich sehr gefreut Und nächstes Mal bringen wir das Ding hier zu Ende Gute Nacht Macht's gut Tschüss Gute Nacht 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 Gute Nacht